Ich schon mal gezeigt, ich hatte mal im Discord ein Bild drin Für, weiß ich nicht, zwei Tage oder so Das war aber am 1. April, da dachten wahrscheinlich viele Ach, der will uns verarschen Was ist denn das? Aber ja, viele wissen, wer ich bin Ich hab ja auch viele aus der Nicht direkt aus der Community, aber zum Beispiel wie Max Leon und Was weiß ich alle, Alter, ich hab die Leute ja bei WhatsApp Okay, da hab ich jetzt gerade kein Bild von mir drin, sondern von meinem kleinen Stinke-Dings Von meinem Bruder, den Sohn Aber sonst hab ich da halt immer Bilder von mir drin Es gibt ganz viele Leute, die wissen, wer ich bin Aber halt privat Ja, ja, das Bild von der Couch, wo ich mit einer Freundin saß Aber schönes Bild, hatte ich mal ein Bild daran drin Ach ja, oh Mann, ich muss so kranken aus, fuck Hallo, Lukas Mich würde das auch mal interessieren Mir haben ja schon viele auf Twitter geschrieben Als ich nicht gestreamt hab, haben die gesagt Ja, Curtis, du streamst ja momentan nicht Aber ich frag mich die ganze Zeit Wer du eigentlich warst und so Er liegt halt in meiner Hand Wenn ich dafür bereit bin, mach ich das, wenn nicht, dann nicht Einfach googeln, Curtis Couch vielleicht so Dann seht ihr Lucky, ich bin Lucky Was ist das denn? Oh, Mila Bitte kein Grinch, bitte kein Grinch Hast du mich noch lieb oder nicht? Ja, Caro Was geht? Warum hast du meine Hose an? Lass dich mal decken Warum hast du meine Golfhose an? Ich hab die doch zum Schlafen genommen Ja, aber du kannst doch nicht draußen rumholen damit Ich bin so müde und ich will mich nicht umziehen Ich muss zum Kangenhaus Mit den Beinen ist immer noch nicht besser geworden Oh, nein Kommst du mit? Ja, warte Worauf? Du musst kurz sagen Was musst du fragen? Was sagen? Ja, what up, what up, Opa Willi? Willst du gleich kommen? Wir müssen doch eben zum Kangenhaus Zeit, Alter, okay Later Ups Ähm, komm Kannst du fahren? Mit meinem Mofeld Ja, Papa Mach an Mach an Häh Öh, du papps vorsichtig Soll ich dich ein bisschen kitzeln? Nein, nicht kitzeln. Oh, oh, warte mal kurz, ja? Okay. Dennis, danke für den Prime 14. Nun hör auf zu stalken. Meinst du, Lacka war bei Google? Lucky, Mann. Look, L-O-C-K. Wenn man bei Google Curl das Kusch Relief eingibt, dann kommen Bilder von Lucky und so. Und auch von Dizzy. Nee, Stancy, alles cool, alles cool. Ich weiß schon, was du meintest. Schau kurz, den Spiegel, der Urlaub. Oh, der Frank hat angerufen. Ui, Memo, guck mal. Ist es mit der, die Durchfall? Ich mach mal ein bisschen los. Hummel, dankeschön für den Wii-Sub im 30. Und Quasio, dankeschön für den Prime. Ein 30. Okulu. Ha. Mila. Mila. Bro, man hört dich ein zu leise. Ich bin nicht zu leise, kann nicht sein. Wenn ich hier rede, schlägt das sogar bis ins Gelbe aus. Das muss deine Boxen sein oder so. Tschau kurz in den Spiegel, sag, what up. What up? Was hast du gemacht? Ich hab kurz Ameisen gezählt. Oh, Pockers, die sind Straßen, oder? L.A. Road ist einfach der Beste. Hast du mich nun lieb? Ja. Caro, Caro. Caro? Gestern war das nicht mehr so, Caro. Ey, weißt du, jeder hat mal Tage. Und, ähm, mal solche und... Vielleicht bist du auch ein Mädchen. Was? Oder was meinst du? Na, so Tage, da ist man dann, da ist man dann, ähm, vielleicht mal... Ja, du hast solche Tage auch voll oft. Okay, kannst ausmachen. Nur hab ich nicht. Ich will einfach nur Aufmerksamkeit von dir. Und nicht, dass du mal einen Typen da wirst. Hm, hier, Tika, hier, da, hier, da. Dein Anspruch geht mir. Ja. Ich hab Vertrag. Kommen Sie, kommen Sie. Ja. Ich wollte ab heute trainieren, ne? Aber ich hab kein Boxen-Joggen. Was heißt Nihal-Sob? Was? Du musst believing in mich. Ich behieven dich. Hallo. Hallo, Mr. Meezyman. Ich bin gestern Abend in der Leiter hochgeklettert. Dann hab ich mich erschrocken, weil jemand mit so einem Taser-Geschossgelder auf mich schießen wollte. Dann hab ich die Leiter losgelassen. Ja, ich glaub, schon im Rücken. Dann bin ich da so ein paar Stufen von der Leiter runtergeknallt. Brücken, wie hoch? Man, nicht so hoch. 1,50. Ungefähr, ja. Und dann bin ich so aufgekommen auf dem Boden und dann ist mein Bein umgeknickt. Ich hab eigentlich gedacht, das geht über Nacht wieder weg, aber es ist immer eine tolle Wege. Äh, lass mich überlegen. Der Vorname war Curtis. Hi, ich bin ja bekannt wie ein bunter Hund. Und dein Nachname? Push. Morgen. Nein, nicht morgen. Push. Push. Einfach in den Hinsetzen. Leitest du dir im ersten Mal? Okay, ich setze mich hin. Warum sagst du morgen, wir haben nicht heiratet? Nicht hier in den Hinsetzen. Ach so. Im Wartelraum. Da ist wieder die Böse. Die ist ärztlich, das Böse. Mit der Kappi. Die hatte mich gestern gedroht mit Scooty. Hast du gut geschlafen? Ich hab richtig gut geschlafen. Ich musste dreimal deine Nase zuhalten, weil du so geschneicht hast. Ja, du hast geschnappt. Nö. Ich schneich nicht. Doch du schnarchst wie ein so... Boah. Du schnarchst so, wie wenn man albern so tut, als wenn man schnarcht. So schnarchst du. Nein, das ist dein Schnarchen. Du hörst dich nur selber. Nein, das ist dein Schnarchen. Du klingst echt müde. Als wärst du komplett fertig. Hey. Ich bin John und ich werde wieder wach. Du sollst aber keinen Drogenrausch, Gifzigarette rauchen. Aber... Okay. Aber du hast mir den gegeben. Ich hab dir Jungs gegeben. Ja, gestern. Wann denn? Gestern. Ach stimmt, wir haben doch bei den Ruckern gekifft. Richtig. Das sollst du aber nicht machen. Aber du hast gesagt, lass kiffen. Aber du sollst doch nicht meine Hosen tragen. Hättest du auch sagen können. Dann zieh ich morgen auch deine Hose an. Ja, okay. Weil ich bekomme Ärger, wenn die wieder platzt. Alle warte. Boah, dann... Oh, doch. Dann gibt's Ärger. Und es kommt noch her. Warum machst du mir alles nach, Emma? Was? Ja, wenn ich die Hand hebe, hebst du wohl die Hand. Was soll das? Du machst mir ja voll voll nach. Du bist ein Papai. Du bist ein Papai. Jetzt lehnst du dich nach hinten. Ich hab zuerst hinten. Das machst du schon wieder. Hau damit, du Milamine, Tante Mine. Du bist mein großes Vorbild. Ich will irgendwann so sein wie du. Eier? Eier? Nein, ich mein, du brauchst Eier. Eier? Hühnchen? Ja, aber wir haben kein Hühnchen. Aber wir haben einen Goldfisch. Den hätt ich fast getötet gestern. Nein, das soll man... Mit den Hammerhändschuften draufgehauen. Das darfst du aber nicht. Wir haben doch schon Toten. Was soll mit dem sein? Ich hab den wiederbelebt. Ich hab kleine Autobatterien dran gehangen. Echt? Mhm. Oh, danke. Aber der schwimmt immer ganz komisch jetzt. Benennen den nun... Benennen den... Benennen den... Magnet. Mag ihn nicht. It's only game. Hm, was ist denn so? Why you have to be mad? Darf ich mitkommen? Ich hab auch Aura. Ich brauch Tapetten. Dann musst du fragen. Ich kann dir eine Tapette geben. Mit Tapetten darf ich mitkommen? Ich brauch Tapetten. Da, ich schmeiß rüber. Danke. Danke. Guck mal, die haben auch Fische hier, ne? Fische, ja, aber die kannst du nicht kommen. Wie haben die die da reingepacken? Mit Maggi. Maggi? Mhm. Ui. Boah, sollen wir eine lange Hallhausen-Aquarium machen? Ja, oder? Ich hab den Juri schon gefragt, wie ein Goldfischglas. Echt? Was sagt der? Okay. Boah. Juri ist einfach ein netter Mann, ne? Küss den doch! Nee. Lieber nicht. Du bist mir viel zu eifersüchtig. Ich? Ja. Aber du sagst küss den doch. Nein, du hast das gesagt. Nein. Was ist mit deiner Stimme? Bist du so fertig wie gestern? Hm, ja. Aber wir haben uns doch wieder vertagen. Ja. Ich hab auch ein bisschen Nase zu. Uh, uh. Oh, oh. Was passiert? Tagsam. Wer ist Herr Kusch? Ich bin das. Bitte mit? Oder? Kann Mela mitkommen? Äh, ja. Sind sie wirklich geklaut? Wenn Sie nichts dagegen haben, können Sie da mitkommen? Das ist doch mein Perle. Perle. Sie sind Frau Mahandi? Äh, wer bin ich? Nein, okay. Sie sind Herr Kusch und das ist Ihre Begleitung, richtig? Das ist Mila Morgan. Okay. Willst du mir besser erzählen? Jetzt hast du also eine neue Frau, ne? Frau Mahandi. Hast du eine neue Identität, ne? Du hast eine neue Frau. Stimmt nicht. Ja. Sie bringen mich da in eine sehr schweren Situation, Herr Doktor. Weg. Wieso? Weil du dir jetzt denkst, ich hab eine Angepfeuern. Ja, aber sie, äh, also letztens, als du hier warst, hast du, da kamst du doch mit den zwei anderen Blonden. Hör auf damit, die glauben das. Das ist ein Lügendoktor. Der lügt. Will gar nicht heute sein, dass es ansteht. Das ist ein Lügendoktor. Nein, ich hab einen Scherz gemacht. Alles gut. Ich setz mich besser hin, okay? Mama, nicht so ich scherze. Dann kann ich das Bein so hochheben, was wehtut. So, Herr Kusch, wie kam's denn zu der Tasernadel? Ja, da fragen Sie mal meine bescheuerten Freunde. Ach, voll wieder. Dann setzen Sie sich mal kurz hier auf das Bett, auf das Behandlungsbett. Okay. Und machen Ihren Oberkörper frei. Ja. Wer denn? Hast du schon mal eine Tasernadel rausgezogen? Oder also... Ja. Okay, na dann... Die müsste noch am Rücken dann sein. Also, und, ähm, das ist ein Nadel, äh, da verspürt man auch so einen kleinen Stich, wenn du verstehst. Ist der ein Kopieren im Hintergrund? Mach ruhig, du kannst mir ein Spiel tun, ich bin ein Garner. Das gucken wir mal. Ich würde es dann noch einmal genauer angucken, bevor ich da... Oh, sag ich mal was da. Die haben Rücken. Okay. Dann, äh, würde ich jetzt vorsichtig einmal ziehen, ne? Ja, mach ruhig. Okay. Auf drei. Hast du Rücken? Auf drei, ja? Ich beiß auf meine Zunge. Mhm. Eins, zwei... Hab sie angelogen. Kauf! Okay, jetzt aber wirklich auf drei. Okay. Und eins. Hab sie wieder angelogen. Das ist gemein. Ja, aber war es jetzt schlimm oder nicht so schlimm? Ich hab nichts gemerkt. Ja, können Sie mal sehen. Oha, das ist voll der psychologische Trick, ne? Ja, dann muss ich einmal den Finger nehmen. Meinen Finger? Ja, da muss ich einmal kurz reinpiksen fürs Testgerät. Okay. Dann, äh, null positiv, sagt das Gerät. Dankeschön. Ich bin nicht besoffen. Nein, das ist Ihre Blutgruppe und der Resusfaktor ist positiv. Genau. Das heißt, Sie haben eine relativ seltene Blutgruppe und der Resusfaktor ist positiv. Kann ich Blut spenden für Geld? Ähm, Blut spenden können Sie jederzeit, sehr gern. Ähm, Geld gibt es dafür noch nicht, aber bestimmt etwas leckeres. Soll ich Blut spenden, so 10 Liter? Ja, 10 Liter haben Sie nicht mehr in Ihrem ganzen Körper, aber, ja, Sie können es ja versuchen. Na, der Münch ja tot. Äh, drehen Sie sich noch einmal um, dann würde ich noch einmal kurz eine Salbe auftragen, damit da sich nichts erzündet. Einmal den Rücken zu mir. Ja, das reicht. Okay. Komm ich dran. So, ich würde den Namen auch nur kurz eine Wund- und Heilsalbe drauf machen. Den Namen können Sie wahrscheinlich selber erraten. Ähm, Bipatien. Genau. So, dann einmal hier drüber, da drüber. Dann mache ich da noch ein kleines Pflaster drüber. Ja, eine Kompressorrechte aus, genau. So, einmal hier. Uh. So, dann sollte das auch wunderbar sein. Das klingt, als würde ich meine Hose ausziehen. Da klebt das auch immer so. Ähm. Öfters die Hose wechseln. Nö, ich mag die Jeans. Mehrere kaufen? Ja, das könnte ich tun. Ja, dann kleben die auch nicht immer so. Das ist eigentlich nicht normal. Aber, nee. Das mit der Tesernadel, das ist jetzt so weit entfernt. Keine größeren Schäden. Viel schlimmer ist das linke Bein. Also, bei der Eintrittswunde kann es zu leichten Verbrennungen an der Haut führen. Ja. Auch zur Herzrhythmusstörung im schlimmsten Falle führen. Aber, also, du siehst ja selbst, es ist nur ein kleines bisschen gerötet. Naja, das ist, an dem Teser gibt es ja so einen, so einen Dreher, wie hoch der eingestellt ist. Mhm. Der ist ganz niedrig, weil die finden das lustig, die Toten. Du brauchst jetzt auch keinen Verband oder so, das reicht aus. Ja, ich hab einfach kurz ein Pflaster. Schlimmer ist das linke Bein am Knie. Ich glaub, nämlich die Kniescheibe ist rausgesprungen kurz. Da ist nämlich Nick da dran. Das fühlt sich an, als wir da Wasser drunter. Also, da haben Sie auch noch was? Ja, ich bin ja von den Leitern so runter. Ich hab die Leitern dann fallen, so losgelassen. Okay, das linke Knie haben Sie gesagt? Ja. Ich hab da auch schon so eine Bandage gestern dran machen lassen. So ein Chona. Von wem? Von meinem vollen Bademeister. Okay, also kein Mediziner. Mhm. Was für Pupuhaare? Dann kreppelst du hoch und desinfizierst das normalen Mast. Ja. Genau. Gut. Ich würd dann einmal hier das Hosenbein hochkrempeln. Keine Sorge, ich schneid mein Fuß mal. Ja. Halt, stopp. Geht er durch den... Ja, der geht durch den Schuh. Bitte ist. Was, ich hab nix getan. Bila kuschelt mit deinem Popohaaren nachts. Wer haut wem Popo? Bila kuschelt mit deinem Popohaaren nachts. Ja, wir haben da auch ein Kopfgessen gemacht. Okay. Ich würd dann einmal den alten Verband kurz einmal entfernen. Okay. Aber nicht meine Lieblingsjeans kaputt machen. Die hab ich auch gekrempelt, damit da nix ankommt. So, dann... Ja, das sieht immer noch sehr gerötet aus. Ja, das fühlt sich auch ganz komisch an, wenn ich laufe. Ich kann nur sumpeln. Okay. Dann... Welches... Für mich nochmal welches... Linke Beine. Welches Knie? Linke. Ja, linkes Knie. Guckst du nochmal drüber, ob die rausgesprungen ist so leicht? Ich hab das auf jeden Fall gemerkt. Die springt normalerweise auch wieder zurück. Ja, aber die ist nicht rausgesprungen, dann hat er wesentlich größere Schmerzen. Dann würde er hier nämlich rumheulen. Ja. Und die kannst... Siehst du ja, wenn du sie anfasst, allein die Motor... Also sie liegt richtig rausgesprungen. Dann sieht die völlig falsch aus. Völlig verdreht. Okay. Das ist einfach nur eine... Dann würde ich da einfach... Jay wieder halbe Eminem im Chat. ...machen. Nee. Die ist noch offen. Was? Die ist noch offen. Blutet ja noch ein bisschen. Also, äh... Da, 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 da... Da würde ich das erstmal säubern. Ich hol mal kurz zurück zum Säubern. Genau. Dann krieg ich wieder da. Immer in Lanko, immer. Wo sind sie denn da langgeratscht? Langgeratscht? Ich hab wahrscheinlich einen Leiter. Ach so. Ich hab auch keinen Täternusimpfung, ne? Ja, dann machen wir das mal besser jetzt. Dann hol ich nochmal eine Spritze. Nila, ich bekomm ganz viele Pizzen. Du bist nicht an meiner Seite und machst mich umarm. Ähm, sorry. Ich bekomm einen Täternusimpfung. Täternus war arm, ne? Mhm. Dann einmal hier kurz... Die muss, glaub ich, in den Muskel rein, ne? Richtig. Boah, ich bin schlau. Aber bitte nicht anspannen, das ist kontraproduktiv. Aber mein Arm ist immer angespannt, weil ich bin Maschine. Ja, sie wird direkt unter die Haut gespritzt, so gut an. Dann kurz einmal entspannen den Arm, auch wenn es schwierig scheint. Okay. Okay. Dann, ich würde sie auf drei piksen. Okay. Eins, zwei, drei. Ha, nix mehr. War das jetzt das, äh, empathische Aua? Mhm. Schmerzübertragung. Mila, so, oa? Ja, meine Nase muss geguckt werden gleich, ähm, weil die ist zu. Und tut ein bisschen weh, aber ich kicke in der Bette von dem Herrn hier vorne. Okay, jetzt ohne Vorerwartung mache ich was ganz Fieses auf das Knie. Glaube ich nicht. Nicht mit, wow, das ist geil. Eigentlich stinkt das nicht mehr. Okay, das soll da eigentlich brennen. Jetzt ist das eingespült mit der. Aua, aua. Stopp. Ah, da brennt's. Okay. Gut, dann tupfe ich das einmal so ab. Weiß nicht, was ich dir gesagt habe. Jetzt ist das Blut noch ein bisschen weg. Ja. Dann, das sieht nicht sehr tief aus. Äh, ich würde da trotzdem, äh, leicht nochmal was Befantäne drauf schmieren und dann Verband anlegen. Ja. Boah, ich werde immer eingeschmiert, zu Hause nicht. Ja, müssen Sie sich bei Ihrer Freundin beschweren. Ja, Mila, schmier mich mal ein. Niemand beschwert sich hier jetzt. Dann einmal kurz hier Befantäne drüber. Und dann würde ich jetzt einen Verband drum wickeln. Ich bin ein verletztes Reh heute. Verband ausholen und dann einmal drum wickeln. So, jetzt ist es noch ein bisschen straffer hier. Gucken Sie mal, ob Sie das Bein noch vernünftig bewegen können. Hm, bevor ich jetzt ganz zumache. Das passt so. Okay. Das geht. Dann klebe ich das einmal noch fest. Haha. So, dann sollte das nicht abgehen. Dann gebe ich Ihnen noch einen Wechselverband mit für später. Nee, dann kann er sich auch in der Apotheke holen. Ja, oder so. Wollte ich dir eben vorhin schon sagen. Dann einmal selber. Aber Schmerztapette würde ich gerne nehmen. Bitte? Die können Sie, wie gesagt, sich jederzeit gerne in der Apotheke holen. Auch in der Apotheke? Mhm. Aber die knallt nicht so gut, ne? Eure sind besser. Ja, aber da sehe ich jetzt keinen Bedarf. Okay, dann werde ich jetzt drohensüchtig. Ihr seid schuld. Dann kriegen Sie dafür Potato-Vedges. Dankeschön. Die helfen auch. Und dann klemple ich einmal die Hose wieder runter. Dann war es das auch. Dankeschön, Mr. Medizin-Männer. Danke für den Dienst. Ich habe eine Rechnung dafür. Über 850 Dollar. Oha. Ach, du bist neu? Ich bin neu. Aber du machst das ziemlich gut dafür. Ja, mach das super. Ich bin müde. Ich schreibe in ihrer Akte auch, Patient wurde auf Tetanus geimpft, ja? Ja, ich wurde noch nie geimpft, ne? Ich brauche alle Impfungen. Oh. Vor allem die gegen Bullshit. Da machen wir noch mal einen Extra-Termin für. Okay. Ich wurde auch noch nie geimpft. Das ist schon etwas heftiger. Da wird ihr noch erstmal so zwei Tage der Arm wehtun. Mila hat auch manchmal Schaum vom Mund. Dann einmal bitte vom Zähneputzen. Nee, wenn die abends schläft. 850 hast du mitbekommen, ne? Ja, ja. Habe ich ausgestellt. Okay, gut. So, ich gucke mal. Gut, für den nächsten. Jo, ein bisschen numpeln. Ja. Können sich nachher noch eine Ivo und dann noch eine Verband nochmal neu wechseln. Okay. Dann sollte das besser werden. Können Sie in meine Nase reingucken? Äh, was sehe ich dann da? Ein Puppel. Nein, mein Näschen ist zu. Haben Sie eine Erkältung? Vielleicht, Sir. Dann ist das normal. Und was kann ich machen? Schnurfen. Generell einfach aussitzen. Wenn es nicht besser wird, ähm, Hustmedizin nehmen. Ich meine, die könnte man auch kaufen in der Apotheke. Ja, kann man. Dann einfach so einen Hustensaft nehmen, der löst den ganzen Schleim und dann einmal kräftig mit Taschenüchern die Nase putzen. Dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Mir wird aber übel. Wovon? Wenn ich Nase schnufe. Ähm. Ja, weil dein Gehirn mit rauskommt. Dann einfach Nasenspray nehmen und rauslaufen lassen. Und wenn mir dann auch übel ist? Ähm. Dann haben sie einen wunderbaren Freund, der sie, äh, aufhängt, wenn sie... Pfff. Ich weiß nicht, ob der das macht. Dann fahr ich dich ins Krankenhaus. Dann sollen die dein Gehirn fotografieren. Das ist eine ärztliche Anweisung, das muss er jetzt machen. Ui. Ui. Wenn nicht, bin ich nicht mal so nett beim Impfen. Komm, wir fangen in der Apotheke. Ja, dürfen wir schon? Äh, wir sind soweit fertig. Okay, tudeliii. Wenn er sonst noch was braucht, einmal vorbeikommen. Okay. So? Ja, das ist jetzt. Eingesperrt vom Krankenhaus, Mann. Also sowas. Ja, das ist bei den ganzen Nadeln, laufen immer so viele weg, dann kommen sie nicht weit. Ich will auch weglaufen. Du läufst ganz langsam. Bin auch müde, schäfe ich. Dann mach doch Heier. Mach du doch. Ich humpel damit schnell zu. Ich kenn die Wege hier nie. Komm, wir gucken noch mal kurz Fischis. Sollte der Kälte noch schlimmer werden, einfach noch mal vorbeikommen. Ansonsten wünsche ich Ihnen schönen Tag. Okay, doki. Dankeschön. Komm, Fischis. Ja, hallo. Ich hab auch nie Zimmer. Bist du am Park? Wir kommen auch gleich. Wir müssen noch zum Krankenhaus. Apotheke. Wir müssen noch zur Apotheke. Okay. Was? Joko fragt, ob er uns da irgendwas holen soll. Ne, fang selber. Ne, fang selber. Er will die nur wieder anlecken, die Tapetten. Wuluh. Komm, Mademoiselle. Krankenhaus in der East-Zeit. Damina, die Ärztin, die ist ganz böse auf. Du musst aufpassen. Ich bin gar nicht böse. Du? Okay. Du bist voll böse. Ich hab mir grad Gummibärchen an den Wollen, die sind vergiftet. Ja? Anruf auf uns. Du holst dich mal. Entspann dich mal, wobei ich denke, es ist so böse zu dir. Mila, Hilfe! Ja, was die Verbrechen. Mila, die wollten schauen. Dann hau ich zurück. Wo haben wir gepasst? Das vorne. Da vorne, du fragst. Na, hör mal, hier laufen Leute. Du Verkehrsraudi. Genau, vorsichtig. Verkehrsraudi. Da können sich jemanden verletzen. Ich fahr. Ich fahr. Hast du Helm? Ich hab Helm. Ja, ja, ja. Ähm, den hab ich... Hier. Hopp. Das tut weh beim Schalten. Soll ich schalten? Man schaltet mit dem Fuß. Ich mach. Ja, du willst nur fußeln, ne? Hm. Und dann weinst du wieder, wenn ich dich schneide mit meinem Fußnagel. Ich weine nie. Doch. Mhm. Doch. Und wann? Immer. Das ist gar nicht wahr. Doch. Äh, äh. Komm, du bewillst du Bunker? Ähm, ja, ich muss da gleich anrufen. Mhm. Was brauchst du? Kaufst du selber? Ich bauch ein Hustenlauf. Ähm. Erkältungsmittel bauch ich. Und Ipofen will ich einmal. Ich kaufst du selber? Dankeschön. Ja. Ich bekam zwei Flaschen, ähm, Littaripofen. Hm. Dankeschön. Tschüss, Frau Mien, Miss, Miss, Mien, Gimmalei. Okay. Oh, Frank ruft an. So strangehen? Was will der denn? So strangehen? Okay. Aber wenn... Wir machen kein Geisenname. Also, okay, hallo. Hat bitte aufgelegt. Das blöde Auto steht schon seit gestern hier, ne? Ja, ne? Das wird einbetoniert. Ja, ne? Keine da. Doch Choco. Ah. Grüße. Wir waren im Krankenhaus. Ich finde das schön, dass ihr mit Helm fahrt, ne? Der Sicherheit geht für Teamarbeit. Das stimmt. Weißt du, wer mich gerade angerufen hat? Nee. Der Funk. Von Kieselstadt. Ah. Bin dran gegangen, aber dann hat der auf... Nix. Bin dran gegangen, aber dann hat der aufgelegt. Wir sind ein Park. Ja, der Max und John sind gerade kurz vorhin gefahren. Ja. Nö. Mila muss mich hier... Muss mich immer eingrämen jetzt. Warum? Wegen der Schlägerei gestern? Mhm. Und Kieselstadt muss mich fangen. Ja, ich muss mich fangen. Ja. Warum fangen? Na, wenn ich umkipp? Achso, genau. Ach. Und wenn Wasserpfetze ist, muss ich meine Jacke drüberlegen. Weil ich bin ein Grand-Haldemann. Ah. Hä? Was lachst du? Nee, finde ich gut. Das ärztliche Anweisung. Da kommt Luper Wille bei Unka. Ja, ich kot schon beim Schlüsseldienst. Da ist ein Flachwächser. Du brauchst einen richtigen Sonntag heute, ne? Gut seht ihr aus. Ein bisschen... Mila hat meine Hose an. Ich bin in Schafanzug. Sieht trotzdem gut aus. Danke. Wille bei Unka. Hey, dach Götis. Hallo. Hi, Mila. Dach, Jeff. Hä? Da ist Schoko. Wie? Jeff? Das ist richtig. Warte mal. Nee, ich schmecke aber nicht nach Schokolade. Das ist aber rassistisch. Ja, falsche Seite. Eher nach Salz. Du hast viel geschwitzt heute, kann das sein? Das ist richtig. Hast du eine Nummer geschoben? Mit wem denn? Steffi ist da abgehauen. Ja, aber es gibt ja noch ein paar andere Frauen hier, oder? Hi. Wie siehst du denn aus? Ich habe fettige Haare, habe nach hinten gegiert heute. Ihr Opa will die Bonkaberskiller ab? Ach, nicht viel. Ich habe jetzt mein eigenes Taxi. Das ist mir. Uh. Ja. Ich bin schon mal, wie ich das hier dafür habe. Was? Bin ich immer gespannt. Ich wollte das eigentlich rot-weiß lackieren, aber das hat der Chef gesagt, ist nicht. Bist du jetzt fest eingestellt? Ich bin sogar bald der Fuhrparkmanager. Was heißt das? Ja, das heißt, ich kümmere mich um alle Taxen. Gucken das alles. Verbandskasten, Warndreieck, die Schlüssel. Also ich muss mich quasi um die Taxen kümmern. Ja. Und irgendwann verdränge ich den Hans-Peter und dann mache ich ein Kölscher-Taxi-Unternehmen da draus. Ihr Wichser. Dann verkaufe ich Blutfunk und Frikadelle. Der Punk hat mich angerufen. Ja. Und? Bin dran gegangen, aber dann halt aufgelegt. Hat der denn das Telefon wieder geschönt? Nein. Hat der einfach aufgelegt? Na, ich glaube, in dem Moment, wo ich auch angenommen habe, hat er aufgelegt. Ja, dann ruft der Bade-Mais-Geläch zurück. Wo ist der überhaupt? Ist er hier? Ist er schon am Poolbein gewachsen? Noch nicht. Nee, John-Max sind weggefahren. Mila. Warte mal, jetzt habe ich mich gesagt. Ja? Soll ich dir Geld geben? Warum? Du hast ja nur den Kartoffelsack da drüber geworfen. Ich habe gesagt... Achso, ja. Bitte? Das ist ein Jutebeutel. Achso. Ja, die Schlafanzuchhose sieht gut aus. Das ist meine. Echt? Mhm. Wir haben wieder Worschtag. Okay. Ja, doch wieder Liebestöter. Soll ich eure Klamotten mitnehmen? Klatsche ich die nachher mit auf den Stein? Was habe ich auch? Gehst du doch am Kanal, deine Klamotten waschen? Ja, sicher. Klatschst du die mal auf dem Asphalt? Ja. Ich dachte, Steffi macht das. Steffi ist abgehauen. Ey, die schickst du das jemand nach Dubai? Hä, die ist doch in Vegas. Kann ich da modeln? Ja, Vegas. Ne. Braucht es dauert zu lange, bis es wiederkommt. Da glaube ich nur Geld abverzocken. Ich hoffe nicht meins. Opa, weil die Munker im Stadtpaket dauert nix mehr, ne? Ach, das kannst du vergessen, ne? Was sind denn die ganzen Leute? Ich weiß sie nicht. Jack's Green ist nicht mehr da. Wir haben gestern den Daniel kennengelernt. Daniel? Mhm. Der nett. Der war ein bisschen überfordert mit uns, aber wir haben den Job klargemacht bei Cody. Okay. Da hat er heute Bewerbungsgespräch, 1, 20 Uhr. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Sollen wir dann da sein? Wir gehen jeden Tag nach Cody's? Ja, nein, und dann auch zu dem Gespräch. Dann gucken wir uns das von Weitem an, wie das läuft. Ich glaube nicht, dass der da hinkommt. Hä? Irgendwie hatte der keinen Bock. Hast du doch nicht erklärt. Weißt du schon, dass Cody's hierhin zieht? Ja, habt ihr, habt ihr mir ja schon erzählt. Ich glaube, du da auch letztens beim, beim, äh... Und hier öffnet auch eine Bahn, ein Schichtbau. Okay. Das macht der Schwabbel. Was macht denn hier das nächste... Wann ist das nächste Spiel vom 1. FC Junkie Park? Ja, wir hatten gestern eigentlich Angst. Aber die haben... Sind nicht aufgelaufen auf dem Feld. Echt denn? Mm-mm. Die hatten Angst vor uns. Die haben wohl gehört, dass wir immer faulen. Das... Das kenne ich auch noch von früher. Wenn wir auf dem Feld gegangen sind, da sind die anderen auch immer laufig gegangen. Du hast ja auch einen scheiß Hoodie gegangen, du Wixler. Oh, sorry. Was? Was? Hallo? Ja. Was wird das jetzt hier? Rap am Sonntag? Wie ist es? Chatbattle oder was? Gut, und dir? Ja. Erste FC Köln, ne? Ja. Cool. Ja, na klar. Was denn sonst? Ich hab keine Ahnung von Fußball. Das ist ja nicht schlimm. Geile Flanke hast du gerade gemacht. Ja? Ja, ja, ja. Niceer Pfosten. Abseits. Niceer Pfosten, dann stehst du der Stall wieder oben? Abseits oder Abseits? Nice. Abseits. Und Kopf und Fuß ist Apfelmus, ne? Richtig. Warum haben die eigentlich nicht einen großen Stall unter den Schuhen, sondern immer ganz viele kleiner? Das ist hier ein großer, viel effizienter. Und warum spielen die Bundesliga nie auf Ascheplatz? Ja, damit die sich nicht verletzen. Warum spielen die nicht in der Halle, wenn es regnet? Da ist es zu warm. Die haben doch dicke Pullover an. Ne? Dann schwitzen die wieder zu sehr. Ich find das lustig, wenn die immer so im richtigen Schneesturm spielen würden. Ja, Mann. In Sibirien. Die so versuchen, einen langen Ball zu spielen und der geht dann so fünf Meter da vorne. Wie deine Zukunft. Das ist nicht so wie beim Football. Habt ihr das mal gesehen beim Football? Weil. Na, ich guck keinen Football, ich guck nur Gold. Ja, Ronny. Und D-Max. Goldbruschen in Lasca. Ah, der geht's gut. Da guck ich immer die Baumhausen. Guck ich mal die Mila immer. Baumhaus haben hier. Was, haben wir uns ein Baumhaus gebaut? Ja. Ja. Oh, das ist ja schön, Ronny. Fertig heute. Äh. Weißt du, was mir gerade einfällt, Ronny? Oh, hat der Graffer jetzt gefunden, der Wichser? Wo bist du? Oh, die Enttäuschung. Ich steh, ich steh gerade hier. Äh. Ne, du. Ich brauch dich hier quasi. Du musst noch was fertig machen. Noch was malen. Hallo? Warum redet ihr in den USA über die Bundesliga? Hast du Kundschaft denn für mich jetzt mal? Bist du gegen die Wand gelaufen? Wir reden in Deutschland auch über NFL. Okay. Und über Football. Dann komm ich gleich mal zu dir. Wo bist du? Es gibt doch auch Fußball in Amerika. Ich bin am Park. Junkie Park. Kommst du auch dahin? Wer ist das? Hast du mich Junkie genannt? Ja, wohl nicht. Gegenüber von der Polizei verwahrstelle. Komm mal hier hin. Ne, ich achte nicht auf den Kapper. Du Ärgerer. Voller Wichser. Äh. Gegenüber von der Polizei verwahrstelle. Da, der Park. Da kommst du hin. Ja, richtig. Gleich. Schreckt die Reaktion. Die pennen doch alle hier. Wolltest du holen hier? Ja. Ist das dein Kumpel? Ja. Weil der ist schon ein bisschen komisch, ne? Ich finde den irgendwie ganz knuffig. Ich mag den. So ein bisschen wie so... Weiß ich nicht. Kommt, Dreckengard ist der da. Hi, Jamis. Guten Tag. Wer bist du? Jamis. Rede, rede nicht mit mir. Kannst du mal lauter reden? Ja, was willst du von mir? Red doch mal lauter. Warum flüsterst du? Ich rede laut genug. Achso. Hast du eine Meere-Schrauschen? Bei dir eine Bohrmuschel drin, ne? Hast du eine Muschel mit? Weiß ich nicht. Weißt du, ist das der Skulli da hinten? Nee. Oder ja. Der Schwab, er kennt schon seinen Haaren. Aber ich nenne ihn jetzt extra gleich Skulli. Dann regt er sich wieder auf. Skulli, Skulli, Skulli. Skulli, Skulli, Skulli. Ja, ja, genießen. Pen, Pen. Wer könnte es? Wer ist eigentlich noch mal da mit den zurückgegelten Haaren? Das ist der Pen. Okay. Pen Fika. Der stinkt. Okay. Unter den Armen oder wo? Überall. Kniekehle. Kniekehle? Boah, das ist aber immer besonders... ...geruchsempfindlich. Meine Kniekehle, mein Bademann. Herrlich? Geht ihr zusammen baden? Na klar. Und halt mal, wer am Stöpsel sitzt. Da brauchen die bloß 200 Milliliter Wasser, wenn die zusammen reingehen. Mila, wer sitzt am Stöpsel immer? Nachsam. Ach. Was geht ab, Skulli? Der gehört es. Ey. Das ist so ein Ding, Alter. Habt ihr auch Quietschehändchen und sowas? Mhm. Und Piratenschiff. Er auch. Darf ihn aber nicht mitspielen. Okay, und habt ihr auch so ein Hai, der untertauchen kann? Ja. Wo die Spitze immer ab und zu... Wir haben auch das Monster von Loch Ness. Ja. Lass den Hals rausgucken. Nein, ab und zu. Mila, schreck dich dann immer. Boah. Boah, stimmt noch ein Yadi. Was wollt'n ihr hier? Hi Roni. Na klar, ist der Roni von Yadis. Ja, nix. Der ist eine Enttäuschung. Schwabbel, was ist mit deinem Shisha-Bar? Ah, nein. Ja, wir müssen noch mit diesen Diensten reden. Warte mal. Der Roni wollte uns ein Bild malen, ne Mila? Ja, deswegen soll ich das ja dann... Hat der nicht. Ach, das... Ach, wir müssen noch mit Architekten quatschen? Ja, eigentlich schon. Ich weiß ja nicht, was er braucht. Ähm. Wo wird das denn eigentlich hinkommen, Curtis? Was denn? Ja, da hat was du erzählt, dass hier der... ...Colis. Curtis kommt da hinten hin. Wo ist da hinten? Da am Parkplatz, oder was? Ja, da wo der Herzauberwand ist. Genau. Ach, da, ja, okay. Da hat nen Laden. Ja, und da kam da hin. Unser halber Darm, bin im alten Theater. Ah, verstehe. Kommt ihr ja Leben wieder hin, ne? Und da vorne bei Heimmann, die Bar kommt Shisha-Bar von Schwabbel. Wie heißt der? Schwabbel? Schwabbel. Ja, tachtsam. Du bist das Schwabbel. Wie, wie spricht man da aus? Ja, Schwabbel, wie das Fett. Ach so, okay, Schwabbel. Ja, weil ich so Schwabbel, weißt du? Wenn ich renne. Da kenne ich auch eine, die hatte auch früher... Und Strupp die Stange, ne? Schwabbel, ne? Schwabbel. Was? Strupp die Stange auch, ne? Ja, natürlich, aber da müssen wir auch so ne Frau finden für... Ich kenne eine. Wir brauchen auch ein, zwei Spieleautomaten. Ja. Gute. Ne Frau früher, die war auch sehr... Die Janna S. Schwabbel, Wabbel. Die war super, die Alte. Die ist ja jetzt ne Oma. Die hatte immer den Leoparden. Das war ein Tiger. Ne Leoparden. Das war ein Tiger. Leoparden. Tiger. Das hast du auch gesehen. Das war ein Tiger. Ein Leoparden. Nein, nix, Leoparden. Wie hast du das denn gesehen, wenn's mitten durch die Backen ging? Ja, oben, das Stückchen mal rausguckte. Das war trotzdem Tiger. Voll die Seuche. Ja. Tiger-Tanga. Ja, aber das war hypergierig, das Teil. Ja, sollen wir deinen Bauchnabel piercen, geh? Was? Mhm. Sollen wir einen kleinen Sternen reinmachen? Sternschnuppe? Oh-oh. Why? Das ist aber schlecht mit einem Bauchnabel piercen. Da kannst du immer so schlecht die Fussel daraus pillen. Das machen wir bei dem L.A. mit Staubsauger. Echt? Manchmal verstopft er aber dann. Der Staubsauger oder der Bauchnabel? So wohl das auch. Heute ist ein richtiger Sonntag. Jax, den mögen wir uns voll, ne? Wer? Klar mag ich dich mega. Wir beide? Sehr gerne. Ja, wir beide. Jetzt du nicht oder du nur noch bei der Wonka? Nein, du und ich? Ja, ich mag euch. Beide auch sehr. Dich, den Hurtis. Aber was ist mit Oma Jutta? Ihr heiratet den Mullen nicht. Nee, ich muss mir doch... Kann ich ja nicht, weißt du? Warum? Ja, ich muss mir doch die Option offen halten. Der Haufter kommt noch eine 20-Jährige vorbei. Als ob du noch was anderes abbekommst. Guck dich mal an. Flachwechser. Danke. Der Jeff, den mag ich nicht so sehr. Der hat mir nie seinen Centorno gegeben. Glaub ich dir. Was? Ja, nur mal fahren lassen. Die ganze Nacht hat sie dich. War das aufgerissen? Ja, ich... Ronny, du Flachzange, wo ist unser Bild? Okay. Ich hab's noch nicht geschafft. Ja, warum nicht? Du wolltest die Mila malen. Du hast gesagt, du nimmst das jetzt immer mit. Du bist schon wieder in Enttäuschung. Wie immer. Nee, ich hab's ja mal. Was ist denn fertig? Ich zeig's dir noch nicht. Warum nicht? Hast du noch nicht ausgemalt? Ja. Ich glaub, du bist ein Logener, Ronny. Nein. Ich geh mir jetzt was zu essen holen. Komm, aber Colt ist halt um Schauf. Aber wir haben doch was. Achso. Okay. Ja, was ich mach? Ronny, du bist ein einziger Enttäuschung. Und du bist kein vernünftiger Künstler. Das hab ich nie gesagt, Sir. Habt du wohl. Und du wolltest mir Ausweise besorgen. Dafür hast du gar nichts gesagt. Vor allem für die Yadis. Sie brauchen immer neue Identitäten. Also ich muss mal kurz dahin, wo Mila auch hingeht. Das ist jetzt aber eine Unterstellung. Ich hab dich im Auge, Ronny, ne? Reda! Ronny? Gleich klatscht es, bis du verschwindest. Ronny. Look into my eyes. Ich mein's ja. Es kann sein, dass du dumm bist oder so. Ich hab doch gesagt, ich klatsche den einen, bis du verschwindest. Boah, toter Sonntag. Ja. Am liebsten wünschen mir 5 Liter Milch und Zinni Minis und Appel in der Haiebauf. Oh, Zinni Minis. Das ist doch hier die Würstchenkette, ne? Lieben Karl und die Annette. Was, Zinni Minis? Und die Ruth finden Mini-Winni gut? Das waren Mini-Winis. Ach, das ist wieder was anderes. Von Maika? Ja. Das sind Würstchen. Wir reden von Korn. Kornflakes. Ja, stimmt. Isst du keine Kornflakes? Doch. Obwohl Zinni Minis sind nicht mehr so cool. Foodloops sind besser. Ja, die isst ich ja noch. Und trinkst du? Oder diese Tresor-Dinger, weil diese unoriginalen. Nicht die originalen. Nee, nee, die originalen, aber da gibt es diese Packung mit den drei verschiedenen Sorten Füllung. Pah. Doch, lecker. Nur mit den Nougat. Nee, drei verschiedene Füllungen. Doch. Mnö. Du bist alt, du isst eh nur Suppe. Viel leckerer. Nee, noch nicht. Jutta ist nur Suppe. Hast du noch 10, ne? Ja, klar. Ich hab die Jutta schon bei Cody gesehen. Ja, die zieht ja aus. Aber das ist, das ist dann nicht so gefährlich. Für mich. Bade. Sag dir bitte am Tuscheln. Uff. Hallo. Ich will auch lachen. Die Mila tut mir mein Herz der Opel in den Bunker, ne? Das ist nicht wahr. Was macht die Mila? Dann lacht es weh, du. Ja. Die lacht immer mit anderen Typen. Mit mir lache die nie. Mit dir lache ich wohl immer. Du, ab wann hast du das letzte Mal mal einen Witz gelacht? Ja, siehst du? Nö, das ist Fake. Dann erzähl nochmal. Äh, ich hab, wir haben, wir haben schon aufgelacht und geweint bei Titanic, als wir den geguckt haben. Du hast gestern geweint. Du hast geweint mit mir. Echt? Wir haben ja mit Titanic geguckt. Mhm. Und bist du dann auch, wenn du rausgegangen bist, hat die Mila gesagt, hat, wie kommst du? Na, aber ich hab die Mila auch auf dem Blattpapier gemalt und mit Bleistift dann. Wie der Cabrio und die Frau im Film. Ach so. Aber bei mir waren nur Strichmenschen mit zwei großen Hupen. Und Mila hat auf meinem Bild unten drei Haare. Aber sie hat gelacht. Das ist wichtig. Mila, kennst du noch den Song von dem Film? Nee, von Titanic. Weiß nicht. Welcher Song ist der Nummer? Ja, dieses von... Every night in my dreams. Every time without you. I feel you. Ja, ja, ich kenn das noch. I see you. Steh den Swag auf. Takutin. Wie gesagt, wutup. Wutup. Ich hab's ja Bubbles fertig dran. Das kann ich auch für das. Und ich hab gesungen wie ein Engel. Guten Tag. Würdest du mir das auch mal sehen? Tag. Nein, jetzt nicht. Holt nicht. Okay. Aber Mila hat gesagt, die ist den Scheiße. Ehrlich? Das kann nicht sein, Mila. Ist eigentlich wieder alle Dudes zwischen euch. Ja, wir haben das gestern nur ausgebombst. Ui. Sehr gezählt. Was ausgebomb... Wie sieht das aus mit deinem Boxtraining? Leider bin ich heute verletzt, weil einer von euch meinte ja mich gestern für eine Leiterrunde zu Hotel sein. Ja, bedankt dich beim BT. Aber das ist ja kein Hindernis. Ja, aber ich kann kein Cardio machen. Äh, du gehst zum Boxtraining, gehört das? Wir haben null Dings schon, weil ich krieg ihn aus dem Maul. Ja, pass auf, dann kommst du mal. Hast du nächstes Wochenende Zeit? Ich hab immer Zeit. Ja, dann muss ich gucken, ob wir Tickets kriegen. Dann fliegen wir nach Köln. Und dann gehst du mit. Faustkämpfer Kalk. Da hab ich früher gelernt. Das sind die besten Jungen. In der Zielkombi, die trainieren ich mich. Ach so. Ja, gut. Oh, nee, du Flasssang. Der Kieps, der trainiert in der Rütze. Ich bin gar nicht zu spannender, wo sie war. Ich hab schon wieder vergessen, was ich dich gefragt hab. Oh, ich dachte, das ist ja hohen. Ah, sag schön. Schöne Brille. Eigentlich hast du mich grad gelobt. Ah, nee, du hast gesagt mit dem Ausweis. Enttäuschung. Ausweis. Kannst du mir auch so ein Ding machen? Ja. Ja, ich brauch ein paar Ausweise. Gehen wir auch durch bei der Polizei? Ohne Probleme und Zoll. Wie, nee? Ja, ich muss zu dem Knast. Dörg und Menschenfälschung. War das so schlecht oder waren die Cops einfach nur gut? Das war schlecht. Die waren schlecht. Nein, der Ausweis noch schlecht. Wir brauchen einen richtigen. Einen guten. Mir zu, den mal sehen. Ich hab den schon gesehen. Alles gut. Da sind mir die Augen schon ausgefallen. Ja, dann war ich so, was auf dich zukommt, Sir. Ja, ich brauch aber mal einen guten. Ich würd trotzdem so einen nehmen. Okay. Machst du da auch andere Namen? Ja, Max muss da mal. Jetzt höchst du. Du bist Klaus Knebel. Brad Burterson. Okay. Aus der Stadt Gegenschau. Das ist der Hase. Ich will auch einen. Oh Gott. Ich krieg hier nicht mal die Giraffe hin. Ja. Ja, Stensi. Findest du alles im Discord noch? Ja, gut. Also eigentlich ist dein Problem, dich auf die Giraffe zu malen. Vor allem mit einem V8-Motor. Ja, das kann mich malen. Soll ich dich malen, Mila? Ja. Okay, guck mal her. Stell dich mal vor mir. Okay. Gib mir deine beste Fläche hin. Ich glaube, du bist ja. Ich glaube, wie ich süß bin. Okay, ich mal dich jetzt, okay? Aha. Okay, während du sie malst, geh ich mal Pipi machen. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Komm Pipi machen oder normalen? Normalen. Ah, okay. Tschüss, Hochleistungsschleppe Spaß. Mann, das ist doch dumm. Jetzt ist der Sound weg dann. Also ich sag's dir, Ronny. Ich bin ein guter Dokumentenfälscher. Meine gehen durch. Durch was? Ja, durch den Zoll und alles. Ja, dann kannst du mir vielleicht ein paar Tricks geben. Ja, du musst das ein bisschen genauer machen. Ich bin ein besserer Pfälscher als ihr. Nee, ich glaube nicht. Wann ich mich machen? Schwabbel. Boah, hat das Schwabbel gesagt. Lass los haben. Nein, nein. Hat das von mir einen riesigen Namen. Tschüss. Macht's gut, ihr Schweine. Bye, bye. Fuck, der ja, dies. Ja, die sind kacke. Ja, ja. Schlimm. Bumila, deine Nase ist so mal ein Schwer. Echt? Warum? Weil die so schief ist. Gar nicht wahr. Warum? Warum musst du dich schmerzen? Sogar ich wüsste, dass ich sowas niemals sagen dürfte. Pause doch einfach ab. Curtis, halt dir das Blatt ins Gesicht und malt rüber mit dem Stift. Wie soll das denn gehen? Ja, das ist gut, hör mal. Das ist gut. Ja, abpause. Das Gesicht schwarz anmalen und dann einmal fest mit dem Blatt draufdrücken. Ja. Wird auch gehen. Naja, das ist doch dumm. Ne, 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 ne. Na klar ist das dumm. Nein. Das ist hochintelligent. Hm. Naja. Sonst hole ich den WWW, der macht dich fertig. Das ist das. Du könntest doch mal mal Passbilder machen, ne? Irgendwo hier so ein weißes Brett hin und dann rennen wir einfach hin. Mit Farben im Gesicht. Boah, ich krieg das nicht vernünftig ein. Enttäuschend. Aber nicht so enttäuschend, wie Ronny ist. Wow. Du hast recht, Entschuldigung. Nicht so enttäuschend, wie Enttäuschung ist. Boah. Sag mal, Nina, was ist denn jetzt wieder sauer hier? Was ist denn los mit dir? Das ist das Schlimmste, was du einem sagen kannst. Ja, aber du hast mich eben enttäuscht. Das stimmt, Ronny. Ja. Weißt du, wie lange Chris gebaucht hat, um mich zu tösten? Lange, lange. Wie ist denn Chris? Und da stelle ich dir auf eine Rechnung. In den Minuten. Ist jetzt schlimm, wenn ich dir einen Zinken gemalt habe? Ronny, willst du eine Post-Rapho? Ich weine wieder, ne? Dann guck dir das Bild immer nicht an. Willst du nicht? Du gibst dir das Bild, Freundchen. Sag mal, Ronny, du brauchst aber eine richtige Post-Rapho. Mit Teste, Kur, alle drum und dran. Eine was? Eine Post-Rapho. Ja, brauche ich es. Was ist das? Eine Post-Transformation. Ja, will ich nehmen. Ich frage besser nicht, warum da in dem Klo ein Fuß liegt. Ja, Ronny, dann müssen wir dich jetzt erstmal einschleiten. Wollen wir gleich beginnen mit der Post-Rapho. Ne, ich muss nachher noch ein Illegalet, Mann. Ja, das ist doch gut für den Boss. Das ist ganz gut. Brauchst du noch ein ordentliches Outfit, Junge. Willst du noch am Malen? Boah, wieso ist eigentlich scheiße hässlich? Den kannst du nicht zeigen. Boah, mir, ich hab dich echt gut getroffen. Oh Gott. Ja, nun, zeig schon. Ja, warte, bin ich fertig. Ja, und jetzt stell dir vor, du musst auf die Grappe machen, die schwarze ist. Mit dem V8-Modor. V8-Bi-Tubu. 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 Oh, nee, ist das der Jon? Ja. Oh, willkommen. Ach. Ach. Gut sieht's aus. Ich hab Schnotty in der Nase. Nase putzen. Nein, davon wird mir schecht. Was ist das denn? Das ist ja immer ein Nasenloch. Weil Schnotty eklig ist. Ehrlich? Mhm. Du sollst halt auch nicht runterschlucken, du sollst halt rausputzen. Ja, aber man sieht es doch dann schnotty. Ja, dann guck nicht hin. Aber das ist wie ein Unfall. Außerdem muss ich ja sehen, wie groß mein Puppel geworden ist und den dann wieder reinstecken, damit er noch weiter wächst. Du musst den sammeln. Du musst den rausziehen und sammeln, dann tust du den in so ein Gefäß. Ich tu mein Puppel immer zurück in die Nase. Ehrlich? Mhm. Oh, das Nasenloch ist ja eingefallen. Also ich esse die meistens von Meise sein. Ich esse immer die von Curtis. Was denn? Mein Puppel? Mein Puppel, ja. Das stimmt. Da sind Vitaminen drin. Aber Schnotty für sich ist nicht schön. Das ist einfach wiederwertig. Curtis Puppel sind klein und rund. Mit einem Absicht sind sie im Mund. Ja. Stimmt gar nicht. Doch. Ich bin fertig. Zeich, zeich, zeich. Moment. Telefon. Ja. Ey, passt mal auf, wir stehen ganz viele Autos vorm PD. Ich bin auch fertig. Kann sein, dass gleich Razzia ist bei uns, ne? Mit den Nerven. Warum war das denn passiert? Ey, haut nicht ab. Aber guckt, dass ihr vielleicht nichts dabei habt, was kriminell ist. Neunzvorrat. Dass wir nichts dabei haben, was kriminell ist. Ich habe nichts dabei, was kriminell ist. Ja, irgendwie tasert. Oh, ich habe einen dabei, ich frage mich nicht. Irgendwie sowas. Kannst du ja auch vielleicht TK und so sagen. Habt ihr irgendwas Illegales bei uns? Kann sein, dass gleich Razzia kommt, ja? Razzia? Warum darf ich haben? Naja, ich habe auch nichts. Alles gut. Ist die Blutwurst eigentlich illegal? Äh, noch nicht. Oh, es geht, glaube ich, los bei denen. Also, solange sie noch normal sind. Ach, geht doch nicht. Ergestellt wird nicht. Hier stehen eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Karren. Ja, da stehen nur ein Puzzaurus. Aber noch ohne Panzer. Alles klar, bis dann, ne? Bis gleich. Ja. Okay. Okay, bis gleich. So, wer will mein Bild sehen? Ich will auch sehen. Ich will aber zuerst sehen. Oh, sorry. Ich muss sagen, ob gut aussieht. Ja. Hört es? Ja. Darf ich sehen aus wie Mona Lisa? Weißt du, was ich dir schon seit längerem mal sagen wollte? Das meine ich nicht auf die perverse Schiene oder so. Was denn? Ich liebe dich. Boah, tust du nicht? Doch, wirklich. Ich liebe dich wirklich. Nein, nicht so auf die Art, sondern so, mehr so wie ein Sohn. Und ich habe mir gerade auch Gedanken gemacht. Stell dir vor, ich überrede den, ich adoptiere den. Dann hat er voll den coolen Namen. Dann ist er Double K. Wie hast du bekommen? Was ist denn? Das ist er doch jetzt schon. Das ist er jetzt schon. Ach ja, stimmt. Scheiße. Aber dann wäre er Gürtis Kaczmarek. Das klingt viel cooler. Oh, ich möchte Tyrone Kaczmarek heißen. Ehrlich? Tyrone Kaczmarek. Also die Hautfarbe habe ich auf jeden Fall getroffen. Ich bin nicht kippt. Dann bin ich endlich ein offizieller TK. Warte mal, jetzt müssen wir mal. Ist nicht gut. Ich habe mich zuerst erschrocken. Ich habe mir jetzt ein Foto von der Jutta geschickt. Dann kriegen wir meinen Bluetooth an. Ich soll deinen Bluetooth anziehen. Ja, ich weiß nicht, welches Handy du dein Bluetooth hieß. Ja, ja. Ist du mein Bluetooth? Ich will auch. Seid ihr dumm? Wir müssen mal woher Handys anstellen. Ja, hallo. Ich bin aber nicht kühnlich. Warum muss ich mein Handy einstellen? Boah, du musst doch Bluetooth anmachen, du Dude. Ich habe immer an. Ich habe dich angepinkt. Kann doch sein, dass du das mit der Freisprecheinrichtung im Auto verbunden hattest. Dann ist das manchmal weg, das Bluetooth. Kein Bluetooth, kein Bild, ganz einfach. Das ist eins zu eins gleich. So einfach ist das. Findest du nicht hübsch, mein Meister, Beckmilda? Ähm, ich finde, du hast mich gut getroffen, aber meine Hautfarbe ist anders. Ich finde, die Hautfarbe passt defekt. Vor allem, wenn du sauer bist. Pass auf, Mila. Ich kriege da besser hin. Ich male dich jetzt. Ja, okay. Wollen wir einen Malcontest? Der hat doch einen richtigen Pinsel, das Unfair. Kann nicht male. Ich stehe so Pose, okay? Ja, mach eine Pose. Ich mache dein Gesicht, weiter. Das kümmern, ui. Ja, ja. Ja, dann schwitze ich aber richtig rein. Dann male ich aber richtig. Ja, dann kannst du aber richtig, Junge. Den Olli-Videos übe ich nicht ab. Den behalte ich, Freundchen. Hä? Was? Hat der Jeff jetzt damit zu tun? Nein, meine Schokoseite. Meine Schokoladenseite. Ach so. Ja, ja, ja. Auf dem Bauchnabel-Zoom. Das kriegen wir hin. Extra süß. Warte, warte, warte. Oh Gott, oh Gott. Olli? Ja? Geht's dir gut? Du siehst so blass aus dem Gesicht. Danke. Ich mache mir ja nur Sorgen. Ist dir schlecht, oder? Nee, warum? Du bist blass im Gesicht. Hätte ich irgendwann erschrocken, oder? Du würdest nicht alternieren, hast du mir gesagt. Meistens sagen die, du bist dumm im Gesicht. Ich muss dazu sagen, ich bin Profi-Zeichner. Okay. Ach, du hast bestimmt bestimmt so eine Feder oder so. Ja, ja, ja. Kannst du mir Niki Minasch-Arsch malen? Selbstverständlich. Das ist ja die ganze Welt voll. Ach gut, ich darf keinen Niki Minasch-Arsch malen. Doch, das du auch. Na, will jetzt nicht mehr malen. Du hast meine Arbeit nicht geschätzt und... Äh, hab ich ja wohl. Hast du nicht? Nein. Das sieht wirklich fancy aus. Ich komme noch mal wieder. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Das sieht nicht gut aus. Die wollen irgendwo rein. Ich hoffe auch, dass die zu uns kommen. Ich hoffe auch, dass die was finden. Also das sieht dann pretty nicht gut aus, ne? Sollen wir abhauen? Haben wir irgendwas Illegales? Also ich habe nichts. Aber ich will gucken gehen. Ist er denn ein Autos klar? Da steht auf jeden Fall schon ein Auto hier in der Nähe. Das sieht so aus, als ob wir nicht herkommen. Und bestimmt 10 Autos vom PD. Ja, dann sollen wir ein bisschen quatschen. Ja, sollen wir nicht kommen. Quatschen? Quatschen. Warte, jetzt muss ich deine Nase noch gut treffen. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Hast du ein Duckface drauf? Ja, ja, ja. Das Duckface ist auch drauf. Ist auch drauf? Oh, das Ding. Oh, ey. Das ist ein Meisterwerk. Oh Gott, deswegen werden wir nicht sehen, wie du da drüben betriffst. Du bist hier. Zeig mir, zeig mir. Ja, ja, ja. Ich will aussehen. Ja, selbstverständlich. Ja. Mal gucken. Creme All jetzt zu sehen, denke ich mal. Creme. Ich weiß schon, wo ich ein Problem habe. Ja, ganz viel hast du. Die Farben zu entscheiden zwischen dem Oberteil und der Haut. Warum? Das ist Kartoffelbraun und Mila hat Schokoladencreme. Oh, Almaty John. Danke für das. Schick mal. Ich auch nicht. Ich auch. Ich auch. Guck mal. Hallo. Also, Penner, was geht ab? Ist gut? Das ist echt gut, ne? Du hast echt nicht so viel versprochen mit Profi-Zeichen. Und die Klinage-Arsch. Schau. Du legst die Hüften. Ja, Detail auf die Hüften. Junge, die Hüfte ist das Beste daran. Willi, ich muss Kunden fahren. Ja, mach das, Ronny. Ich habe doch im Chat gepostet, hallo. Ja, ja, ja. Schau mir das Bild an. Wow. Das ist super, ne? Wie ein Ghostbuster. Bugface, oder? Und Mila, was sagst du? Ich finde es super fancy. Sollen wir das über den Dings auffängen im Schlafzimmer? Über den Bett? Nichts gleich, komm, dann nochmal. Aber dann muss der Spiegel weg. Nein, der Spiegel bleibt. Dann hängen wir das am Kühlschrank. Ok. Ist gut. Also gefällt euch. Das sieht scheißau aus. Wie, was? Denkst du, deins sieht besser aus, Freundchen? Ja? Ne, ne, ne. Mein zweit Name ist nicht umsonst Photoshop. Okay, jetzt geht's ab hier. Meinst du? Ich glaube schon. Dann renne ich weg. Rennen so schnell ich kann. Vor den Armen. Scheiße. Na, wir haben ja nichts. Das ist zu verheimlichen. Ich kann trotzdem für den Griff. Hoffentlich sind nirgends auf Funkgeräte drin. Nein, mein Lagerauto. Mein Lagerauto. Rennen, Junge, rennen. Äh, Jeff. Sollen wir abhauen, Milo? Oder sollen wir... Du hast was Illegales. Gib mir den Zentrone-Schlüssel. Ich versteck den. Lass uns ein bisschen spannend machen, wir von Arsch. Scheiße. Wart, wo wollt ihr denn hin? Ist doch nichts los hier. Wir waren spannend, machen Action-Bisschen in das Leben, Bing, der Leute. Ja? Ja. Wir könnten auch mit meinem Taxi fahren und... Dann könnte ich euch eine schöne Rechnung ausstellen. Nee. Nee? Kommen wir wieder auf den Berg, so wie diesen einen Dienstag? Wo du mir dann wieder Liebesbrief schreibst und so? Ich habe dir Liebesbrief geschrieben. Ja, und vorgewesen auf dem Berg, diesen einen Dienstag. Weißt du nicht mehr? Doch. Ein Liebesbrief-Dienstag. Mhm. Ja. Dienstags, da machen wir immer so romantische Sachen. Ehrlich? Ja. Ich glaube, die sind da vorne auf dem Haus gelandet, ne? Ja. Doch, und die kommen, ich nehme denen alles weg. Welche? Boah, warum bist du immer so am Danzen? Warum nicht? Heul doch. Schlüsselbund? Fotze. Vielleicht juckt auch irgendwas. Wenn du keinen Lust mehr hast, Zack anfangen, ne? Hast du alles versteckt? Ja. Ich bin von Max da hin. Junge, der Auto war mindestens fünf Jahre im Knast. Eieieie. 200 drin, ein Kleber von 68. Hallo? Ich glaube. Ich muss auflegen. Ja, ja, tasern Sie mich. Wer? Wer? Okay, Max wird getasert gerade. Von dem? Weiß ich doch nicht. Der hat nur gesagt, der will mich tasern. Machen Sie denn schon wieder? Irgendwelche Erotik-Spielchen. Ja, die haben die Kopfers, glaube ich, beobachtet. Ach so. Aber wenn wir ehrlich sind, wenn die herkommen, dann wird es auch mal zahlt. Und da ist er wieder. Ja, der guckt schon in unsere Richtung. Mit der Schnauze. Erstmal in der Hängematte, bisschen chillen. Gespannt zwischen meinem Moorpelt und Schoko. Ey, was ist denn das? Ich dachte, die hätten da alle entsorgt. Was denn? Ich habe eine neue gekauft. Ich will dich auch malen. Was? Ich will dich malen. Ach so, du willst mich malen. Oh, ich. Ja, warte. Da, zwischen den Palmen, da ist schön. Ja, ja. Du musst dein Oberteil ausziehen, Curtis. Ja, warte. Zeig das Beste an dir. So gut? Okay. Können wir sie sich bleiben? Und jetzt sag, schokoladenriegel. Schokoladenriegel. Okay. 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 Nun denn? Nun fertig. Nicht was meinen jetzt. Hallo. Dann konzentrieren muss ich. Oh, okay. Dann krieg ich es hin. Ruf mal Junior an. Sag mal, Mila. Geht nicht da. Wer war noch mit Max unterwegs? Ähm. Äh, Finn? Ich, ich wollte mich nicht umziehen. Das ist gut so. Ich muss jetzt auch mal was anderes hier rocken. Geht die Strange. Ich glaube, die wurden verhaftet. Das machen sie nicht. Dann gibt es ein Exempel gegen die Crops. Ja, dann gibt es Krieg. Für die Route. Ja, ja. Da werden sie sehen. Für welche Route? Von ihr zu Cody. Blutwurstrute. Auch. Auch. Hier bis zur Milchrute. Ja, dann sollten wir vielleicht schnell was essen geben. Vor dem Knastland, oder? Wieso? Wir haben doch nichts. Oder hast du was, Schoko? Hast du einfach was zu vergeben? Ich finde schon was, wenn sie was suchen. Nein, ich hab nichts. Ist dir sicher, Schoko? Ja, kurz bevor die Kopf ist. Ich denke, ich höre sie in die Trasen. Du Arsch. Mila, wann bist du fertig? Ja, ich will mal schön mit. In Ruhe. Boah, der Helikopter nervt. Was ist denn das für ein Overwatch, der sich so zu erkennen gibt? Flieg doch mal ein bisschen höher, Kollege. Pass rein. Hey, du. So. Tschüss, Göttes. Komm rein, Nupe, wilde Bunker. Bis später. Ich hab' den Kunden. Okay. Ah, de Bom. De Bom. Ist das der Schnupp-Dizzl-Schn-Mizzl? Der Allerechte. Tag, Meister. Es kann sein, dass die Cops ja gleich einreiten, ne? Oh, geil. Nur damit ihr bescheiden wisst. Ich mach mit. Geil. Wieso? Was wollen die hier? Bestimmt Razzia. Eieieieiei. Der hat wird schon die ganze Zeit rüber. Das ist frech. Natürlich. Ja, und die haben gerade, also wir hatten gerade einen am Telefon, der wurde gerade weggetasert. Oder... Ah, ja. Ja, Juni geht auch nicht strahlen. Und Finna auch nicht. Also, wir sind ja genau im richtigen Moment hier. Ja. Soll ich mal vielleicht anrufen, dass noch ein paar Leute mehr kommen? Ach, Schande. Wo ist der gelandet? Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind kein Kriminellen. Das war nur Helikopter-Clown. Ja, wir auch nicht. Krass. Dann sollen die erst mal 1500 Autos durchsuchen. Das haben die bei uns gemacht. Das hat irgendwie vier Stunden. Vier Stunden mussten wir im State warten, bis wir damit fertig waren. Zwei Maratzee bekommen, ey. Hä? Wie viele Autos habt ihr? Ja, schon ein paar auf jeden Fall. Bestimmt um die... Habt ihr irgendwas Illegales dabei? 50, 60? Aber ich bin auf Kostion. Aber, ne doch. Legale Waffen darf ich bei mir tragen. Ey, 50, 60 habt ihr? Nee, wir müssen mehr Seiten zusammen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gehe nix. Ich bin, glaube ich, so bei 200. PULT! Wir haben... Also... Also 200 Schlüssel, die ich habe. Ja, auch. Ja, ich so. Naja. Wir haben bestimmt richtig Bock, dann. Ja, ihr seid wahrscheinlich hier, wegen dem, was gestern besprochen wurde, ne? Ja, bisschen Wissiness, ja. Ich habe keine Ahnung, ne, Polen? Das ist schlecht. Ja, dann müsstest du warten. Ja, ich schon so ein bisschen. Ja, wo ist denn der Onkel? Ja, der geht nicht am Teil. Die gehen gerade nicht ran. Ich glaube, die wurden gerade verhaftet schon. Ei, ei, ei. Ich habe irgendwie nur mitbekommen, irgendwas mit Straße. Hast du Phil versucht, dann zu rufen könntest? Ja, der geht nicht dran. Ne, der hat mich weggedrückt. Okay. Ja, die sind auf jeden Fall da. Ich würde sagen, keine Ahnung, dann melden wir uns nachher bei euch. Oder ich sage jetzt an dem Till Bescheid, dass der sich meldet. Ja, easy. Weil der hat ja mit euch gesprochen. Mach mal das, mach mal. Sonst sollte der das auch weitermachen. Ja, ja, ja. Das sind wir nur so schnubloge doge. Easy. Dann machen wir das so. Ich sage, den Junior, der Bartemester, sollte ich nachher anrufen. Ja, ja, ja. Wir können uns auch pügeln nachher. Echt? Ja, ich muss trainieren. Für wen? Ja, ich bin Schwächlinge. Achso. Ich kann nur ein Tellzimmer klauen. Wir haben eh mehr Sport gemacht, Alter. Muss nächstes Mal vorbeikommen. Wir haben ja direkt Gym bei uns. Du machst Sport? Ja, ich weiß, sieht man noch nicht so. Ist das ein Tattoo oder das ist Schminke? Das ist Tattoo halb Schminke. Also ein Henner. Und drunter ist Tattoo. Ja, ein Henner quasi. Inschallah. Warte, da kommen deine von uns. Ja, das ist Tiefkühl. Oh, wir gehen morgen aufmalen, die Scheiße. Hast Tiefkühl? Ja, TK. Pizza. Wir haben alle so coole Namen. Einfach Tiefkühl. Da hast du TK. Ah, sag Meister. Ich habe mir ein neues Hemdchen angezogen. Boah, jetzt kommt. Was ist das für ein Overwatch? Wie dumm ist der eigentlich? Boah, ist denn das Retro-Representer? Der beobachtet euch gar nicht, oder? Der guckt auch nicht. Doch, der guckt immer mit der Schnauze zu uns. Das Schwein. Wer seid ihr mit der Schminke im Gesicht? Das ist Boom-Headshot. Wir sind von der Bombe. Ach, die Boomis. Die Boomer. Die Boomer. Du sprichst es falsch aus, musstest du ausspringen wie der Typ bei euch in der Zentorno. Was heißt denn Bombo? Ich bin von der Bombe, ihr sehle meh. Block of a money, ne? Ja, grabe euer sehle. Warum wechselt ihr eigentlich immer so auf den Turf, ihr Knallkupper? Am Anfang? Der für'n Drip. Lass doch mal tauschen. Am Anfang hieß es überall, ihr heiße Boys over money. Ja, dann gibt es noch Platz over money oder so. Und Bitches over money. Ich bin besser. In der AGV-Statting hat es ganz langer Platz. Was? Was ist denn AGV? AGV ist die Akte, wo man als Gruppierung eingetragen wird. Sind das nicht die AGBs? Ne, AGBs, das ist sowas wie die EULA so. EULA! Die allgemeine Geschäftsbedingungen. Ja, richtig. Und du schreibst eine Waschmaschine dabei. Oder in der Küche. Bei der AGV sind wir eingetragen als Gang, die Orange-Blau trägt. Bei denen kriegt keiner Orange-Blau mehr. Gang-Gang. Aber wir sind eine wilde Street-Gang. Schon kredibil bis zum Ende. Ja, ja. Wer ist eine Street-Gang? Was macht da nix? Na, wir. Ja, voll. Auf jeden Fall. Die Realität wird bei uns groß geschrieben. Ich renne mit Badehosen manchmal um. Das ist doch nicht schlimm. Und Flip-Flops. Das ist trotzdem noch so viel. Nicht nur du. Manchmal auch mal. Genau, das war der. Klingt voll gut, wenn die rennen. Ja, mit Flip-Flops. Ja. Jobel. Das Geräusch kennst du aus dem Schlauchten bei deiner Frau, ne, Choco? Das erinnert mich daran, wie wir bei Grove eingeritten sind mit Taucherflossen. Die Grove macht da wohl nix mehr. Außer bei nix. Ja, ja. Ich verstehe die irgendwie nicht. Also manchmal haben die so einen Energieshop und sagen, jo, wir lernen jetzt mal die Projects. Und dann sind sie wieder weg. Weißt du überhaupt jemand in den Projects? Ja, hast du das. Ach, die hast du drin. Bustler. Ey. Hat die Bomben Joints im Start? Nee, gerade nicht. Schwabbel hat mich gerade angerufen. Der ist irgendwie ein Kunde. Der hat wieder Geld, was verschwindet, ne? Ja. Weil die nie Joints haben, die Idioten. So, fertig. Wir haben welche, aber es ist an. Zeig mir. Ja, also. Ich bin einfach ein Künstler, ne? Kann ich dir nicht zeigen. Das ist alles versteckt. Alles verkraben. Nein, ich meine Mila, das Bild. Achso. Achso, stimmt. Ehe hässlich. Du bist hässlich. Ja, nicht wahr. Ihr habt das voll schön gemacht. Ihr habt das voll schön gezeichnet, aber das Motiv ist hässlich. Das hast du nicht gemalt. Doch, das habe ich selber gemalt. Das hast du nicht gemalt. Habe ich ja wohl voll. Nein, du hast Finder-Dings drüber gelegt, nur. Habe ich nicht. Nein, nein, nein. Das hast du nicht gemalt. Ich habe das gemalt. Mila ist ein Betrüger. Gar nicht wahr. Ich will das sehen. Mila ist ein Betrüger. Will auch sehen? Nö. Ich habe verbunden, mein. Ich auch. Boah, hallo. Immer schön mit Ruhe. So, wer will nun? Ja, hä, warum? Ich will. Du willst? Ja. Warte. Du hast nur einen Filter gemacht. Habe ich nicht. Du bist am Schummeln. Man sieht voll, dass ich das voll gemalt habe. Habe ich doch. Du hattest nicht mal einen Pinsel in der Hand. Du hast die ganze Zeit im Handy. Ja, ich mache eben das da. Boah, das ist voll hübsch. Du bist ein Betruger. Dankeschön. Nein, das hat sie gezeichnet. Ich habe das gezeichnet. Habe du für zu zeigen, bitte, 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 bitte. Verteidigen. Mit deiner scheiß Welt. Wer ist gar nicht geschickt, Mila? Oh, warte. Das ist eine Ringjacke. Wo bist du denn? Ich habe verbunden. Mila ist Schummlerin. Wo hast du verbunden? Da. Da? Da. Okay, warte. Hier, ne? Du siehst voll gut aus. Blugnerin, Mila. Gar nicht. Du musst mich erst mal hinsetzen. Doch, du bist eine Lugnerin. Du hast einfach Finder-Profil-Dings gemacht. Genau. Filter. Hab ich voll nicht. Kippe auch. Ich bin einfach ein Künstlerin. Kannst du nichts sagen. Du kannst nicht malen, du kannst nicht brettern. Du kannst nichts sagen. Danke. Als wir letztes Mal ein Bild der ODA entgebrettet haben, auf dem Heim, hast du die Waffe geworfen. Gar nicht wahr. Und Schlappen. Ja, und mein Schatten ist aber aufgefährlich. Du hast sogar einen Locki gehabt damit. Aber wenn die Waffe schnell ist, dann geht das schon. Also Johnny geht nicht mit dem Telefon, ne? Das will er auch nicht. Die gehen alle nicht mehr ins Telefon. Aber warum sollen die verhaftet werden? Vielleicht haben die geärgert. Eh alles Ärger. Ja, die machen immer Steigen. Ich fahre jetzt zu den Cops. Ich will auch. Das kann was werden. Mein Gott, jetzt müssen wir schon zur Razzia kommen, oder? Also bei dem Overwatch können die einstopfen. Boah, keine Ahnung. Wir hatten alle Zeit der Welt, jetzt Sachen zu verstecken. Ach, bei uns. Wir hatten bis jetzt zwei Stück. Und jedes Mal konnten wir uns vorbereiten. Einmal waren die bei uns in der Hood. Da war die komplett leer. Haben die aber komplett abgesperrt. Und dann hat uns jemand angerufen, dass bei uns gerade Razzia ist. So, ja schön, ist keiner da. Da sind die wieder abgehauen. Dann konnten wir aufräumen. Und beim letzten Mal haben wir eine Vorbahnung gekriegt, ne? Ja, von mir. Ach stimmt, der hat bei der einen im Knast so laut rumkrosiert. Ja, ja. Ja, die treffen sich aber auch vom PD. Warum treffen die sich nicht woanders? Auf dem Flughafen oder so. Ja. Die stehen dann ja auch in der Nähe von der Hood schon ewig rum. Also wenn du dir irgendwo hier in der Sauszeit irgendwo in der Nähe stehen siehst, dann kannst du schon von außen gehen, dass die halt irgendwo was machen werden. Anstatt irgendwie am Arsch der Welt loszufahren, so. Sollen wir mal gucken gehen, Mila? Ja. Wir warten dann auf den Helder. Ja, ich sag dem Johnny oder Bademeister, soll ich anrufen. Dann geh ich auch mal mein Motorrad holen. Ich will fahren. Bevor die Empfie die? Ja, einfach mal rum. Einfach mal ein bisschen rum. Ey, hallo. Ja? Hast du die Nummer vom Licht, ne? Keine Person, das nein. FIB-Typi. Ah, ah. Weiße, okay, dann rollt trotzdem. Tschösen. Bye. Tschösen. Warum ärgerst du? Ich habe doch nicht geärgelt. Doch, du ärgerst immer. M-m. Mich. M-m. M-m. Das sind unsere Oldos, ne? Ja. Genitiv. Das sind unsere Oldos, ne? M-m. Und das ist der Furia und der Krieger. Aber sind die jetzt da drinnen? Verhaftet oder quatschen? Wer ist denn mit dem Furia weggefahren? TK, glaube ich. Nee, TK ist mit dem Krieger gefahren mit John. Da ist jemand ganz vorne weg. John? Dann Max sein. Nee, John und TK sind Krieger gefahren. Dann Max, Phil, Finn und der Onkel. Ja, aber Johnny geht nicht im Handy. Geh mal rein. Was sagst du, Milda? Na, wenn die nicht dann gehen, dann werden die ja das Sinn sein hatten. Dann werden die... Vielleicht... Vielleicht haben die geärgert. Meinst du? Ja, weil manchmal... Weil manchmal sind die schon am Ärgern. Obwohl ich echt zugeben muss, dass die... alle mal ins Gefängnis sollten, ne? Sollen wir auch mal kurz rein? Ähm, ja. Die Autos sind auf dem Fallbeck. Ja, die Autos sind weg und ist zu nix gekommen. Also gab es keine Razzia. Ich brauch FIB. Hallo? Der Max ist auf jeden Fall hier rein. Warum? Wurde gerade weggezogen. Hat wie gesagt. Hm. Der da sieht aus. Der laucht mit der kurzen Hust. Muss die wohl wieder angestellt haben. Ist das nicht opal in den hinten? Weiß nicht wo. Wollen wir mal quatschen? Ja, aber der quatscht doch im Mundialis, ne? Ja, aber wir können ja dazwischen quatschen. Hm. Was ist denn, ob er will die Bunkerzellen? Ähm, weiß nicht. Vielleicht Taxi-Bahn? Ich weiß nicht, ob das so pein ist. Eigentlich ist mir das so ganz egal, ob die Missfänger sind, weil die gehören dahin, das sind Kriminelle. Ich will ein trinke Päckchen. Was macht denn Kriminelle? Was macht denn Kriminelle auf? Weiß nicht. Ist schon seit vier Stunden. Wollen wir? Jeden Tag fahren wir mal Kriminelle, ne? Ja, warte, ich will doch mal fahren, dann. Fuck. Trouble, ist das so pein? Ne, der ist auch hier. Ich weiß nicht, wer das ist. Warum wird Max verhaftet? Die sind irgendwie in der Maßnahme, genau. Aber warte, bist du mit einem von den Verwandten? Warte, komm, wir gehen den Aaron anquatschen. Okay. Boah, da will ich auch. Nein, nicht mit 500 Leute. Ja, okay. Aaron? Warum verhaftest du meinen Freunde? Ich hab gar nichts damit zu tun. Was haben die schon wieder gemacht, die Dummkupfe? Keine Ahnung. Ich hab nichts damit zu tun. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, ihr habt wieder getasert, ne? Nein, ich hab nichts damit zu tun. Ich hab meinen Pitbull. Ich hab meinen Pitbull dabei. War das nicht eher ein Chihuahua? Nein. Nein, das ist ein Pitbull. Ich hab mich ja Pitbull. Eine Welpe. Pitbull. Pitbull. Pitbull, ein Erwachsener. Schon groß. Und stark. Und gefährlich. Bisschen merkwitzig vom Verhalten. Aber sonst eigentlich ganz nett. Man kann sich, man kann, man kann so miteinander Zeit verbiegen. Mhm. Mhm. Und hört gut. Warum musst du dich schockert? Und warum ist der gerade schon mit dem Heli-Loop da bei uns rübergeflogen? So ganz unauffällig? 100 Meter Lufthöhe? Mensch, steigt der nicht öfters mal bei euch drüber? Nee. Oder meinst du nicht, es ging um die PWD-Verwahrstellung? Nee. Der hat immer mit der Schnauze zu uns gekuckt. Das ist sehr auffällig. Oha. Weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich bin ja auch dafür, dass die alle im Knast leiden, weil das alles Verbrecher sind. Aber dann musst du dir mal sagen, wir sollen dich so auffällig machen. Zu der Trottel. Weil ich hatte, wir hatten locker, ich könnte ja locker alle Autos wegfahren und alles aus dem Koffer rumholen. So viel Zeit hatten wir. Mhm. Mhm. Oder, Mila? Oh. Mhm. Mhm. Ja. Und jetzt gehen wir bei Codys so schmazzerellen. Ja, mach das mal. Also wie gesagt, ich kann euch dazu nichts sagen. Ja, ja, du kannst nichts sagen, oder? Telefoniert mit euren Leuten. Ja, wie soll man denn telefonieren? Ich bin da komplett raus. Ja, die hängen unten in den Zellen. Wie sollen wir telefonieren? Ja, dann rufen wir Bademeister an. Ja, das habe ich schon fünfmal versucht. Ja, der ist auch gerade im Gespräch, soweit ich weiß. Warum sagst du dann, wir sollen den anrufen? Ja, verstehe ich auch nicht. Ja, dann ruft ihn danach an, wenn er mit seinem Gespräch fertig ist. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ah, was halbe Eminem hier. Was ist los mit der? Ich kriege mal eine Auskunft über meinen Verlobten, oder was? Was ist denn der Pein? Zuhause. Warum ist der nicht im Dienst? Halt den Bauchhauer. Äh, der war schon im Dienst. Ach so. Und der ist schon wieder zuhause. Ach so, Digga. Okay, wir hauen ab. Die haben doch nie der Verrottenenzelle. Kodys? Nein. Ja, I'll win. Okay. Tschüss. Tschüss. Aber das heißt ja nicht, dass wir den... Tschüss, Mister Polizeimann! der meister doch was ruft dann war der meister jeden tag kohle ist mit zum hals aus und dann fahren wir halt hoch in den norden wenn du kohle nicht mehr unterstützen willst man ja was nun man kann kohle ist dann ja kohle ist fängst du schon wieder am fohlein hast du gesehen was auf dem auto steht da drüben nachher basteln da guck mal da steht fukaju ja da steht 49er nein hier an der seite fukaru du du da steht fukaju guck mal das hier ich glaube der ist schnell unterwegs ich war fähig du bist immer fähig gar nicht ist das fischer weiß nicht ist das opa fischer weiß nicht vielleicht war das auch sein stunden meinst du die wollten razzia machen ähm haben ähm haben die aber nicht gemacht halt wenn sie das wollen warum dann nicht wenn die schon welche haben weißt du was weiß ich ja weißt du wenn die jemanden von uns haben haben die doch leichter um achte zu machen weißt du warum weißt du denn nicht ich rufe einen teil an nein boah ist ja schon wieder cool die geht nicht da noch da ich habe dass der brion sich vom dach stürzt ne Ich hab den am Core-Center gesehen, der war irgendwie traurig da oben drauf und hat irgendwelche Rap-Texte geschrieben und meinte, er weiß nicht mit deiner Zukunft was anzufangen und hat sich jede Menge Burger dahin bestellt. Er hat sich vom Dach gestürzt. Niemand, aber der rothaarige Brian war kurz davor. Dieser Rapper? Ja, Rapper Brian. Capital Brian. Wer war real? Äh, Mila? Ja, bitte mein Freund? Hast du nicht jetzt den gemalt, den Curtis eben? Ja, hab ich. Kann ich das auch mal sehen? Der hat geschummelt. Hab ich gar nicht, jetzt hab ich schon wieder gelöscht, weil die haben, weil der Curtis hat die Ärger hat. Oh Mann. Ah, böder Curtis. Ach, komm, hör auf. Ach, komm, hör auf. Sag mal, Mila, du bist heute schon wieder in der Streitlaune, kann das sein? Nein, ich bin heute müde. Grüße. Nachher heute wieder. Entschuldige mich mal. Du Lutscher. Oh, lecker. Oh, die duften super wieder. Gar nicht, wow. Kriegste? Sag mal, Curtis, bist du nicht mit irgendeinem von den unten verwandt? Machst du 2000. Bademeister, Finn, Max, ähm. Nö. Ja. Der Bademeister ist mein großer Bruder. Nicht mal 50% Trinkgeld, ne? Und Finn ist meine am besten Freundin. So, dann. Also, von links nach rechts, äh. Ja, dort kriegen sie uns aber nicht. Respektier sein gebetes Geschäft. 3, 3, 3, 3. Ja. Richtig? Machst du mir heute statt Twinkies, äh, dreimal Chili Cheat Snuggets? Oh, ich auch, ich auch, ich auch. Oh, der John ist so ein dummen Kopfschnecht mangen. Halt die Klappe, du. Hässiges Stück Scheiße. Cody, meld sich einfach, wenn du Zeit hast. Ja, ich rufe einfach durch, ja? Also, ich kann es verstehen. Die Augenbrauen sind nicht schön. Von John die Augenbrauen, ne? Ja. Und der kann auch gar nicht tanken. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, das war ein Jahr. Ihr war ein Jahr. Willkommen, mein Freund. Hier bei Cody. Ja, was ist eigentlich mit deinem Bruder, den am Schlag nicht mehr gesehen? Ich hätte gerne. Ich hätte gerne. Ach so. Was ist in einem Bruder denn? Ich weiß nicht, wo er jetzt gerade wohnt. Ach, Mensch. Bohnen. Oh, dann will ich nicht. Ich darf mal keinen Boden. Ja. Das sagst du nur, weil du davon furzen musst. Gar nicht wahr. Ich sammle jetzt die Pupse von Kürtis in ein Gas, weil, dann darf ich, wenn ich da Feuer mache, dann Flammen. Komm dann. Duftkärten. Weißt du? Ja. Amida, das kannst du auch benutzen, wenn wieder wie heute niemand wach ist. Dann kannst du die Schütze anzünden, das knallt und werden alle wach. Ich knall dir gleich eine. Ja, das hat mir der Mediziner im Krankenhaus gesagt. Ähm, aber zu, zu meinen Bestellungen, ja? Okay. Ich hätte gern, ich hätte gern Ponduk. Was zu essen, ne? Und ich hätte auch gerne, ähm, ein Maiskuchen. Wunderschön. Und ich hätte gern Elbbär Milchschäck, ja? Okay. Ja. Kriegen wir hin. Gut. Und Kürtis, für dich? Lecker, Leber. Ich bekomm... Boah. Was soll ich maul essen? Ui, vier Leute, das ist ja super. Was ist ein Thunfisch? 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 Ich bekomm fünf Thunfisch-Sandwich. Bäh. Warum Bäh? Du kannst dich heute selber küssen. Genau, da trinkst du wieder mal Fisch. Okay, sonst noch was? Was zu trinken oder so? Äh. Der eist vier sich fünf Stück. Fünf Kriminelle. Ich mag Thunfisch. Ich mag Thunfisch. Ja, ich könnte es Zeit heute. Richtig, dann nehm ich auch noch mal ein paar Burger. Nein. Ja, das ist halt einfach voll die soziale Ader. Ehrlich? Immer Essen zahlen, ja. Aber nur für dich. Weil die Rüstung, sie glänzt. Die Rüstung, sie glänzt. Cody, hat eigentlich Daniel sich gemeldet? Daniel, hat er sich gemeldet, Cody? Wer hat sich gemeldet? Daniel. Ach so, der von gestern, vom Parkplatz? Ja. Nee, den haben wir, der ist irgendwie nicht wiedergekommen. Aber wir haben den Mike, da vorne. Der ist jetzt unser neuer Praktikant. Können wir den wieder feiern? Ich mag seine Nase nicht. Nein, Mila. Der hat auch eine Chance verdient. Weißt du? Kann er seine Nase schön machen lassen? Du kannst ihm ja vielleicht ein bisschen Puder drauf machen. Und die nachziehen. Slyf, geh nix mehr. Da muss man schon, muss man schon sein Mal Bächen dann wieder neu machen. Und mit Glück sieht er dann besser aus. Hallo Freunde. Damit kenne ich mich nicht so aus. Tag, Zahn. Tag, Zahn. Ja, Ronny. Juhu. Guten Tag. Meinst du, der Mike kann gute Burger braten? Oder ist das wieder so ein Flachzange? Boah, jemand, der so hässlich aussieht, ey, der, boah. Können alle nicht. Da vergeht mir ja schon der Hunger. Der Praktikant rechts ist doch schon. Hallo. Ein Wunderschön. Hoffentlich spuckt ihr euch auf eure Burger. Ich würde gerne bedanken. So. Ja, alles gerne. Warte, das kommt gleich. Ich kann's hierher, den muss ich ja anlernen. Was? Du, du kommst ja selber nicht mal klar. Der da hinten mit der Nase? Achso. Nee, ich hab da drauf. Achso. Warte. So, soll ich den das sagen? Warte, warte, warte. Hm. Ich muss mal los. Dankeschön. Schönen Abend, euch. Bostet. Und Jens, danke für den Prime-Sechsten, hallo. Und Bratwurst, danke für den Prime-Sechsten. Erfaxe, danke für den Prime-Sechsten. Komm her. Ja, danke schön. Ja, gerne. Du, dein Freund. Sehr. Ich bekomme zwei Jube-Nap und den Cola. Mike. Ich stehe von wegen der von gestern. Du kannst nur noch. Bitte. Hör auf, meinen Praktikanten zu verhasen, wenn du bei mir bestellst. Ein Cheeseburger, ein Baconburger, ein Zickenburger, ein Veggieburger, ein Zickenburger, ein Brito, ein Hotdog, ein Kondok. Außerdem hände ich gerne Pommes, Potatoes, Maiskolben, Onionings. Püriere, ich bin nicht berührt. Wir wissen, dass du unsere Karte aus dem nicht kennst. Jetzt hör auf, den Abend Käsos zu verhasen. Ich würde gerne bitte einmal bestellen. Ich würde gerne meine Bestellung gut gerne nehmen wieder. So, jetzt. Ich möchte. Tinkepäckchen, Tinkepäckchen. Jalala. Ja. Seht ihr mal. Genau hier. Ja, schütt. So eine Scheiße hier muss ich mir ja anhören. Ich hab Kohldampf. Ah, oder? Sechs Burritos und sechs Slushies, bitte. Äh, wir haben Milchicks. Boah, ich hab's. Willst du kein Tinkepäckchen? Was, was hast du gesagt? Ich will ein Tinkepäckchen noch. Cody, was hast du gesagt? Wir haben noch keine Slushies. Ah, okay. Haben wir schon ein Tinkepäckchen, Monster? Wir haben die Maschine nicht mitgenommen, ne? Nee, müssen wir noch. Dacht ihr schon, ja, wir fahren. Aber können wir ihn nicht wünschen, ein Bike hier sind? Ja, dann nehme ich stattdessen. Warte, warte, warte. Sechs mal der Sprung. Haben wir auch nicht. Guck mal, ist mich verarschend. Er tanzt auch so wie wir. Nein. Sechs mal E-Cola. Ja. Ich wollt schon sagen. Was ist denn E-Cola? Alles klar, so sechs Burritos und sechs E-Cola. Ähm, die hat eh gemacht. Also hast du gehört, dass seine Bestellung ist? Da sind Tabletten dran. Ich hab bei Cody bestellt. Da hast du Ecstasy mit drin. Ecstasy. Der geht in der blauen Katastrophe. Ach so, nee, ich hab jetzt nur die von dem Herrn in der orangenen Tasche. Das ist kein Herr, das ist ein Dummkopf. Hallo, Curtis. Guck mal, da zie ich mir noch mal das Hemd an. Wir wollen ein paar ab. Oha. Seht, das ist ein Tal, oder? Nee. Ähm. Jo. Jetzt gehst du erst. Jetzt gehst du. Boah, wie wäre das, wenn die bei uns sind? Mit einem größeren Laden. Ja. Das wird fancy. Quatsch dir deinen ganzen Tag zu. Boah, schaffst du den John, ne? Halt. Ich auch. Was hat der denn gemacht? Der ist immer hüppelig. Hm. Immer hüppelig. Und der hat noch nie eine Freundin gehabt. Nie eine Freundin. Das stimmt nicht. Das ist ein ADHS-Spasti, ober. Man sagt nicht Spasti. Sorry. Alles, was man sagt, ist man selber. Arschloch. Er hat mich Spasti genannt. Die Spalten, äh, diese Spalten sind falsch. Spalte. Er hat Spalte gesagt. Höhöhöh, witzig. Hallo? John sagt mal, was ist denn da? Bist du so ein Freund nicht, John? Ja. Genau. Also sowas. Gleich kriegst du ein Brett. Ein Bett. Siegste. Lutscher. Boah, dauert das hier mal so lange, ne? Die sind 15 Leute in der Küche. Was schnippelt denn der da am Döner-Spieß rum? Das ist eine Frechheit. Hat einer Döner bestellt? Die verkaufen sogar keinen Döner. Warum hat der denn hier halt Spieß? Ja. Die wissen nur selber nicht, was die machen. So sehen die auch aus. Das ist wie ein Kondom. Wir haben und nicht brauchen, wir brauchen nicht haben. Sagt der für ein fache Vater. Ich hätte gern ein Sandwich mit Schimken. Ich glaube, die Mila geht hier fremd. Endlich. Vor allem so schnell, ne? Ja, ja. Ich geh die beobachten. Macht das, macht das. Thomas! Ich geh die beobachten. Doop doopidop doop Bitte Hattest du Geld auf dem Konto? Seit wann? 8,5 können die dir nicht wegnehmen, Bruder. Immer 8,5 auf dem Konto lassen. Doch, schuldest du meinen Tisch. Was? Du schuldest mir sein Geld. Du hast aus meinem Becherchen getrunken. Tschüss, hau rein. Tschüss. Ihr drei seid die Assozialsten. Hä, warum? Was haben wir gemacht? John macht fax mal Neukunden. Das ist wirklich ne Frechheit. Nur weil der postiert ist. Lüge. Dass Scarlett nicht mehr mit dem Kiss. Lüge. Stoko, wo hast du eigentlich die Steffi gelassen? Ich weiß es nicht. Mit der Scarlett noch nie geküsst, du Arschloch. Doch, hat er. So, dann einmal die 6 Moritos und die 6 E-Cola, ne? Dat bin ich. Na, komm mal mit dem Riechen zu essen. Dann gibst du ihnen erst das Essen. Und so. Ich danke. Und der John nimmt die Bege. Wann bekomme ich mein Essen? Und du die Chicken. Ja, gar nicht, weil du gemeines Arschloch bist. Ich bist ein Arschloch. Du bist ein Arschloch, weil du Lügen erzählst. So, Kratis. Und für dich bitte der 5-mal das Sandwich, was riecht wie Jutta. Dann will ich das nicht essen. Dann studniere ich. Du hast gesagt gerade, du magst Thunfisch. Ja, aber nicht Jutta. Ja, aber Jutta, Willi sagt immer, die Jutta riecht wie Thunfisch. Okay. Ich muss noch bezahlen, warte mal. So, und die haben gesagt, alle, du bezahlst heute für alle. Ja, stimmt. Läuft bei dir. Tschö, danke Gotti. Äh, drei, neunhundert, äh, 970 Dollar, bitte. Ach, tausend. Easy. Was ist denn los mit dir? Ich gebe 5.000 Dollar. Hast du dein Geld schon zusammen? Ja, so halbwegs. Also ja, sollte eigentlich da sein. Wo ist der Mieder hin gerannt? Weiß ich nicht. Der wollte ich jetzt auch hier essen bringen. Ja, ich glaube, die ist zu kurz kacke. Dann, guck mal, dann gebe ich dir das mit. Weil dann kannst du die Mieder gleich glücklich machen. Die freut sich ja nicht wieder essen. Tag glücklich. Sie sah gestern anders aus. Mhm. Halt die Klappe, kümmere dich um deine Einbeziehung. Mila gehört, es hat dein Essen geklaut. Nee. Nein, ich habe das nur angenommen. Damit es schön warm bleibt. Ja, ja, der hat das angenommen. Ich habe das gesehen. Was hast du bestellt? Ich hatte bestellt. Ja. Ja. Das hier? Ja. Mhm. Ach ja. Ach ja. Oh, danke. Bitteschön. Dankeschön. Ja, Jacob. Komm, fahr noch zu diesem Paar. Ich fahr noch zu diesem Paar. Tschüss, Cody. Ich weiß nicht, was zu erklären. Ich weiß nicht, was das ist. Flachpfannen. Komm da rein. Dann können wir ein Paar essen. Mhm. Mhm. Ja, das ist ein richtiger Sonntag, ne? Ja, richtig. Habt ihr jetzt schon was gehört von den anderen? Verletzt? Der hat wegen gestern nur. Immer noch. Die haben den Helikopter gerade gesehen. Ja, der ist ja immer noch hier unterwegs. Der pfeift sich rein, Dicke. Boah. Bitte ess weiter. Das macht mich ein bisschen an. Ja, so ein bisschen, ne? Nacht, Loki. Klingt so gierig. Lecker, lecker. Warte mal, sind Bademeister, Finn sind jetzt alle im Gefängnis? Der Bademeister war wohl irgendwie am Quatschen. Der war wohl im Gespräch. Genau, die anderen hatten gesagt, wir sollen den abholen, ne? Finn ist im Knast. Max ist im Knast. Aber warum? Und der Onkel, keine Ahnung. Aber why? Keine Ahnung. Wollten sie uns nicht sagen. Ja, aber Snoop wartet, ne? Muss geklärt werden. Business, Business. Ne? Okay, danke für die Prime 17. Nämlich schon. Da stehen wir so chillig, wie die hier vorher gefahren sind. Wird das schon als ein Geregel? Ja, aber die Jungs wollen nur Geld verdienen. Ja, klar. Können sie ja dann. Können sie dann richtig Arscher machen. Boah, das ist ein richtiger Sonntag, man. Ja. Ich rufe mal, ob er will die Bunker haben. Wenn irgendwas geht, soll er Bescheid sagen. Ja, könnte es. Ob er will die Bunker haben, wenn irgendwo es abgeht, sagt man Bescheid. Was heißt abgeht? Ja, wenn irgendwo vielleicht kleine Partys oder... Ach so. ...ein Interesse, wo mit Beyblade gespielt wird. Äh, warte mal, der Brian... Obwohl, da sind nur ein paar Leute, die chillen am Strand. Aber ich glaube, das ist ja nix, ne? Oh, man. Außerdem mag ich den Zug nicht. Okay. Ja, gut. Ne, aber wenn ich was höre, melde ich mich bei dir. Okay. Weißt du, was du eben vergessen hast? Du hast gar nicht auf meine Gefühle reagiert, als ich dir quasi gesagt habe, dass ich dich liebe. Doch. Ja? Ich doch auch. Ich hab was vor mit Mila. Was denn? Hast du vielleicht Bock drauf? Äh, ne. Quiz-Taxi? So, was mach ich nicht? Nein, Quiz-Taxi. Ach so, ich dachte, du meinst wieder was perverses. Das ist... Ne, ne, dafür mag ich die Mila zu sehr. Ich wollte mit der Quiz-Taxi machen. Quiz oder Quiz? Nein, Quiz-Taxi. Quiz. Okay. Ja, dann überleg dir mal ein paar Fragen, dann komm ich dich gleich abholen. Nein, du musst dir Fragen überlegen und eigentlich die Gaben holen. Ach so, okay, warte, ich mach mal gerade dem Kunden die Rechnung. Ich zahl dir auch was dafür. Okay. Dann fahr mir ein bisschen durch die Stadt und mach ein Quiz-Taxi. Okay. Okay, 1100 Dollar bekomme ich. Ja, okay. Wenig. Ja. Karte geht, ja. Warte, könntest du, ich mach gerade mal die Rechnung fertig. So, einmal ein Taxi. So, bitteschön. Herzchen drauf. Jawohl, hat er genommen. Ich danke, ne? Ja. Ja, mach's. Ja, mach's. Ja, mach's. Ja, tschö. So, Gertes. Ja, was nehmen wir denn da für Fragen? Ja, so. Ja, warte, ich lass mir mal weiter einfallen. Ich hab grad keinen Kunden. Ich guck mal gerade. Das ist zum Beispiel das Logo vom 1. FC Köln. Solche Sachen. Oh, ja. Ganz schwere Sachen. Oh, ich mach Fragen über Köln. Da ist, das ist, das ist ne gute Idee. Ja, das kann ich nicht wissen. Kannst du sowas vorbereiten? Ja, ich guck mal, was ich so vorbereiten kann, ja? Okay. Lass mir was einfallen, dann melde ich mich gleich. Heute nur? Ja. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Tschö. Mila, ich hab halt ne Überraschung. Oh, echt? Ja. Zeig, zeig, zeig. Nur jetzt noch nicht. Warum? Dauert nur ein bisschen. Okay. Was ist das? Was? Apoll, Naolu. Alter, ich weiß nicht. Polizei? Ist kein Polizei. Geh die Tür auf. Jetzt gibt's Brettchen. Das sind die Dioden von gerade? Was für Dioden? Hinter uns standen. War noch im Garten, oder? Stimmt, Knabbeln. Ja, die waren vorhin auch schon mit, äh, nem Caddy da. Am Romy und der hat, haben gefragt, ob das okay ist, wenn der, um Caddy die einfach mit auf die Wiese abstellen. Ja, da müsste der Moppa wie die Munker sein, der macht das jetzt fertig. Was sind denn die Andernale? Wo ist denn Goofy und so? Warum pennen die? Alle schäfrig. Alle schäfrig? Ja. Ja, ich würde am liebsten auch mal machen. Welche, wo ist mein Überraschung? Der dauert nur ein bisschen. Ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber so eine Babygiraffe zu transportieren, ist schwer. Ein Babygiraffe? Ähm. Wirklich? Mhm. Du bist der Beste. Dankeschön. Nein, keine Babygiraffe. Dankeschön. Du hast aber auch gehört, Babygiraffe. Vielen Dank. Hallo. Ich kann es gar nicht machen. Hm. 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 Das erinnert mich an Paulus Gump, wo der eingeschult werden soll und dann kommt dieser Schuldirektor zu seiner Mama und der sitzt draußen auf der Veranda. Und als der Schuldirektor rauskommt, meinte der so, deine Mama liegt echt viel daran ein, dass du eingeschult wirst. Und er so, hm, hm. Das ist der besteste Film. Ja. Ja, das sind die aus dem Links, ne? Cool, ne? Ja, aus dem Laden gerade. Soll ich schießen? Wollen die stellst? Jo, direkt. Boah, die wollen bestimmt droben, wir haben nix, ne? Wir haben nix. Nee, wir... Ich kann nicht wovon die reden. Können noch eine Kauke. 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 Ich bin in den Urlaub gefahren bin und wir sind mit dem Auto gefahren, dann sind wir mal an der Raststätte angehalten und dann haben wir uns so hingesetzt. Nach Vegas. Dann haben wir uns hingesetzt und dann gab's so Brötchen. Ja, wenn's nachmittags war, hieß das fest. Ich glaub, das sind Junkies, die wollen sich einfach eben eine Nadel drücken und fertig. Ja, da liegen ja genau. Ja, da liegen ja genau. Ja, da liegen ja genau. Ja. 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 Weil ich den in der Hand hab, wegen seinem Kinderfoto, was ich gekaut hab. Ach so, okay. War der der dick? Nee, aber das von seinem Socket-Team. Ah. Eigentlich. Dankeschön, sehr lieb. Ja, gar kein Thema, gar kein Thema. Hallo, Bümpeli. Hm. Ah. Ich. Ja, aber falls die mal kommen, wegen Razzia, ne? Ja. Wollen wir ein Lied singen, dann? Wollen wir ein Lied singen? Welche Schlüsse müssen dann weg? Aber ich glaub, ich hab eh keine davon, ne? Nee, ich glaub nicht. Das ist auch alles gut verteilt, da kommen die nicht ran. Ich hab halt auch so komische... Warum kann man Fahrzeugpapiere nicht schrägern? Ja, das ist ne gute Frage. Oh. Zeitpunkt? Hast du Befinde? Ja, also ich wär soweit. Was hast du denn so für Fragen? Soll ich dir mal was vorlesen? Okay, pass auf. Wir haben da zum Beispiel... Was hat keine Füße und läuft trotzdem? Die Nase. Okay, das tut es gut. Scheiße. Äh, was haben wir denn noch? Warum summt die Biene? Boah, weiß nicht. Weil sie den Text nicht kennt. Hehehehe. Hehehehe. Ja, oder... Kannst du noch ein paar Schätzfragen, Brembo? Zum Beispiel... Schätzfragen. Wie groß ist, weiß nicht, der durchschnittliche Mensch oder so Schätzfragen. Ja, okay. Oder welcher Hut passt auf keinen Kopf? Der Finger holt. Richtig. Boah, ich bin schlau, ne? Ja. Mal gucken, ob du das weißt. Welcher Löwe kann sehr gut schwimmen? Löwe? Ja, welcher Löwe kann sehr gut schwimmen? Welcher Löwe kann sehr gut schwimmen? Boah. Welcher Löwe? Ja, kann sehr gut schwimmen. Der Seelöwe. Stimmt. Äh, oder... Was ist ein Seeräuber, der sich niemals wäscht und auch keine Zähne putzt? Ein Stinker. Nein, ein Meerschweinchen. Hehehehe. Okay, das ist gut. Ja. Wie viele Fragen hast du ungefähr? Ach, keine Ahnung. Jede Menge. Okay. Äh... Also, wir sind bereit. Äh... Okay, warte. Du wolltest noch irgendwas mit Schätzfragen, ne? Ja, so Schätzfragen. So ein bisschen schwieriger. Okay. Und dann ein bisschen so durch die Stadt fahren, natürlich, dass ich zahle das sowas. Ja. Und auch für deine Mühe. Ja, okay. Das ist... Das klingt gut. Warte mal. Ja, ich... Wo soll ich euch abholen? Im Park sind wir. Okay, dann bis gleich. Okay. Tschüss. Schätzfragen. Egal. Tagsam. Hallo. Lass mich ins Kreis sein. Oh cool. Ja, ja, ja. Ist ja der Keks. Also, wo? Welches Schlüssel? Hast du alles nicht. Alles gut. Sicher? Hast du... Hast du... Hast du... Hast du nen... Den Holzschlüssel? Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Huiz, huiz, huiz. Huiz, huiz. Mhhh... Aber ich glaube, ich hab sowas wirklich nicht. Oh, wir haben... Ich hab ne Schlüssel von Ali. Ja. Wo sind die? Äh... Hinten im Parkhaus. Was? Ich hab Doktor Ogen. X, X, Jeff, X, Zentonu. Lkw? Warum sagst du das so abwertend? Was mit Lkw? Äh... Wiss ich jetzt gar nicht, Lkw. Ist das nicht der, womit ihr die Lagerhalle ausgeräumt habt? Ne. Gibt's denn was für ne Lagerhalle? Von sprichst du? Nö, ich glaub ich hab nix. Äh... Ihr habt doch letztens hinten die Lagerhalle... Mila, deine Überraschung kommt mit jetzt. Ach so. Mein Bibi-Gaffe? Wo ich mich an dem Lkw geklemmt habe. Was anderes? Mein Bibi-Gaffe. Noch kein Bibi-Gaffe. Aber... Bibi, du hast doch gesagt... Ja, die kommen doch noch. Ruf mal den Clark an, der wollte sich eigentlich melden. Hat er wieder nicht geschafft. Ich müsste gleich mit Mila kurz weg oder du brauchst du uns? Ja, alles gut kannst. Was geht ab wie Hardys? Warum seid ihr nicht in der Autowerkstatt? Warum? Kein Bock. Da geht der ja geschlossen. Nö, er ist offen. Und wer... Ist jemand am Arbeiten? Ja. Weil ich wollte G-Klasse noch den Fensterscheim tun. Ne, sollten Leute unten sein. Einen von euch? Wenn die am Tentor oder die Fenster auch tönen? Kannst überall die Fenster tönen. Mein Würfel wacht immer nur 5, ne? Immer. Dabei? Kann man ein Fahrwerk in den Tentor? Ha! Oh, dieses Fahrwerk? Was ist ein Fahrwerk? Meinst du? Aber schon wieder ein 5. Ich hab ein 5er Würfel. Fahrwerk, ne? Das ist wo die Räder dranhängen. Das verstehe ich jetzt nicht. 1A Mechaniker. Ich bin kein Mechaniker. Hallo Tierwitze, wo die Tiere gekürt werden, sind nicht lustig. Da musst du gucken mit Jungen, ich hab doch keine Ahnung, Junge. Das machen wir hier nicht. Ja, tiefer machen wir. Gerade mit den ganzen Jungs, die im Knack sind, hat das gerade geregelt. Schwarzer Humor versteht nicht jeder, Junge. Böse. Der liegt den Torn und nicht schon übel tief. Jaja, der liegt schon übel tief. Aber kann ja sein, das ist eine Sportvariante. Milla, ich hab halt ne Überraschung. Ne, da müssen wir gucken. Ich weiß es nicht auswendig. Es ist wohl dies. Das ist wohl dies. Boah, ich hasse so'n Tage, ne? Ja, scheiß Sonntag. Für den Sonntag eigentlich gar nicht ruhig, ne? Wir sind kurz, wir kommen in der Überraschung. Äh, ok. Genau. steige ein hinten hinten ist so heute sondag hallo guten tag fahren sie fahren sie aufpassen ich will da nicht jemanden hier umfahren mila ja wir haben gestern so dolle gestritten und dort so dolle geweint da wollte ich dich mal wieder zum lachen bringen herzlich willkommen opa will die wohnung als ein quiz taxi auf geht's du kannst ganz viele tolle sachen gewinnen wie zum beispiel kondom mit loch drin oder socken die man nicht auseinanderreißen kann und auch seifenblasen oder ein bild wo ich 20 bin und nackt eingerahmt warte ich muss mir meine kärtchen hier vorne zurecht legen du musst heute musst du schlau sein müller das ist nicht mein stärker deshalb werden wir deine kognitiven fähigkeiten jetzt trainieren guck wie hundchen was hat er nicht gesagt ich weiß doch nicht okay du schaffst du darfst das du kannst mich übrigens als joker nemo ne ja oder wir können auch irgendwo anhalten oder so welcher man wird in der sonne immer klein � was hat keine füße und läuft trotzdem nein nicht antworten wenn du nicht mal falsch mila das war leider falsch die nase ja du weißt ja den rotz und so die läuft ja bist du bereit für frage 3 ok warum so die biene ja genau warum summt die biene ganz gut nach ich bin mein joker hört es weil sie den text nicht kennt ich muss meine kärtchen wieder zurecht legen sonst würde auch nicht gegen den baum fahren wir haben das kann gar nicht sein dass neu bitte nicht ich hatte eben der arme ronni hat eben wieder ausgemacht der ronni hat eben der zahlen im kunden gehabt hat ihm ins taxi geschissen und ich habe jetzt hier die nächste frage bist du bereit was können kinder machen dass niemand sehen kann oder schwer was können kinder machen was keiner sehen kann oder weiß ich aber auch nicht dass niemand sehen kann doch alles oder gesagt was machen kinder was keine sehen kann was machen kindermäler die schreien aber einen anderen begriff dafür laut noch anders aber der anfangs muss schon waschen richtig da kann man das kann man das geld lassen richtig lärm lärm nicht lernen lärm habe ich doch gesagt nicht kneifen kein spielchen da hinten ne dann hättest du nur weil der motherfucker er wollte sagen dass ich die falsch habe aber hab vorher richtig ja okay soll ich weitermachen nein die ist am schwitzen wie ein schwein ach so okay das riecht ja so säuerlich im taxi ja das auch schöner ammoniak geruch als nächste frage welcher löwe kann sehr gut schwimmen jetzt den schafeln moment ich muss kurz hier meine kärzchen sortieren ja das ist ja die letzte frage genau das ist der haupt gewinn das aber den christian oder die jutta glaube ich den haupt gewinn moment was ist die schlau ja sagen wir mal schlau wie kein spagat wow ich auch auszusehen weil die gummihüfte das zulässt okay mila die nächste frage bist du bereit okay geht los was ist wärmer als ein pelz das ist wärmer als ein pelz du 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 u� ja das ist ja nicht du da so dumm du plastic das verk COM Huawei sehen hier ist ja gar nicht so umruf Ja? Mila, du hast nur Telefon-Joker, ne? Bei Polizei. Oh, sag mal. Sag mal. Ich hätte Heizung gesagt. Heizung? Ich dachte auch so vieles wärmer. Die nächste Frage ist etwas schwieriger, Mila. Oh, oh. Wer geht spazieren und bleibt doch zu Hause? Boah. Wer geht spazieren und bleibt doch zu Hause? Ah, ich weiß was. Der Spazierstock. Zeit läuft. Wer geht spazieren? Hab ich dich noch als Joker? Nee, aber du hast schon deinen Joker benutzt. Du hast aber den Polizeijoker noch. Ja, du kannst bei der Polizei fahren. Wer geht spazieren, aber bleibt doch zu Hause. Ich glaub, ich fag lieber mal mein Telefon. Jetzt, Mila. Ja? Wer geht spazieren, aber bleibt zu Hause? Überleg doch mal. Ähm. Eine Schnecke? Das ist richtig. Oder auch eine Schildkröte, ne? Ja, die kann man auch nehmen. Aber hier war jetzt die Schnecke gemein. Okay, pass auf, Mila. Hier kommt die nächste Frage. Ja. Bist du bereit? Ja, bitte. Welche Frucht hat niemals Mut? Kopfschmerzen. Ah, Kopfschmerzen ist aber keine Frucht. Ah, stimmt. Ah. Ist das eine tolle Überraschung? Ja. Ja. Ob er die Bunker durchfallkriegt. Ja, schon gut. Das passiert mir auch immer wieder. Soll ich dir helfen? Soll ich schummeln? Ja. Dann komm du bis zum Bild. Nein, ich kann dir nicht helfen. Ob er die Bunker hört das. Aber ich will das Bild gar nicht haben. Warum? Wir können das so steigern. Wir sagen einfach, das ist George Clooney. Kannst du mir die Antwort mit deinen Fingern auf Beinscheiben? Was war denn die letzte Frage? Dann erwarte ich. Welche Frucht hat niemals Mut? Welche Frucht hat niemals Mut? Welche Frucht hat niemals Mut? Wie wär's denn mit... Trauben? Trauben? Ich weiß. Mandarinen. Mandarinen, okay. Oder? Nee. Ich weiß. Was? Die Feige. Feige? Ja, aber die sind Feige. Die haben keinen Mut. Sind Feigen denn Füchter? Ich glaube Gemuse. Aber ist egal. Ist egal. Aber ich darf dir nicht helfen. Aber hast du aber... Du, deine Finger für meinen Mund. Habt ihr auch eine Kamera? Ich glaube, das ist ein GoPro dabei. Oh, wenn das Jutta mitbekommt, ne? Ja, warum hast du das durchfallen? Nee, die Olga hat mich wieder befummelt. Die Feige, Opa Willy. Wo waren wir stehen geblieben? Welche Frucht hat keinen Mut? Richtig, das könntest du dir verraten. Nein, nein, nein. Ich habe doch gesagt, du hast eine GoPro dabei. Das ist richtig. So, jetzt die nächste Frage, Mila. Okay. Welches Pflaster gehört auf keine Wunde? Komm, das einfach. Pflaster. Ja, warte. Das einfach. Ja, ich weiß das Wort nicht gerade. Verdammt. Pflasterstein. Richtig. Das Straßenpflaster oder Pflasterstein. Ja, Straßenpflaster, genau. Bist voll gut, kann das sein? Pflasterstein. Ich bin eigentlich richtig dumm, aber ich versuche mir das nicht anmerken zu lassen. Okay, ich glaube, ich mache gleich schwerere Fragen, aber jetzt haben wir erst noch meinen. Oh, ich bin mir gut. Ich hole es aber drauf. Oh, das war, war das knapp? Ja, das war ich zwar links. Ja, ich habe Vorfahrt, ja. Ja. Gut, mein Herz. Okay, Mila. Ja. Die nächste Frage. Ja. Soll ich dir die auf Kölsch stellen? Kriegst du das hin? Weiß ich nicht. Welcher Nahr kann sich nie verbiegen? Moment, jetzt muss ich langsam machen. Andersrum heißt das. Welcher Nahr kann sich verbiegen, aber nicht rosteln? Welcher Nahr kann sich verbiegen, aber nicht rosteln? Nahr? Komm schon, Mila, du weißt es. Kannst du da auch schon mit Dosen öffnen? Ja. Ist halt widerlich, Stolik. Welcher Nagel kann sich verbiegen, aber nicht rosteln? Ja. Was bei dir wächst. Immer ganz lang. Aber das will ich nicht sagen. Doch, du mir? Ach so lang. Nee, Fingernagel. Richtig. Aber den Fußnagel auch. Bissere Schuhe. So, soll man weitermachen? Boah, ich schwitze langsam. Will Kurt das nicht mal antworten? Nee, der hilft dir nur ein bisschen. Du bist jetzt hier im Quiztaxi. Okay, Mila. Ja. Bist du bereit für die nächste Frage? Okay. Und sein muss? Welche Bilder kann man nur im Dunkeln sehen? Sternenbilder. Oh ja, Mann. Ich glaube, ich gehe doch auf die Erwachsenen fragen. Warte, was? Was? Mila, warum bist du so schlau? Ich bin nicht schlau. Ich bin dumm. Wie gut. Okay, vielleicht habe ich noch eine. Das weiß die Mila nicht. Mila? Ja? Wie heißt der Kater der stärksten Frau der Welt? Mila, das ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Kater der stärksten Frau der Welt? Ja. Das ist so einfach. Ich kann nicht mal die stärkste Frau der Welt. Ist doch egal. Was hat der Kortis auch ab und zu? Wenn ich dich hochhebe. Ja, oder zu viel ge... Weakstab. Ja. Boah, das hätte ich so sagen. Das will ich nicht sagen. Deswegen muss er... Weißt du, was da jehin hilft? Griffwechsel, Mensch. Dann ist er nicht so intensiv. Warum das wohl? Das ist nicht schlimm, was du sagen willst. Aua, da unten halt. Nee. Wie heißt der Kater der stärksten Frau der Welt? Genau. Boah. Muskelkater? Ja. Richtig. Das war richtig. Scheiße. Sag mal, hast du jemanden im Kopf herum oder warum wackelt das Auto so? Oh Gott, habe ich Jutta damit vergessen? Oma Jutta. Nee, die kann ja nicht sein. Oma Jutta. Aua. Was? So, Moment. Was hast du wieder so? Ja, das Auto war jetzt so komisch. Okay, dann lass es... Zum Glück hast du keine getönten Scheiben. Oh, das ist auch noch... Das könnte ich auch noch machen. Mit die Scheiben. Wenn das geht. Weil das ist ja mein Taxi. Das ist aber mal kein Quiz-Taxi mehr hier, sondern ein Nuttenpraler-Produkt. Wix-Wix-Taxi. Weiter, weiter, weiter. Okay. Ah, das weiß die aber. Äh, okay, Mila? Ja? Moment, jetzt habe ich... Och, Mensch, meine Karten fliegen ja immer hin und her. Manno! Ja, das ist... Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Okay, Mila. Wie nennt man einen Mann, der Geld aus dem Fenster wirft? Hä? Dein Mann, der Geld aus dem Fenster wirft? Ja, wie nennt man den? Ein Mann, der Geld aus... Ein Mann, der Geld aus dem Fenster wirft. Die Antwort ist nicht Gehörtes. Nee, der ist geil... Ah, nee, doch nicht. Der stimmt, der kauft immer. Ja? Ja, ich lasse den immer zahlen. Ein Mann, der Geld aus dem Fenster wirft. Weißt du das? Ja. Hä? Echt? Na, das ist doch einfach. Einfach? Denke ich zu kompliziert? Ja, du denkst zu kompliziert. Jemand hat... Jemand wirft Geld aus dem Fenster. Wie heißt der Mann? Der wirft Geld aus dem Fenster. Ja. Das macht mich irre, dieses Wackeln, ne? Ein Scheinwerfer? Ja. Richtig. Hauptsache, wir sind nun... Ich hab bisschen gelillt. Gelillt hast du? Ja, du bezahlst mir die Reinigung, du kleines... Schwein. Na ja, solange du den Ding Mümmesehe verlierst bei mir. Was? Das ist ne Mümmeshe... Was? Ne Mümmes. Kennst du keine Mümmes? Was ist ne Mümmes? Den Popel. Das ist das köllische Wort für Popel. Den steig ich immer wieder rein. In Kölle seht man ja, Essermesser, Mümmesfresser. Ihr seid komische Leute. Ja. Weiter geht's. Okay, Mila, jetzt kommen die schweren Fragen, ja? Oh, 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 ja. Okay, was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich? Da gibt's einige Unterschiede. Ja, aber der, der Unterschied, was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich? Bäcker und ein Teppich. Okay, das weiß ich auch nicht. Bäcker und ein Teppich? Ja, der Unterschied. Boah, keine Ahnung. Telefonjoker. Äh, Telefonjoker. Echt? Ja. Ja, dann ruf an. Du kannst anrufen, wenn du willst. Wenn ich will. Okay. Ruf jemand Schlaues an. Ja. Jemand Schauer. Boah, ich hab doch nur Junkie-Point-Nummer. Dann ruf Pritzial oder Metzina. Warte, wenn ich anrufe. Ja, Mila? Hallo, ich brauch dich einmal. Okay, was brauchst du? Pass auf, du musst mir sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich? Boah, der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich. Ich fange nicht warum. Ich glaube, der Bäcker steht drauf, wenn man ihn mit einem Teppichklopfer verprügelt. Echt? Ja, würde ich jetzt so sagen. Okay. Was hat er denn gesagt? Okay. Das war's, Mila? Ja, das war's. Dankeschön. Okay, bitte, tschö. Der Bäcker steht drauf, wenn man den mit einem Teppich verprügelt. Okay. Das ist deine Antwort? Das ist deine Antwort? Bist du dir sicher? Hat der Mann am Telefon gesagt. Der Mann am Telefon gesagt? Ich glaube, der hat gelogen. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen bekloppt, der Mann am Telefon kann das sehen. Darf ich nochmal da? Nein, ich löse jetzt auf. Der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich ist, der Bäcker muss morgens früh um vier aufstehen und der Teppich kann liegen bleiben. Das ist doch bitte. Bitte sag ich. Scheiße. Hör doch bitte, auch so zu lachen. Mach mir auch gleich noch in die Hose. Da ruft die Opa Willy Wonka an und er sagt dir einfach, was falsch ist, Junge. Wie geht's das denn? Danke, bitte. Okay, sollen wir die nächste Frage machen? Wie gut ist das bitte? Boah, hat der nicht über den Tisch gezogen, Mila. Ey, aber das dich auch. Aber ich hab Tifon-Duke genommen. Das ist noch für die Schöten. Ich hab noch eine schöne Frage, ja? Aber es gibt keine Lösungsverschäge. Komm, wo wir gerade bei, was ist der Unterschied sind, ne? Mila, nächste Frage. Was ist der Unterschied zwischen einem Beinbruch und einem Einbruch? Du hast jetzt Zeit, bis ich die nächste Tankstelle gefunden hab. Da vorne ist die. Zwischen einem Einbruch und einem Beinbruch? Ja. Ja, da gibt's viele Unterschiede. Das B. Könntest du recht haben. Stimmt. Bein, ein, das B. Das wird nicht gesucht. Oh nein. Soll ich euch die Lösung sagen? Ja. Aber zählt das für mich? Nach einem, ne, nicht ganz. Nach einem Beinbruch muss man liegen. Und nach einem Einbruch muss man sitzen. Das ist der Unterschied. Felsen, sag ich. Das ist kein Pölzeln. Das ist Naturkundeunterricht. Ja. Du bist echt dumm, ne? Okay. Was sagt ihr denn? Oh, was sagt ihr denn? Ach du, das ist normal. Aber die Sache mit dem B war eigentlich viel besser. Ja, finde ich auch. Ich würde sagen, wir lassen es gelten. Okay, dann lassen wir es gelten. Ja, wir lassen es gelten. Okay, dann habe ich auch schon direkt die nächste Frage. Oh yeah. Das ist jetzt eine, quasi so ähnlich wie eine Mathefrage. Ich kann keine Mathe. Also, pass auf, Mila. Ich habe geschwänzt, weil die Schecht war. Schwanz? Was? Geschwänzt? Ja, ich habe geschwänzt, weil die Schecht war. Okay, pass auf. Mila, hör genau zu. Eine E-Log zieht einen Zug in nordwestlicher Richtung. Ach du Scheiße. In welcher Richtung zieht der Dampf? Eine nordwestliche Richtung. Also, nochmal. Eine E-Log zieht einen Zug in nordwestlicher Richtung. In welche Richtung zieht der Dampf? Ist das ein logischer oder ein Scherzfrage? Das, äh, weiß ich noch nicht. Bei der Dampf kam einer nach oben. Ah, warte, Mila. Oh mein Gott. Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Scheiße. Du musst nochmal voll lesen, die Kartei, Alter. Vielleicht checkt ihr das dann. Ja, pass auf. Mila, hör genau zu. Hör genau zu. Eine E-Log zieht einen Zug in nordwestlicher Richtung. In welche Richtung zieht der Dampf? Ein E-Log hat keinen Dampf. Genau. Jawohl, richtig. Ich bin Schau, ich bin Schau. Oh, du Scheiße. Ich glaube, du bist hier kaputt. Oh, mein Bauch tut weh. Oh, komm. Ich habe nochmal. Oh, Mila. Ich habe noch eine... Das ist eine Frage für dich. Hier, Mila, bist du bereit? Du Scheiße. Was quiekt, wie süß. Okay. Okay, nächste Frage? Ja. Wann fällt Frauen das Abnehmen am leichtesten? Wann fällt Frauen das Abnehmen am leichtesten? Boah, ich bin noch keine Frau, ich weiß noch nicht. Na klar bist du eine Frau. Ich bin noch ein Mädchen. Denk doch mal Schafu nach, dumm Kopf. Das Abnehmen? Ja. Denk Schafu nach. Tiffo? Richtig. Okay, ich habe das ganz anders im Kopf gehabt. Was hast du denn im Kopf gehabt? Weil der Geburt. Weil dann verlieren die doch ganz viele Kilo. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber wenn die doch ein Baby gebären, dann sind die doch... Dann nehmen wir einen Schlag für 20 Kilo ab, ja. 20 Kilo, Junge. Ja. Kennst du doch die neuesten Monsterwege. Was für 20 Kilo? Guck dir die ganzen Brocken an, die heute auf die Welt kommen. Oh, da wird schon wieder ausgeraubt, ja. Meinst du? Na klar. Wer stellt sich sonst mit Arme verkreuzt vor einem Laden und wartet, bis der Kassierer Geld eingepackt hat? So ganz cool. Vielleicht packt er auch nur die Medizin ein und braucht ein Durchfallmedikament und so was. Und diese Uhrzeit kann sicher nicht. Ja, wieso? Durchfall kommt immer. Und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Immer, schon mal. Ja, richtig. Frag mal Ronny seinen Kunden, der dem eben ins Taxi geschissen hat. Wirklich. So, pass auf. Oh Gott, oh Gott. Äh. Ja? Okay, jetzt kommt eine gute Frage. Ja? Pass auf, Mila. Ja? Was schmeckt besser, als es riecht? Warte mal. Ach so. Was? Na schon okay. Was schmeckt besser, als es riecht? Was schmeckt besser, als es... Was schmeckt besser, als es riecht? Oh, Telefon, nur ruf dann. Wer? Du, ich ruf dich gleich zurück, ich bin im Quiz-Taxi. Da, okay. Oder ist das Wichtiges? Ja, weiß nicht, Uff, das ist mein Telefon penetriert mich im Bahnhof. Ja, weil dieser, weil der Schwabel sich treffen wollte, wegen dem Dings. Wegen der Bar. Ja, dann mach, ja, dann mach dein Grüß-Dings-Bums-Taxi-Ding, dann ruf es an. Okay, bis gleich. Dann bespricht. Tschüss. Ich will pfifty-pfifty-Joker. Pfifty-pfifty? Ja. Aber wir haben doch gar keine Antwortvorlagen. Ja. Aber du hast gesagt, ich kriege pfifty-pfifty. Okay, Antwort A, der Käse. Und jetzt Opa will die Wohnkammel, Antwort C. Äh, Antwort C, das Holzbein. Jetzt du mit, äh, Antwort B. Nein, pfifty-pfifty, die sind doch nur zwei Antworten. Ach so, ach ja, okay. Dann nochmal zurück, Antwort A. Ist der Käse? Ja. Oder Antwort C, die Zunge. Ah, da sind wir dumm. Aber, wieso riechen deine Zunge, Sheik? Warte mal, wie war die Frage nochmal? Es schmeckt besser, als es riecht. Ja. Ist doch ganz klar. Ja. Die Zunge. Ja, richtig. Die kann ja nicht riechen, die kann nur schmecken. Ach so. Ich hab den Käse genommen. Okay, pass auf. Mila, bist du bereit für die nächste Frage? Mensch, wer klingelt denn jetzt hier die ganze Zeit am Telefon? So. Geh ruhig an. Wer hat Flügel, aber keine Federn? Icarus. Nein. Das ist eine schwere Frage. Wer hat Flügel, aber keine Federn? Das ist doch voll einfach. Ähm. Äh. Ähm. Ein Flugzeug. Nein. Na wohl, der hat Flügel und kein Federn. Ja, aber das ist nicht die Frage. Also nicht meine Antwort, was hier auf der Karte steht. Ah, ich weiß jetzt. Ich weiß jetzt. Ich muss kleiner denken. Ja. Kleiner denken? In schwarz. Was? In schwarz mit weißen Sachen. Was? Mit weißen Sachen? Ja. Chat, keinem Dings hier bitte. Morgens Freeman? Darf ich auch mitraten noch? Ja, raten. Das Piano. Nein, auch nicht. Scheiße. Flügel. Das Fenster. Ah. Das Fenster hat keinen Flügel. Aber ich wollte gerade sagen, wo hat ein Fenster denn Flügel? Ja, mache ich jetzt hier das Quiztaxi und ihr zwei. Ah, nein, auch logische Antworten, du Knall. Aber wo hat ein Fenster Flügel? Ja, kennst du nicht? Flügel, Fenster. Oh, da hätte ich fast das Motorrad mitgenommen. Okay, nächste Frage. Ich kenne Flügeltüren. Jetzt komm, wenn wir gerade bei Flügel sind. Welcher Vogel hat keine Flügel, keine Federn und keinen Schnabel? Boah. Ähm. Welcher Vogel? Kein Schnabel? Ja. Der Schlafsvogel. Richtig. Wie macht ihr das? Nein, das war ein Pony. Scheiße. Halt die Klappe gefühlt. Ah, der Ronny ruft an. Soll ich da dran gehen? Geh ruhig. Mach mir kurz Werbeunterbrechung. Okay. Du, 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 du. Aua. Ah. Ja, Ronny? Ronny? Ich bin unterwegs. Ich mache Quiz-Taxi. Mitkunde. Kennst du Quiz-Taxi? Willst du mitmachen, Ronny? Och, nö. Och, nö. Ich höre gerade, och, nö. Darf dich doch nicht mit einladen. Weiß ich nicht. Warum? Soll ich fragen? Der weiß nix. Das wäre ein Schächter-Joker. Kennst du nicht? Ja, okay. Komm, wir nehmen den mit. Als Joker. Okay, Ronny, du bist Joker. Als Joker ausgewählt worden. Wo bist du? Am Würfelpark? Okay, ich bin am Weg. Boah, das wird doch wieder eine Enttäuschung. Gleich. Warum badst du denn die Masken? Ich kann nicht nur trocken, Alter. Den Karten immer hier vorne. Könntest du nicht mal ein paar Karten übernehmen und fragen? Stellen. Du bist der Quiz-Taxi, Mann. Scheiße. Er ist... Bonnie, leg auf. Ja, danke. Okay, ich bin Quiz-Taxi. Okay, Mila. Noch eine Frage? Mhm. Über welche Brücke kann man nicht laufen? Ich weiß. Boah, der ist voll trocken, der Muffin, Alter. Über welche Brücke kann man nicht laufen? Ja. Cody ruft schon wieder an. Moment, ich muss mal da dran gehen. Boah, die unterbrechen uns alle. Ja, keine Ahnung. Ja, Cody? Ich glaube, ich weiß aber. Hi. Wie viel hast du falsch? Ja, der habe ich ihm gefahren, zur Verwahrstelle. Ja, ich glaube schon. Da muss ich... Kann ich den Hans-Peter mal fragen? Klar, warum nicht? Ähm... Pass auf, ich... Gib dir mal meine Nummer, aber sagt, er soll mich später anrufen. Ich mache gerade Quiz-Taxi. Ich habe aber nur was da oben. Keine Milch. Äh, so eine... Ja, sagen wir so eine halbe Stunde. Nee, der ist nicht... Du hast den nicht gemacht. Okay, danke Cody, tschö. Der ist voll trocken. Über die Eselbücke? Nee, über die Zahnbrücke. Zahnbrücke. Aber beides zählt. Warte doch. Ja, das stimmt. Das ist immer schwierig, ne? So, warte mal. Ich muss mal meine Karten tauschen hier. Das kann ja nicht sein, dass die Mila hier immer alles... Ich muss mal... Ich bin auch irgendwie schauer, als ich dachte. Naja, der ist übelst trocken. Und da ist Kirsche drin, das wusste ich nicht. Äh, Mila? Ja, mein Feind. Welche Vögel... ...legen niemals Eier? Spaß, Vögel! Nee, das ist... ...einfach. Männliche Vögel legen keine Eier. Richtig. Echt jetzt? Ja, richtig, Mila. Oha. Du bist wirklich voll schlau. Aber was, wenn du auf den Klo müssen? Das sind andere Eier. Das seht ihr nicht. Okay, Mila, bist du bereit? Könntest, mach mal ein bisschen Musik. Aber das ist Jebediah, ne? Äh, Jebediah, ja. Da kannte ich auch mal ein. Okay, pass auf. Die nächste Frage. In welchem Zug... ...deutschland? Ja, fast. Kann ich die Frage erstmal zu Ende stellen? Ja. In welchem Zug... Amerika. Ja? Passt nur ein Mensch, egal wie man sich anstrengt? Äh, Anzug. Ach, Mensch. Boah, du bist so schlau. Ja, und ich bin einfach zu blöd, um richtige Fragen zu stellen. Ah, ich hab nur eine. Das weiß die Mila hundertprozentig nicht. Okay. Das ist eine Technikfrage. Oh, oh. Bei Technikfragen. Den Technikfragen. Ja. Pass auf. Wie kastriert man einen Kühlschrank? Was ist denn hier schon mit der Luft? Scheiße. Äh, man nimmt die Eier aus? Das ist doch voll einfach. Da kennt sich schon aus mit Eiern, wahr? Nein, aber... Aber so ist es doch. Okay. Komm, Ronny. Jetzt wird es schwierig. Ronny. Wann geht ab? Setz dich rein. Wir brauchen dich als Joker. Oh, ja, perfekt. Da bin ich ja... Äh, ich hab einen Kunden. Warte, 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 warte. Die Kunden, wir sind jetzt zu viert. Dann sag, du kannst nicht. Sag, du hast keinen Sprit mehr. Ja. Ja, du bist sicher geblieben. Scheiße. Aber das ist doch... Mein Bro, der kann rappen richtig. Weiß ich was, wir holen den so ab. Hä? Wie denn? Wir können den nicht abholen. Wir haben keinen Part. Aber dann zu aller rappen. Wenn er gut rappt, dann darf man mit... Nein, wir machen Gist. Wir rappen müssen deppen. Ronny, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du dich schlauze halten? Nein, was war das? Ich wollte eigentlich sagen, kannst du mal die ganzen Quizfragen hier nehmen und die gleich mal ein bisschen vorlesen? Da hilfst du mir ungemein mit. Da kann ich mich aufs Fahren konzentrieren. Schwester Kusch, halte mir Kakao. Das ist der Stapel mit lustigen Quizfragen. Und hier vorne, da unten, liegt der Stapel mit schweren Quizfragen. Oh, die kannst du nicht schwer. Ja, guck mal. Such mal ein paar Fragen raus. Und dann hilfst du mir. Ja, dann kann ich mich aufs Fahren konzentrieren. Würdest du das machen? Ja, lieben gerne. Aber? Dann kann ich auch Musik machen, so ein bisschen singen und fahren und du stellst die Fragen. Martin, das für dumme Fragen? Ja. Das sind Quiztaxifragen. Ja, richtig. Okay. Dann ist aber auch die Bunkerjoker, ne? Ja. Dann machen wir das so. Oh je. Kannst du überbläsen, Roni? Ja. Aber. Okay. Ein Moment. Ach so, okay. Brauchen wir das zu noch? Kreisse Musik? Gott, der arme Kunde, der tut mir schon ein bisschen leid. Ist das jetzt eine Frage? Ja. Aber wir haben doch kein Paar. Deutschland. Was für eine Kategorie wollt ihr? Was Lustiges. Was hast du denn jetzt im Navi eingegeben? Gar nichts. So, okay. Ach so, doch. Dann ist der Kunde. Falls wir den holen. Ja. Ja, dann kann Roni ja wieder aufsteigen. Ja, du machst dich nicht gerade beliebt, Roni, ne? Ja, ich merke schon. Ich habe das Bild aber fast fertig. Ja, dann lass die Karte doch nicht immer wieder fallen. Jetzt mach doch mal. Ja, ach so, okay. Nimm dir mal eine raus da aus dem Stapel. Ja, ich nehme mir eine Karte raus, ja. Und dann bin ich sehr gespannt, ob du... Oh mein Gott. Okay. Mila. Ja. Deine nächste Frage wird hier vorgelesen von... Roni. Ja, geil. Okay. Ähm, wie nennt sich das Tier, was ein Beutel hat? Ein Kangoo. Richtig. Was ist das für eine dumme Frage? Keine Ahnung. Ich hätte Hipster gesagt. Ja gut, was soll ich sagen, wenn die dann auf der Karte draufstehen, weiß ich nicht, wenn ihr scheinbar hat, ob ihr hier einen Karten-Set für Idioten... Hast du auch schwere Fragen? Nein, ich bin ja auch nicht tot. Oh, nee. Oh, nee. So war's nicht gemein. Na, mach Brumpfbrüche. Oh. 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 Oh, der kriegt gleich nen Brett. Ja. Ja. Gammtholz am besten. Ja. Wieso? Bist du dumm? Das hat der jetzt nicht gesagt zum Kunden. Oh shit, weil ich mir... Opa hat hier so dumme Fragen, ich mein, herrloben Beutel, welches Tier... Du hast ne Frage und kennst die Antwort nicht, das ist ja auch gut. Was ist denn die Frage, dann sag ich dir... Die Antwort, Judith. Dann sag ich dir für... Was ist der größte Fluss in Amerika? Speichelfluss. Speichelfluss? Kannste halt sein? Speichel. Ach, warte mal, ich hab ne bessere Idee. Ja? Sind doch doof irgendwie. Ronny, du fährst, dann kann ich meine Karten vorlesen. Warum sind wir so? Ronny Pfarr. Ronny, kannst du fahren? Druck auf die Tube, Ronny. Äh, yo. Komm, wir tauschen. Achso, wir haben noch ein kleines Problem frei. Ich wollte dich grad abholen, aber jetzt bin ich entführt worden. Ja. Ja, warte, sag ich auch. Auflegen, wo fährst du? Ist der besoffen, Loperwildebunker? Äh, ne, eigentlich trinkt der keinen Alkohol. Mann. Fammelnorden. Warte, Frey. Frey, warte, der Telefon ist und... Oh, mein Kopf. Warum hufen denn jetzt? Mein Kopf? Ist das nervös? Was macht das? Frey? Was hat sich verfallen? Mein Taxi ist kaputt. Ich glaub, du musst laufen. Oh, ne. Okay, weißt du was? Ich hab' ne Idee. Ich geb' dir den Schlüssel. Ah, ne Tonne. Der Taxi steht am Würfelpark. Fährst du selber, oder wie? Was? Bist du noch da, wo du gesagt hast? Okay, dann. Würde ich dir den Schlüssel geben? Fährst du irgendwo hin? Ich hol's nachher wieder ab. Oh! 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 Warte, dass du vom Taxi gehst. Ja, auch nicht schlecht, ne? Okay, weil, ich muss so ehrlich sein. Ich hab' gerade gar keinen Bock zu fahren. Oh, warte mal. Ja, aber du kommst nicht dahin, während du fährst, ne? Ich hasse Taxifahren, Frey, deswegen... Warte, soll ich fahren? Ich muss mir das jetzt anders machen. Ich bin gleich da, ja? Okay. So, stell dir ne Fragen. Okay. Ich hab' hier meine Kärtchen wieder. Mila, bist du bereit? Ja. Okay. Jetzt kommt die nächste Frage. Wo sind sie denn überhaupt? Oh, der war leuchte, glaub ich. Wo ist denn denn der Uh? Er hat ja eben schon diesen... Ja, mit dem Durchfall, ne? Okay, Mila, die nächste Frage. Ja. Ich habe einen Ozean, aber kein Wasser. Wer bin ich? Jutta. Nee, nicht ganz. Ich war früher in einem Ozean. Nein, ich habe einen Ozean, aber kein Wasser. Wer bin ich? Hm. Ähm. Okay, das können wir nicht. Das ist blöd. Eine Weltkarte. Ah. Oh. Okay, das ergibt Sinn. Bist du frei? Hallo. Ich will hier gerade ausparken. Ist du jetzt frei? Nein, die scheiß Parklücke ist aber auch nicht frei. Hör dich jetzt eventuell bitte raus. Oh Gott. Der war so schlecht. Ich muss weiter. Hast du das gehört? Nee. Ich habe nur irgendwas von gehört. Ziehen raus bitte, oder? Ich weiß nicht. Sag mal, wo ist denn frei? Ist denn überhaupt frei? Das ist ein Rapper. Der rappt richtig gut. Also jetzt kein Scheiß. Ich weiß nicht mehr, wo ich ihn abholen soll. Wenn ich jetzt nochmal anrufe, wird's peinlich. Hast du nur ne geile Frage, oder warst du halt schon? Nee, kommt noch. Warte. Bin dabei. Verdammt. Verdammt. Muss man ins Kis-Taxi erfahren? Wir sind in einem Fakti und suchen nach einem Freier. Ja. Nicht gut. Nee, das ist wirklich nicht gut. Ich rufe den nochmal an. Oh Gott. Mach du deine Frage. Nee, du versaufst die ganze Stimmung hier. Ey, ja gut. Du hast gesagt, ich soll erfahren. Ja, damit ich schon meine Karten gelesen kann. Hast du mir schon gesagt, wo du überhaupt bist? Achso, ja, war ich. Wo bist du? Hö? Dann bin ich schon hier vorbeigefahren. Mach mal erstmal Kakao hier, Alter. Ach, scheiße. Ja, ich war auf der anderen Seite. Ach, Hine, ich muss weiter Fragen stellen. Ja, stell doch Fragen. Ich muss die ganze Zeit telefonieren, du Quatschko. Genau, wer immer dieser Pfeier ist, ich hasse dich. Wenn du sein Pfeier bist, dann kümmere dich da um deinen Pfeier. Boah, du. Oh, ich hab was Gutes. Ich hab was Gutes. Oh, warte mal, Geheimgang. Du, 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 du. Kannst du die nächste Frage stellen? Mhm. Fehler? Die ist gut, die Frage. Pass auf. Was liegt am Strand und hat einen Sprachfehler? Kannst du das? Was? Eine Nuschel. Ach du Scheiße, das ist richtig. Es gibt keine Nuschel. Doch. Oh, alles gut, ich bin falsch. Bis gleich. Geil, ich bin falsch gefahren. Da ist kein Parkhaus vier. Deswegen sollen sie mich am besten einrufen, wenn sie ein Fahrradtaxi wollen, weil ich fahre mal viele Kilometer. Ja. Okay, Mila, hier eine schwere Frage. Mhm. Welchen Fall kann auch ein Detektiv nicht lösen? Ein Pflegefall. Nein. Okay, Gondi ist raus. Hau ab. Steig aus dem Taxi, sonst hau ich dich weg. Aber ich höre, ich muss ja nur fahren. Du fährst jetzt zu deinem Taxi. Ruf mich denn jetzt an. Und dann haust du ab. Äh, ist das irgendeine fremde Nummer? Du sollst keine Dinge beantworten. Oh, ist das okay. Ja, ganz schön reich hier. Wie willst du den jetzt mitnehmen, du Knallkorb? Das weiß ich nicht, ich gebe den Schlüssel. Achso, der Barbier, hi. Hier, Frey, du kriegst meinen Schlüssel. Achso, da hast du noch ein Taxi hier am... Ja, hier bitte. Mach das Taxi auf. Du bist Taxi? Alles klar. Dann, äh... Mach das Taxi auf. Ist auf. Kann ich mitfahren? Er fährt weg. Ich ruf dich gleich mal zurück. Ja? Ich falle nur zum Taxi, Fahrer. Boah, der ist anstrengend. Bist du jetzt halt abgehauen? Ja. Okay. Ich bin jetzt kurz Taxi. Okay. Du stellst die Frage, ob wir den Bunker. Okay, dann machen wir. Also, Mila? Ja? Wir waren bei der Frage, welchen Fall kann auch ein Detektiv nicht lösen? Der hat Donnie jetzt schon mal Antworten. Nein, nicht den Pflegefall. Aber okay, dann... Der Hund ist ein Pflegefall. Den Wasserfall. Okay, machen wir die nächste. Den Wasserfall. Ja. So, das hatten wir schon. Moment, ich muss meine... Durchfall. Okay, pass auf. Die nächste. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, was mache ich hier nur? Der Typ ist fünf Sekunden weg und schon ist viel Lust, Digga. Ja, ne, irgendwie schon. Ach, ich liebe euch zwei, ehrlich. Ohne Scheiß. Kann ich weitermachen, bitte. Ja. Okay, Mila? Ja? Wer läuft immer mit einem Kamm herum, obwohl er keine Haare hat? Oh, ich weiß. Ähm, äh, äh, der, der Hahn, oder? Richtig! Ja! Das war richtig! Ja! 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 So, eine harte Socke. Boah, das ist echt schwierig, ne? Moment, die ist zu einfach, die Frage. Was sind wir hier? Äh, ich weiß gar nicht. Vielleicht geraten wir noch in den Mord rein, oder so. Oh, deine Geiselnahme. So. Ist der Kiezen wieder auf feinem Fuß? Was? Okay, Mila. Ja, bitte. Nächste Frage. Welchen Stern findet man nicht am Himmel? Boah. Boah. Ähm. Hier bin ich ja noch nie gewesen. Der fällt mir gerade oben. Was nehmen wir? Ich hab keine Ahnung. Fahr einfach mal weiter. In Kölle selber. Jeder Weg führt, äh, nach Kölle. Verstehst du das? Ähm. Was? Welchen Stern findet man nicht an dem Himmel? Ähm. Äh. Weiß nicht. Doch, überleg mal ganz scharf. Stern. Äh. Stern. Äh. Was gibt's denn für Sterne? Ein, ein Zehstern. Richtig. Hätt ich. Ein Zehstern. Das war richtig. Stütze. Durchfahren. Der ist im Wasser. Und dann Stein. Ja, ja. Hm. Okay, Mila. Hier kommt die nächste Frage. Ja. Hallo. Das ergibt. Das ergibt keinen Sinn. Richtig. Nein, das ergibt keinen Sinn. Nicht schon. Entschuldigung. Okay, pass auf. Ich hab jetzt eine Frage. Die wisst ihr hundertprozentig nicht. Mila, pass gut auf. Die weiß auch, der gehört es nicht. Ja. Was steht im Wald, hat ein Geweih auf dem Kopf, im, boah, langsam, ich kann da nicht mehr mehr sprechen. Was steht im Wald, hat ein Geweih auf dem Kopf und macht Mu? Mu? Ja. Ähm. Was steht im Wald, hat ein Geweih auf dem Kopf und macht Mu? Na, Göttis, da bist du auch überfragt, oder? Habe ich einen Joker noch? Nein. Erstmal nicht, wir sind hier, äh, fernab jeglicher Zivilisation. Zivilisation. Ja, genau. Wollt ihr mich loswerden, ist das mein Staffel für gestern? Ich kann, diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich hab keine Ahnung. Okay, hast du jetzt mal eine Antwort auf meine Frage? Äh, äh. Also, was steht im Wald, hat ein Geweih auf dem Kopf und macht Mu? Weißt du nicht, ne? Weißt du nicht. Nein, ein Hirsch, der Fremdsprachen kennt. Das ist doch! Pülzeln, sag ich. Ja, das Pülzeln. Das ist so dumm. Das ist nicht lustig. Das schmückt schon irgendwie. Das ist so blöd, dass es schon wieder lustig ist. Okay, Mila. Boah, ich bin noch nie auf so lang gefahren. Äh? Äh, das ist auch doof. Hä? Wer hat mir die Karte denn da rein gejubelt? Da war doch bestimmt eine Frage von Curtis. Weiter? Warum blubbert es im Topf, wenn man Nudeln kocht? Weil die Nudeln alle pupsen. Doof. Das ist ja doof. Wie später der Abend sind so dumm, die Fragen. Oh, jetzt, der ist gut. Den bin ich, also, wenn ihr jetzt den da drüber nicht lacht, dann weiß ich auch nicht, dann bin ich wirklich krank oder so. Mila, was machen Piraten am liebsten mit dem Computer? Ähm, äh, oh. Ähm. Ich wüsste was. Enter-Taste. Irgendwas damit? Die Enter-Taste drücken. Aber ist das nicht Kenzern? Nee. Nee, das ist wieder mal da. Ach, stimmt. N-A. Ja, ja. Komm, mein Dino. Boah. 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 Dau sie ja. Ja, das war nicht so lustig. Mila? Ja. Was passiert, wenn man einen weißen Stein ins Rote Meer wirft? Tomatensuppe. Nein. Schwieriger. Mila, was passiert, wenn man einen weißen Stein ins Rote Meer wirft? Weißen Stein? Ja, ins Rote Meer wirft. Was passiert dann? Ähm. Dö, 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 dö. Er wird rot. Nee, er wird nass. Ach so. Oh. Logisch. Ja, ne? Oh, nein. Nein, das ist dumm. Wir brauchen wieder Schwerpfagen. Okay. Gucke. Und lasse. Das ist so dumm. Dumm ist manchmal... schön. Haben wir keinen Schwerpfagen? Äh, doch. Können wir bestimmt auch machen. Schwerpfagen? Ja. Oh, ich kann nicht schätzen. Aber dein Papa ist doch ein Pirat. Der hat doch mit Schätzen zu tun. Ach so. Das sowas kann ich vielleicht. Wenn der mir vererbt hat. Hat dein Vater dir vererbt? Fuseln an den Heidschkette. Dein Schätze. Sieh die Gute aus. Sieh die Gute aus, du Wichser. Oh, 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 oh. Was? 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 Okay, pass auf. Ich habe eine Schätzfrage. Du musst jetzt ungefähr... Mila? Ja. Bist du bereit? Für die... Schätzfrage Nummer 1? Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Boah. Ah, du Scheiße. Das ist jetzt eine richtige Frage, ne? Ja, das ist wirklich eine richtige Frage. Boah, warte. Ich muss die Augen zu machen dafür. Stell euch mal einen Golfball vor und dann... Wie viele Einkerbungen hat ein Golfball? Boah. Das... Also ein Ball ist ja nicht wirklich gut. Ich sag so... 85. Aha. Was sagst du, Mila? Mehr oder weniger? Ich sag... Ich sag mehr schon. Wie viel? 100? Ja, fast. 336. Boah. Boah. Was hab ich denn da ausgerechnet in meinem Kopf? Was hab ich denn da ausgerechnet? Er falle in deinem Kopf, ne? Pass auf. Jetzt kommt eine lustige Frage. Die könnte später mal... Also es ist jetzt auch eine Schätzfrage, aber die könnte für ein Curtis später mal interessant sein. Pass auf, Mila. Ja. Im Laufe eines 16... Ja, bist du bereit? Ja. Hör auf, da hinten die Sachen anzulecken. Ich weiß ja schon, dass da... Okay, los. Okay, los. Im Laufe eines 60-jährigen Lebens hat ein Mann durchschnittlich wie lange eine Erektion, wenn er schläft? Oder während er schläft? Also ein 60-jähriger Mann hat durchschnittlich wie lange eine Erektion, während er schläft? Willen der Chef? Ja. Keine Ahnung. Ich hab noch nie einen gehabt. Ich weiß auch nicht, wie lange so das heißt. Was glaubst du, Curtis? Wie lange? Nochmal. Du bist ein schlechtes Beispiel, bitte. Wann fängt es denn an? Ja, in 60 Jahren... Im Laufe eines 60-jährigen Lebens hat ein Mann durchschnittlich wie lange eine Erektion, während er schläft? Also, ne? Auf 60 Jahre verteilt, wenn man schläft, wie lange hat ein Mann da eine Erektion? Witzig Stunden oder Tage? Kann auch, äh, ja. So, sowas, genau. Aber, 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 wenn... Also, man weiß doch gar nicht, wann die anfängt, oder? Ich mein, ich guck da jetzt nicht auf. Also, ich... Keine Ahnung. Ja, aber schätz doch mal, in den 60 Jahren... Das ist der Moment, wenn ich morgens gegen den Spiegel pinkele. Ja, genau. Ja, aber da bist du ja wach. Nein, du bist wach, während du schläfst. Morgen, Latte Macchiato. Ich fand es bei ihnen anfängt. Boah, ich weiß nicht, keine Ahnung, zu schwer. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Ich hab, wenn ich 60 bin, fünf Jahre ne Dingste gehabt. Ja, aber während du schläfst und du rechnest jetzt nicht die Zeit, wo du wach bist. Das wären dann so zwei Monate. So, ich dachte jetzt mehr. Vor allem bei ihnen sieht man das ja nicht mal. Könnte es ja nicht mal zu stoppen. Was hast du gesagt? Hey, du sagst dasselbe auch immer. Halt du ja eine Klappe da hinten auf den Willenplätzen mit deinen Hairy Nipples. What? Hairy Nipples? Ja. Was? In der Tal drum. Oh, okay. Sag jeden, dass er einen Kain hat, ne? Aber wenn ich das dann sage, ist das was falsch ist. Ich hab keinen Kain. Der ist süß. Ja, niedlich. Ja. Mikroskopisch cool. Jetzt ist die. Weitere Nächste Faktor. Moment. Was war denn hier los? Das ist ein Krankengang, Superwilderbunker. Ja, aber der hat so... Bestimmt wieder der Yankee Park. Uns ruft doch keiner mal von den an, ne? Nee, na? Boah, du könntest eigentlich voll gut mit nem Taxi Drohnen transportieren, ne? Ich hält doch eh keine an. Du wirst lachen, das hab ich mir auch schon überlegt. Ja, dich hält doch keine an. Mal nicht, wenn ich... Ich hab das mal in den Film gesehen. Und wenn die was finden im Kofferraum, kannst du sagen, es ist vom letzten Kunde. Ja. Die hat die Tasche nicht mitgenommen. Richtig. Ja, du wirst lachen, so was hab ich mir auch schon überlegt. Boah, ich hab voll die... Boah. Du könntest viel Geld damit machen, Superwilderbunker. Ja, wenn du mir was besorgst, was ich da reinpacken kann. Wie besorgst du das? Das gehört alles uns. Ich kann nicht zeigen, wo wir unsere Plänzeln haben. Äh, ja, ich... Weißt du, kennst du... Ich könnte den... Mooli machen. Boah, das ist voll die gute Idee, ne? Ja, da hab ich auch schon überlegt, aber ich hab keinen, der mir da... Ne? Also... Pass auf. Ja, wir können ja Chris Taxi machen und ich zeig dir, bis der Luft. Okay. Wir haben aber wieder was anderes. Diesen tofen Chats fragen. Verkehrsrauldi! Als ob du mit deinem Hund was zählst, wie du schnitt hältst. Kannst du ja nicht mal auf die Straße fahren. Öffentlich macht der Unfall. Wir müssen nach vorne wippen. Wir brauchen mehr Schwung. Okay. Wir kommen nicht hinterher, der hat vor Ort mit Turbo. Oh. Ah, ich bin Turbo. Okay, Mila. Ich hab mal eine Frage für dich. Was sagt der? Du hast Platten in der Kette. Okay, Malta. Äh. Okay. Mila? Was geht steif rein und kommt schlaff wieder raus? Die Lüfe wohl. Was? Braucht ihr ein Taxi? Nee, alles gut. Danke dir. Okay, danke schön. Tschüss. Ähm. Also noch. Ich bin schon sehr verfolgt, wenn du normal arbeitest. Was geht steif rein und kommt schlaff raus? Das will ich nicht sehen. Ich weiß, ich weiß. Ja, weißt du es? Ja. Denk mal nach mir. Ich will das nicht sagen. Das Schweinereich. Nein. Oh, da. Das, doch. Ähm. Ähm. Geil, fein. Lauf wieder raus. Ähm. Ähm. Äh. Was ist zum Schenken? Was? Äh. Warte. Wenn man Liebe macht. Nein. Warte, Wonka. Siehst du da rechts meine Pflänzeln? Ja. Da gehst du hin? Und dann knimmelst du die Batsche ab? Ja. Tust alles in deine Tasche rein? Ja. Und dann zeig ich dir unser kleines Versteck. Okay, wir können Walde machen. Ähm. Weiß nicht. Äh. Weiß nicht. Äh. Ich weiß. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? So. Ich hab doch schon die Lösung gesagt, oder? Was denn? Nee. Nudel. Ja, fast. Nee. Kaugummi. Ich hab auch die Nudeln. Das stimmt. Okay, jetzt wird's auf einmal ernster hier, weil's zum Business geht. Hm. Aber ich, äh. Pflanzenbüschel hast in deinem Taschen. Oh mein Gott. Ja. Dann haben wir so einen... Wir haben so einen Ort. Da musst du die dann schneiden. Und lass mich raten. Und trocknen. Auch. Ja. Der ist oben in Paleto. Äh. Lass mich raten. Hinterm Polizeirevier. Ja, ungefähr. Ja. Immer nah bei dem verbrechen Ding. Hört es? Hä? Du weißt, ich kann dir vertrauen. Du kannst mir vertrauen, ne? Ja. Mila? Ja? Hältst du dir mal kurz die Finger in die Ohren? Aha. Hörst du mich, Mila? Hört es? Hä? Äh, bin ja schon drauf, ne? Für dich allein oder für wen anders? Als für wen anders. Weil das möchte ich nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich Arbeiter. Ich weiß, für wen du da arbeitest dann. Ja? Für wen? Für'm Kiez. Sag ich jetzt nix zu? Bei deinem Taxi-Chef, nehm ich mal den zu. Aber der hat damit nix zu tun. Wer? Der Taxi-Chef. Ja, aber du trotzdem arbeitest du für die? Äh, ja. Was musst du, den abdrücken? Kaufen die dir das ab? Äh, ne. Ich tu die nur irgendwo reinpacken und krieg dann mein Geld dafür. Was packst du vor allem und wie viel Geld bekommst du? Also ich will gucken, ob die dich abziehen, ne? Äh, was du schreit? Warte, ich kann gucken. Also du musst das jetzt mal... Ich will das jetzt mal runterrechnen. Also ich kann dir sagen, Moment. Äh, was hab ich denn jetzt... Pass auf, ich kann dir sagen, für einen Taschel, ne? Ja. Für so ne Umhängetasche bekommst du 20.000 Dollar. Ja, Moment mal, ich rechne mal gerade. Ich kann das sofort ausrechnen. Krieg pro Stück 222. 222? Ja. Warte mal, lass mich mal kurz... Mina! M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M! Oh Gott. Wer ist das? Moment, nix sagen. Guten Tag. Hallo? Hallo? Keine Ahnung. Wer das war? Schoko. Warte mal, was hast du nochmal gesagt, Opa Wilde Bunker? 222. Für einen Joint? Krieg ich. Toco, was bekommt man beim Export für einen Joint? 290. 290? 290. Also knapp 300. Wie viel zahlen wir, wenn wir was ankaufen? Ja, wir kaufen selten an, aber wir haben meistens so um die 150 bezahlt, wenn wir es ankaufen. Okay, und Opa Wilde Bunker, du kriegst 220? 222, ja. 222. Opa Wilde Bunker? Ja. 222? Ja. Opa, mach Dogen? Nein. Weiß ich nicht, oder? Nö, nö, der Opa Wilde Bunker hat mir gerade nur erzählt, dass der, okay, Mila, nein, Mila darf zuhören, Mila weiß alles. Okay. Dass der für den Kiez ein bisschen auf der Route unterwegs ist. Der kriegt 220 Dollar pro Joint. Ist das okay? Ja, klar, und dann hauen die den für 300 weg, ne? Ja, ist okay. Die verdienen den halt für 300, ne, Opa Wilde Bunker? Ja, gut, ein bisschen müssen die auch verdienen, ne? Ja, aber du hast das ganze Riesig, oder? Das ist schon ein guter Satz, also wir haben, wir haben weniger bezahlt, Arbeiter. Okay. Ja, dann ist das in Ordnung. Ja, manche haben wir noch 150 gegeben. Ja, auf jeden Fall. Ich hab das jetzt mal ausgerechnet, was ich gemacht habe. Und hab das durch den Gewinn, durch mein Geld geteilt. Geht irgendwas im Park? Wisst ihr schon, warum Max und so verhaut er wurde? Äh, wir sind gerade, machen gerade so ein bisschen Trouble. Wer macht Trouble? Max Brau angezogen. Wer macht Trouble? Schau mal, die quatschen ja alle. Also wir sind nicht mehr im Park, wir sind gerade ein bisschen unterwegs. Ach, ihr macht Trouble? Genau. Und wissen wir jetzt, warum wir die verhaftet wurden? Nee, noch gar nichts gehört. Warte, und da hat's schon noch keiner gemeldet. Okay, dann müssen wir nachher. Alles klar, später. Tschüss. Ciao. Ne, Opa, der Preis ist gut. Okay, super. Du hast halt nur das Problem, dass du das ganze Risiko hast, ne? Das weiß ich. Aber du kannst ja locker mit dem Taxi oder hinfahren. Ja, das ist die Frage. Das hab ich mir auch schon überlegt. Ich mach das momentan anders. Ich muss mal gucken, ob ich das dafür nutze, weil ich will ja eigentlich den Job behalten. Ein Taxifahrerjob? Ja. Mann, weißt du eigentlich, was für eine kriminelle Sau dein Chef ist? Nee. Ja, also ich kann mich schon denken, dass der schon... Aber schon, dass der bei diesem Geiselnamen mit dabei ist, ne? Ehrlich? Mhm. Nee, nee, das ist mir neu, aber... Und dass der sich auch überall da einmischt. Okay. Das soll er machen, ne? Und das soll auch eine ganz, ganz krasse Ratte sein. Das speichere ich mir mal so ab. Weißt du überhaupt, was mit dem Kiez ist und uns? Mit dem Hotel und so? Nee, hab ich keine Ahnung von. Hast du keine Ahnung? Nein. Die haben doch hier in der Westside das Hotel. Wer jetzt, der Kiez? Ja. Ja. Und was ist damit? Da haben die doch 16 Millionen für gezahlt. Ja. Das gehört uns. Okay, also ich denke, das gehört dem Kiez, oder? Oh, nö. Wir hatten so, wir sind so ein bisschen mitten angeeckt. Ah, okay. Und einer von dem, dieser komische Ding ist, der mal Luft holt. Immer Luft holt? Weiß nicht mehr, wie der heißt, egal. Der hat so ein bisschen rumgeschrieben und meinte, dass wir nur auf Wehrlose gehen und so. Aha. Dann sind wir jetzt nur die paar Meter drastisch gegangen und haben uns das Vorverkaufsrecht für das Hotel geholt. Jetzt ist das euch. Ja, weil die das nicht verlängert haben. Weil die krasse Mafia zu dumm dafür ist. Aha. Und jetzt haben wir ein Hotel von 16 Millionen. Können die das doch wieder verkaufen? Wenn die das haben wollen. Nö, wir vermieten das. Okay. Ach, war das das, was du auf dem Fußballplatz... Ich hatte, bis heute, heute hat er erst mal den Fang angerufen. Nicht gemeldet. Ja. War das das, was du mir am Fußballplatz erzählt hast, wo du mich nach dem Mietpreis gefragt hast, wo ich wohne? Ah, okay. Wir vermieten jetzt immer. Toll, jetzt ist unser Chris-Taxi kaputt. Ja, toll. Super. Wir machen das demnächst. Machen wir das nochmal. Dann bereite ich da nochmal viel, viel bessere Sachen vor. Darf ich überhaupt mit dem Taxi fahren? Versicherungstechnisch nicht. Nee, aber... Dann fahr du. Du bist ja mein Freund. Du musst mir sagen, was du in Geld bekommst, ne? No. Ja. Äh, du kannst ja mir gern was, äh, was du möchtest. War ja jetzt ganz lustig. Dann fahr mal zum Geldautomat. Okay. Da vorne im Park. Oder irgendwo, mir egal. Du arbeitest halt... Boah, das hätte ich nicht gedacht. Hä? Äh, äh. Ja? Was geht? Hallo? Hallo? Dreh da, Willi, dreh da! Ach so, Chef, was ist? Was geht? Wir sind dritter geworden. Wobei? Vom Rennen. Was war denn für ein Rennen? Für ein Rennen? Kommt mal ein Jugola gewinnen. Ich hab mein Jugola beholt. Also, okay, ich dachte... Ja, ich hab' ich nix gewonnen und nix verloren. Ja, ich dachte Crash-Derby. Ne, me. Ne. Ui. Wärst du doch schön Taxi? Ja. Ich war jetzt die zwei Kunden hier grad noch weg. Warum? Ja, tibi-toppi. Ja. Okay. Aber es ist ja... Ne, der Ronny. Dann nehm' ich ihn gleich ab. Okay, mach das. Der wird dann weinen. Okay, tschüss. Wenn man vom Topo redet. Ja. Wo war ich stehen geblieben? Was hast du gesagt? Geld. Bange gut mal. Geld. Geld ist immer gut. Du bist an einem vorbeigefahren. War hier einer? Ja. Da ist ne Bank rechts. So. Ich dachte, man soll... Ich guck mal kurz. Okay. Du bist halt so... Chickenburger, bestimmt. Ja. Ich stelle dir ne kleine Rechnung aus, ja? Weil der Chef hat ja jetzt gesehen, dass ich schon mal ne Fahnen hab. Ja, klar. Fährst du uns zum Park? Ja, klar. Ich hab schon mal diese Stimme gehört. Schnell weg! Das ist bestimmt noch... Die hast du bestimmt noch im Kopf. Da kommt mir nicht mehr in die Tüte. Wie schlecht ist Kusch? So. Äh... Die nächste, ne? Ja, du weißt doch, wo wir wohnen. Ja. 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 Du musst nur aufpassen bei denen im Pauweli-Bunker. Bei... Bei... Bei meinem Chef? Ja. Ja, nicht bei... Ja, bei dem auch. Okay. Bei den anderen auch. Ja. Die benutzen gern Leute. Gut zu wissen. Ja, ich halte mir das... In der Zwecke. Ach, ich muss mal grad da dran gehen. Das ist ne fremde Nummer. Gatschmarek, Willi, hier. Guten Tag. Ach. Äh... Ich komm jetzt gleich. Wo bist du denn? Okay, dann komm ich da hin. Bis gleich. Tschö. So. Äh... Warte mal. Gottes. Machen wir gerade... So, zwei Meilen. Kannst du mir... Warte, ich mach dir mal grad ne Rechnung von 1100. So. Einmal drauf. Kannst du das nämlich eintragen? So. Dankeschön. Oh. Da ist nix drin. Der Umschlag ist nix für dich. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Das ist aber nicht nötig, ne? Doch. Nee. Doch. Wir haben genug Geld. Okay. Warte, ich sag der Mila noch. Tschö. Vorsicht mit der Türe. Keine Pfolle da. Keine Pfolle da. Ja, 30.000 hab ich den gegeben. Opa Wilde Bunker wollte nur Tschüss sagen. Tschüss sagen? Aber ich glaube, du traust dich nicht. Ich glaube, dem Opa Wilde Bunker 30.000 Umschlage geben. Ui. Tschüss, da bin ich. Peace. Ich bin echt krug, ne? Sollen wir uns gleich ein Motorrad-Outfit machen? Ja, okay. Sorry. Geht ihr jetzt ins Bett? Nö, oder? Nö. Oh, oh. Ah. Also, ich hab gut gelacht eben. Ja, das war toll. Bist du Honig kam? Dann war alles scheiße. Ja. Dann war alles scheiße. Oh, was hält. Wer ist denn Fußnagel? Hallo? Herr Kusch? Ja, wer ist denn da? Ja, mein Name ist Sabatoa Rina. Ich bin vom FRB, von der Abteilung PTFC. Das ist Business Trading and Financial Control. Ja. Herr Kusch, Sie sind laut unseren Dokumenten Inhaber des Unternehmens Kusch & Go. Ne, das wird geändert schon vor einem Monat. Also, das Gewerbe hat sich nur geändert. Der Name. Was? Und auch der Standort. Okay. Meine Frage ist, Sie wissen ja, dass dadurch, dass Sie ein Gewerbe besitzen, Sie umsatzsteuerpflichtig sind. Ja. Jetzt ist meine Frage, haben Sie im Dezember 2020 Umsätze getätigt und wenn ja, in welcher Höhe? Ne, ich habe keine Umsätze getätigt. Sie haben keine Umsätze getätigt? Okay. Das ist leider nicht alles zustande gekommen bei der Wash-Anlage. Weil da haben Geräte gefehlt und die zu importieren war viel zu teuer und zu zeitobwendig. Okay. Da habe ich meinen Gewerbe auch ändern lassen beim Gewerbeamt. Bei dem Bob Marti oder so hieß der. Aber ich habe eine neue Betriebserlaubnis. Sie haben eine neue Betriebserlaubnis? Ja. Wenn Sie die griffbereit haben, könnten Sie mir die eventuell per E-Mail zukommen lassen? Ja. Also per E-Mail? Ich habe keine E-Mail-App. Ich kann kurz irgendwo hinkommen. Okay. Ja, ich bin aktuell am PD. Also wenn Sie vielleicht beim PD Goods vorbeikommen könnten und mir da vielleicht eine Kopie aushängen. Ich komme sofort. Super, perfekt. Ich habe eine blaue Kappi auf. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Jetzt ruft mich schon das Finanzamt an. Okay, ich muss mal zu Kodis. Da ist so ein komischer Typ, der will einen mobilen Friseur aufmachen. Mobilen Friseur? Boah, scheiß Konkurrenz. Wieder jemanden töten? Boah, schon wieder irgendwas zu machen. Gar keinen Bock. Achso, du musst weg, ne? Sonst hätte ich gesagt, komm mal mit. Der wartet bei Kodis. Der Kodi hat mich eben deswegen angerufen. Na, wir müssen zum PD. Ja, okay. Der Mixer soll bloß weg von mir beiden. Okay. Dann sage ich, die Southside ist tabu für den. Aha, sonst machen wir den zu. Sonst kommt Chanik von Mila Chantal. Und dann gibt es Brettchen. Der darf ja, der darf vielen Southside arbeiten. Ja. Wenn der uns Schutzgeld zahlt. Okay. 10.000 Dollar. Okay. Dann hat der auch Schutz von uns. Darf ich ihm? Weil es im Internet surfen will. Aber niemand hat mein Business. Okay, wir müssen zum PD. Ihr Lieben, macht es gut. Passt auf euch auf. Bespill mal. Mach keine Dummheiten. Bis später. Tschüss. Tschüss. Habibi. Komm, meine Pfanne im Umfeld. Ja. Das kann sein, dass du uns verhappen hättest, ne? Warum? Vielleicht ist das so ein Falle. Oh oh. Warum, was haben die denn gesagt? Ja, das ist vom FIB wegen dem Finanzanbidings. Wo können wir den Schlüsselpott stecken? Ähm. Ähm. Batschowfutkodia. Aha. Aber wir haben doch noch Zeit zum Zahlen. Cody, hast du noch, äh... Ach, Cody, sag ich schon. Cody. Ja. Hast du noch irgendwo so ein Mule-Auto oder so, wo man was verstecken kann? Ein Schlüssel? Ein Mule-Auto, wo man Schlüssel verstecken kann? Ja, irgendwo Platz ist, wo man keinen Überblick verliert. Weil wir haben ein paar Schlüssel und die müssen wir kurz wegbringen. Ja, ich hab, äh... Nur Schlüssel. Schlüssel sind ja nicht schwer, so. Ja, ich hab noch was. Ich könnte dir was geben. Schlüssel. Ja, aber du musst den Schlüssel von dem Auto auch behalten. Ich darf das nicht haben. Ich hol die Schlüssel nachher auch schon wieder. Oder morgen. Je nachdem, ob du gleich schlafen gehst. Ach so, ja, das kriegen wir hin. Ähm, ich... Döp, döp, döp. Äh, ja, ich komm zurück zum Park, bring dir den... Komm da auf, klär das mit dir. Du kommst zum Park? Ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Welche Schüsse müssen wir denn abgeben? Ja, alles. Alles. Jetzt sind deine Pornos. Jetzt kommen noch mehr Pornos. Was machen die? Die haben mir doch Scheiße gebaut. Uh-oh. Aber halt das Badmeister, komm. Haben wir dir schon mit Scheiße gebaut? Geh mal ja aus. Ich soll zum PD kommen, ne? FAB hat mich angerufen. Ja, mach. Irgendwas wegen Finanzding. Cody kommt jetzt. Wir geben ihm unsere Schlüssel da ab. Weißt du, Badmeister bescheuert wegen Snoop, Snoop, Doggy Dog? Ähm, ne Snooper hier sollte mir nur mal anquatschen. Und der Pfank hat mich angerufen. Aber ich bin dran gegangen und dann aber nicht mehr. Ich hab gerade andere Sachen zu klären. Ja, aber mit einem Snoop wollten wir noch quatschen, ne? Jaja, mag ich auch noch dann mit dem. Nachher. Warum ist Dings jetzt in Empfängnis? Ja. Warum war er im Knast? Äh, weil wir heute Morgen eine Karre rausgeholt haben. Wir wollten ein Auto rausholen, wo was drin war. Und dann ist es eskaliert. Wir waren drin, aber ich hab gerade eine Zeugen-Aussage gemacht. Aber die Cops haben halt extra Medics und Zivilisten angerufen, die uns umbrettern sollen. Ja, und jetzt? Ja, da haben wir die Zivilisten umgeschossen und die Cops umgeschossen und wir haben Recht. Und die bekommen jetzt Recht. Ja. Deswegen sind wir alle rausgeholt, Digga. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich noch eine Verhandlung. Ja, aber ich... Also ich hab gerade eine halbe Buch für die geschrieben, weil die selber keine Zeugen-Aussagen aufnehmen können. Die hat Stichworte aufgeschrieben, anstatt die ganzen Sätze von mir. Also wir wurden halt behandelt wie Leute, die jetzt jeden Tag eine Geistennahme machen. Ja. Aber... Ja, dann muss man Wind fahren. Ich muss nur kurz zum PD. Als ich aufgelegt hab, kamen die Leute. Ja gut, ich geb mich auch auf den Cine. Achso. Achso. Ja, Christian. Hat sich ja alles gelegen. Was ist los? Was ist los? Immer Heim aufziehen. Immer Heim aufziehen. Immer Heim aufziehen. Immer Heim aufziehen. Das ist für unsere Sicherheit. Ja, zum Schutz. Haben die sich gerade aufgeregt, weil die Leute... Weil die ein Auto irgendwie mit Gewalt irgendwo raus holen wollten und die Polizei dann verhaftet haben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Manchmal verstehe ich unsere Träume nicht. Pack mich hier, weil ich hab kein Nummer schild. Okay? Mhm. Mannheim. Wollt. 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 Verwirf. Wollt. Wollt. Klappe dir die Klappe. Doch wie du die Hüfte schwingst. Ja, ne? Sexy, sexy Selnerita. Der hat gesagt, der hat einen Rosenmund. Ein Rosenmund? Suß. Ich glaube, da ist der... Ach, fuck, ich habe Juhi vergessen. Fuck, fuck, fuck. So viel zu tun. So viel zu tun. Keine Zeit, keine Zeit. Ich glaube, das ist der Tup. Das ist auch für einen Hund. Ja, aber keine Hose. Du nimmst den Hund im Schutzkasten. Wenn er mich beißen will. Okay. Tagsam. Das ist schon mein Dokument. Wo ist denn das? Moin. Hallo, sind Sie die Haare von Bieljund? Ja, genau. Sie sind der Jakusch, nehme ich mal an, ne? Ja. Perfekt. Also, ich habe das Dokument dabei. Ja. Haben Sie Bluetooth, ne? Ja, selbstverständlich. Ist, äh, oraktiv. Hallo. Tschüss. Boah, so viele Handys hier in der Umgebung. Ja, ich, äh, schicke Ihnen mal, ich denke, ich habe sie erwischt. Ich schicke Ihnen mal eine Anfrage. Ah, das, okay. Da. Bitte schön. So, dann gucken wir doch mal. Also, ich hatte eine Ruhrstraße, aber das hat sich nicht gelohnt. Ja. Und jetzt haben wir, jetzt habe ich einen Erlebnispark. Erlebnispark, okay. Was ist das für ein komisches? Ja. Aber der hat noch nicht aufgemacht, weil ich brauche nur das Vorverkaufsrecht für die, für die Gewerbe, Gewerbeimmobilien da. Okay, und wo, wo ist der dann ansässig, der Freizeitpark? Hm, in das Haushalt. Ah, da, okay, aha. Uff. Der ist doch direkt das Büro. Okay. Aber der hat noch nicht auf. Ich habe also noch kein Einkommen. Ja, nee, das passt dann schon. Ja, warum schiebt die mich? War halt nur die, die Frage, denn wie gesagt, Sie sind bei uns als, äh, Unternehmen quasi geführt und, äh, jetzt wären ja quasi dann auch schon die ersten Steuern für Dezember fertig gewesen, deswegen telefonieren jetzt mal am letzten Tag alle Firmen durch, die noch nicht bei uns gemeldet haben. Und da hatte ich sie jetzt dann halt auch noch auf dem Schirm. Äh, Murel, du redest ja laut. Aber wenn ich sie dann schon da habe, äh, das Steuerdokument haben sie dann auch noch nicht bekommen, ne? Ich habe noch gar nichts bekommen. Okay, dann. Und ich weiß noch von dem, aber damit haben sie ja nichts zu tun. Ich weiß noch von einem Unternehmen, der noch keine Betriebserlaubnis, äh, hat und das schon seit vier Monaten. Obwohl das schon genehmigt wurde durch diesen Gewerbeamt. Typen. Okay. Der auch bei mir unterschrieben hat. Okay. Aber damit haben sie ja nichts zu tun. Nee, da tatsächlich nicht, aber... Der soll sich dann im Briefkasten melden. Ja. Äh, ich habe in das Steuerdokument jetzt auch mal kurz zukommen lassen. Grundsätzlich ist das mehr oder weniger eh selbsterklärend. Also es ist so, dass sie, ähm, die einzelnen Monate als Tabellenreiter aufgeführt haben. Ja. Und in den jeweiligen Monaten, äh, es wären sie dann verpflichtet, wöchentlich ihre Einnahmen aufzuführen. Ja. Und das Dokument rechnen dann automatisch auch die Steuern aus, damit wir das dann, ähm, Folgemonat dann schnell abhandeln können. Okay. Hallo, kann ich ein bisschen eine Diskussion zu bilden? Das ist hier ein Businessgespräch. Und keine polizeiliche Sache. Frohe Irren. Ja, das ist richtig. Also wir können theoretisch dann auch mal kurz nach oben gehen, wenn sie das möchten. Eine Dame kann nur mal kurz zur Seite treten. Immer noch nett sagen. Ja, man kommt nicht einfach so in einem Kreis, wo man nicht eingeladen wurde. Ja, aber in einer Lobby weiß man nie, was zu Gespräche geführt werden. Deswegen. Es ist ein Kreis. Das ist einfach nett. Gleich mach ich Anzeige. Einfach nett. Ich bin Hausfriedensbruch. Ich bin Hausfriedensbruch. Einmal nett, bitte. Sei einmal nett. Komm. Das schaust du. Komm. Einmal nett. Na, komm. Ich helfe dir sogar. Ach, komm. Einmal nett. Mila, die flirten mich an. Nee, definitiv nicht. Mila. Ja? Was soll ich machen mit der? Ähm. Sag nett rein. Ah, siehste. Ich bin nett. Einmal nett, komm. Hallo, du fällst uns hier bei unserer eloquenten Konversation ins Wort. Können Sie bitte gehen? Moment. Ich habe nichts gesagt. Der Herr, bitte gehen Sie jetzt. Und das nochmal ohne die Beleidigung da drin. Welche Beleidigung? Mhm. Gleichzeitig, aber Fuchstorwild hier. Mhm. Fuchstorwild ist lieb. So ein unverschämeltes Benehmen hier vom PD. Das geht ja um keine Kuhhaut. Ja, ne? Da brauche ich gleich erstmal ein Marbo oder ein Redboot. Aber in der Reihenfolge? Ja. Da haue ich aber nachher auf meinen Fliesentisch. Aber nicht zu hart, sonst geht die Fliese kaputt. Ja, da trage ich auf jeden Fall ein, was ich verdient habe dann. Achso, ja gut. Sonst noch irgendwas? Ne. Aber Sie sind dafür zuständig, also kann ich Ihre Nummer speichern? Sie können meine Nummer speichern, beziehungsweise der Herr Lichtner wäre dann die zweite Ansprechperson beim FRW. Ok, ok. Dann war es beschallt. Jo. Wenn Sie fragen haben, einfach durchklingen, beziehungsweise in dem Dokument haben Sie dann auch einen Link zu einem Briefkasten hinterlegt. Da können Sie auch schriftlich dann Anfragen einrechnen. Alles klar, mach ich dann. Super, perfekt. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Abend, die Herren. Tschüss. Tschüss. Ja, Tika. Hallo? Siehst du, die platt Michael. Ja, wir kommen jetzt wieder, wir waren kurz PD. Ja, wir kommen in den Park. 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 Hast du gesehen, wie ich eigene Frauen abwimmel, wenn die mich flirten? Hä? Hast du gesehen, wie ich eigene Frauen abwimmel, wenn die mich flirten? Ja. Für mich gibt es nur einen J-Lo von der Blog. Mila von der Blog. Ja, meinst du. Fuck. I used to have data, now have it done. Okay, for... Mila von der Blog. Ja. Batsch, musst du Wurbel anrufen. Wurbel. Geh nicht mehr dran. Dann sag ich beim Jury ab, dann kann man nicht mehr so viel zu tun. Ja. Geh auch nicht mehr dran. Boah. Boah. Wer boomt in der einen und ist ganz tief im Meer? Was? Wer boomt in der einen und ist ganz tief im Meer? Bant, Bant, Scham, Kopf. Jetzt gehen wir gleich mit Snoop reden. Snoop reden? Und mit die Boomer. Boom. Boom. Was wollen wir denn mit denen? Business, Business. Wegen dem ganzen Cannabis-Gedöns. Ach so. Ich will langsam bauen keine Ahnung. Und dann wollte ich den Fang anrufen. Der Fang. Was ist denn die? Was ist denn die? Was ist denn die? Vielleicht sind die schon dahin? Ja. Ja, wo seid ihr? Im Park. Aber wo? Ich war dann nur zu weit gefahren. Hier rechts, hallo. Hallo. Wir sind Blindfische. Blindfische. Bila hat wieder die Hörlager mit dir geteilt. Aber diese Erre, ne? Ja. Da quatscht ich mir gerade mit dem FAB, der erklärt uns das wegen den Steuern und so, Dokumente. Dann kommt die einfach zum Gespräch und ich sage so, wo der Herr? Will du verschwinden sie? Meinst du, die Hörlager? Die bleibt, die Erre. Die bleibt einfach da stehen. Dann habe ich mit dem FAB weiterquatscht. Dann habe ich den zwei Herren noch einen schönen Abend gewonnen. Ähm, wisst ihr, was ich gerade erfahren habe? Opa für den Bunker ist auf der Route unterwegs für den Kiez, ne? Der packt immer alles in einem LRW ein und dann kriegt er am Ende seine Kohle. Der kriegt 220 Dollar pro Joint. Ja, das geht sogar. Aber das ändert sich ja eh weit mit den Routen. Nur, dass er es macht, ist egal. Aber dass die schon, überlegt erst mal, so eine krasse Mafia, die nicht mal einen Unterschupf leisten kann. Die reiten Zivilisten in die Scheiße rein. Ah, ja. Die holen sich Zivilisten und alles. So richtige Zombies, Alter. Die holen sich wehrelose Leute. Mhm. Anscheinend brauchen die Geld, aber bezahlen dann so teure Preise an ihre Arbeiter. Also, da verstehe ich was nicht. Ja. Ich werde morgen Opa will den Bunker sagen, dass der gar nichts abdrücken muss. Der kann meinetwegen, wenn das geklärt ist mit Bum halt, ne? Werde ich Bum halt fragen, ob das okay ist, wenn Opa will den Bunker. Hä, nein, nein, nein. Wir können momentan, kann er einfach für uns arbeiten, kann er umsonst arbeiten. Er sagt ihm einfach, dass er umsonst für uns arbeiten kann. Hola, hermanos. Hola, hola. Die Amigos. Die Vagos, Vagos. Schauen wir wieder mal. Die Vagos, die Amortes. Wie geht es Ihnen, meine Freunde? Vagos, Vagos. Hey, soll doch die Fleck nicht mehr aufziehen und scheiße bauen. Ja, die Fleck. Das ist Vagos. Das ist unsere Barrios. Wir sind die Vagos. Das ist unsere Fleck. Tret vom Barrio. Das ist unsere Embarrios. Auto in der Westseite. Kokaina, Kokaina hier. Also ich weiß noch, dass ein Auto bei Circa steht mit dem Kennzeichen OG Vagos. Ich glaube, das müsst ihr euch kaufen. Oder Vagos OG. Ja, ja, dann darfst du, oder? Was haben wir jetzt geplant mit Snoop quatschen? Na, mit Frank wollten wir doch, oder nicht? Rufst du mal anders. Ja, der Snoop will auch. Ja, Snoop will auch quatschen, oder? Ach so. Ich fühle mich so... Aber um mit Snoop zu reden, um mit Snoop zu reden, müssen wir erst mit Reese und Young sprechen. Ja, dann sag dem Snoop aber Bescheid, dass wir morgen quatschen haben. Weil der wartet. Es haben mich groß, wir müssen heute presenten. Ola, Eze, du kommst in meine Barrios, und du machst so viele Probleme. Oh, ja, gehört, dass du bist eingestellt. Ja, ich bin ein Vagos. Ich bin dein Patron. Ola, que pasa, amigo? Du kommst in meine Barrios und sprichst meine Lolitas an. Hast du verstanden, Eze? Ich brauche den Patron im Klassendier zu prügeln. Ich bin die Patron. Ich bin die Patron. Patron, was angerufen? Pfff, pfff. Also, Arme, groß Ruhe. Kein Wort. Du Poster. Äh, ja, ich denke, der kam auf euch zu, weil ihr angerufen habt. Patron, Kalle ist mein Name. Kannst du mal die Fresse halten jetzt? Also, halt deine Storte. Wie du willst. Mir ist es egal. Ja, sag wo oder kommt zum Park oder wir kommen zu euch. Zum Hotel. Alles klar. Bis gleich, ciao. Ich habe ihn durchs Telefon schreien hören, ja. Furtze. Lass den fünf Minuten, da ist aufgerissen. Ups, sorry, wir waren in der falschen Stunde. Wer kommt jetzt her? Können wir uns nach vorne setzen? Boah, ich werde mit dem nicht, ich höre nur zu, ne? Ich werde auch meinen Helm aufziehen. Ja, deine Sachen auf dem Herzen, die uns irgendwas, keine Ahnung. Dass wir so ein Hotel gut behandeln sollen. Meinen die, die wollen brettern? Das, Amigo. Mache gar nichts. Mache gar nichts. Wir reden, wir reden. Wir bleiben auf dem Wald, ne? Das, Amigo, du hast noch meine Burrito. Wo ist meine Burrito? Dann gibst du mir meine Burrito jetzt wieder. Wer bist du, Lebi? Amigo. Mir da brauchst du ein Leder, ich schau. Nein. Dann sehen wir aus dem Biker. Ja. Hier. Hey. Hm. Wie teuer ist ne Hakucho eigentlich? 75.000 Dollar. Die ist mega fett. Ah. Die ist richtig zick. Wie lange kostet 60? Kann ich nachher mal fahren? Nein. 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 Warum nicht? Mila hat's nein gesagt. Nee, ich frage von Mila, warum? Viva la Mexico. Viva la Mexico. Ich bin Michaela. Hola, Amigo. Viva la Mexico. Viva la Mexico. Viva la vida loca, se? Viva la vida loca. Si, si. Mach ein Burrito, ya, ya, lecker. Sagst du mir, du bist, bist du de Kuba? Ist dein Name Kuba, Rexy? Ich bin der Kuba und der Kuba. Alles, was du willst. Ich bin die Mateo. Mateo, mach unsere Kampfschrei. Oh, ich bin gar nicht alt. Das sagt man nur so. Oh. Ah. Pssst. Hola. Ich bin Buber. Danju. Äh, Danju ist ein bekannter von uns, ja. Ist kein Bulle, ist kein Bulle, nein. Der ist nicht da. Ach so, ja. Ich möchte das noch nicht unnötig machen. Okay, komm mal. Ja, mach das. Darf ich den abstechen, bitte? Nein, lass ich das machen. Bist du ein Freund von Sancho? Sancho? Sancho, bist du ein Freund von ihm, dann stech ihn ab, Bruder. Mach's aber so, dass er nicht stirbt, bitte. Nein, mach du das, wie gesagt. Ja, okay, dann mach ich das, Digga. Äh? Das hat uns doch aus. Ich erzähle dir gleich, warum. Ja, ja. Dann könnte ihn das sagen. Wie gut. Sagen wir, kann man nicht mehr raus. Ich weiß nicht, dass es nicht gehört. Es geht um Danju. Uy. Der steht hier hin jetzt hier ab. Oh, guck, da liegt er. Hälfte mal einer, so lange. Nee, ich mach das, ich mach das. Kommen wir, wenn ihr das wisst, könnt ihr euren Sancho auch erzählen, Digga. Er hat irgendeiner Ex-Freundin, Freundin oder irgendwas, was erzählt. Absolute Konze, Digga. Irgendwas mit Frauen reden, Meden, Meden. Er lernt jetzt daraus fertig. Weißt du, dass sie ihm das sagen? Das ist aber so. Gut, jetzt bin ich wieder ruhig. Ähm. Seiner von uns. Aber er hat etwas gemacht, wo ich nicht hinterstehe. Ah, hee, 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 hee. Äh, ja. Stehe ich nicht drauf. Boah, Weiber. Immer diese Weiber. Zweites war eigentlich was anderes, das ist heute aber schon passiert. Ich wollte euch bei was dabei haben. Es ging um so eine Art Rennen. Da habe ich leider keine erreicht. Ach so, ja. Ich habe keine Haare, weil ich im PT saß. Warum? Was hast du da gemacht? Wir haben da irgendwas behauptet. Weil irgendwer war doch eben auch von euch bei mir. Wenn ich eure nicht fahren darf, kaufe ich mir einfach eine eigene. Ach so, wegen, weil ich angerufen habe. Ja. Kannst du mir deine Nummer aufgeben? Ja. Super. Ich bin Finn. Finn. Ja. 8, 9, 3. Ja. 7, 9, 9. Ja. 6. Bist du auch im Besitz meiner Telefonnummer? Nö. Was ist hier passiert, Alter? Was? Ich muss ihn einmal kurz weiterreiten. Ach mal. Das ist einer von dem, der auf dem Wohnliegen hat ihn abgestochen, weil der was getan hat, was ihm nicht passt. Ja, eigentlich wollte ich euch wegen so einer Renngeschichte, weil wir fragen wollten, ob ihr mitmacht. Wir waren noch ein paar Mal hier. Aber es war niemand hier. Äh. Ja, okay. Dann haben wir uns verpasst. Was ist ein Barguss-Stadion? Wo ich gerade hier bin? Was ist mit Johnny? Gibt es Johnny noch? Ja. Da reicht es irgendwie nicht. Äh. Das ist heute noch ein Chilligen. Nö. Heute macht er Chilligen. Aber das ist nochmal da. Wo ist es dann? Aber der ist der erste Mal, dass er wieder hierherkommt. Kann man reden. Alle, die hier stehen. Ja. So, okay. CC. Am besten mit dem Barguss. Ich habe eben auf so einem Alles-Off-Null-Trip und wir hatten irgendwie unsere Spirenzchen. Ihr habt ganz klar, Touché, eine Aktion gebracht, die unglaublich ist, wo ich auch in den letzten Tagen nicht wusste. Warum haben wir gemacht? Ja, sorry. In die Hotel. Ich wusste ja in den letzten Tagen auch, wie ich damit umgehen soll, außer hier zu stehen und irgendwie einen Schwanz zu lutschen. Und da hatte ich irgendwie nicht so Bock drauf. Letzten Endes habt ihr das schlau gemacht, Digga? Was soll ich sagen? Wir haben uns nicht an Wehrlose vergriffen. Wir sind auch nicht gerade die Wehrvollsten. Aber ich habe ich auch da gesagt. Ich habe kein böses Blut deswegen. Also wir sind nur Wehrvollste. Ja, also um es richtig zu verstehen, das war eure Antwort auf das Statement von Jan. Ja. Habt ihr sonst noch was mit uns zu klären? Weil ich finde es Quatsch, in einer Stadt zu leben und sich so... Ich möchte eine Zigarette von deiner Helm haben. Ich sage dir, soll ich dir ganz offen und ehrlich sagen? Ja. Hätten wir noch was zu klären gehabt? Wäre das ganze Chinatown-Ding, was ihr da geplant habt, auch jetzt unter unserer Hand? Aber das wollten wir nicht. Also du kannst beruhigt ins Bett gehen. Die Sache mit Jan und uns ist durch. Das beunruhigt mich nicht. Tatsächlich macht es mich traurig, dass ich mit Leuten, deren Wund nicht zugehalten habe, nichts mehr zu tun habe. Das stört mich. Ach so, okay. Also ich meine im Sinne von, ich muss jetzt nicht mit euch rumhängen, das meine ich nicht. Aber ich meine, dass man im Klamottenladen sich trifft und nicht mal begrüßt ordentlich oder sonst irgendwas. Was weißt du, dass man sich so fremd wird plötzlich. Ich finde dich affig. Ja, also... Also war nicht meine... Zumindest von mir aus, ich kann jetzt nur für mich sprechen, war nicht meine Absicht. Vielleicht habe ich dich entweder nicht erkannt oder ich hatte gerade vielleicht jemanden am Telefon oder so. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht passiert, aber weißt du, was ich meine... Aber mit dem Willi haben wir uns auf jeden Fall noch gut unterhalten. Also da haben wir das auch mit dem... Nee, nee, hat Willi erzählt. Hat Willi erzählt. Das war auch nicht unsere Intention daraus, jetzt, dass wir da eine blöse Blut schaffen, aber... Nee, ist ja gut, sehe ich auch nicht so. Sonst wäre wahrscheinlich noch irgendwie auch ein Gespräch gewesen oder sonst irgendwas. Also ich denke, dass du hast eine gute... Ja, was soll ich auch sagen, Liga? Was soll ich darauf auch antworten? Weißt du, hätte von mir kommen können. Was sind das für Kippen? Die sind scheiße. Ja, warum nimmst du sie dann? Weil die scheiße sind. Magst du scheiße oder was? Ich habe eine Burrito. Das ist der Amigo, beruhig dich. Brauchst du eine Burrito? Hast du einen? Willst du mehr kämpfen um die Burrito? Ich will nicht kämpfen, schon nicht. Ich hole dich in Grote Boden. Ja, mach's doch. Alter Mann. Kann wieder. Hast du nicht geboxt? Oh, ess den Burrito lieber nicht. Da wird man immer zum Vargas O.G. Ah, ja, ja, jetzt geht's wieder. Oh, Burrito, oder was? Ja, 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 ja. Das ist ganz schlimm. Daisy. Ficken, ficken. Ich bin jetzt hier nicht liegen lassen. Ich glaube, ich warte noch. Ja. Wie der beweglich ist. Gut. Er liegt hier überhaupt. Also wenn wir die Zeit dazu gerade haben, dann ich auf jeden Fall, ja. Ja, safe. Also ich kann nicht erklären, um was das ging. Das war so, dass wir alle Jugulas hatten. Jeder hat einen Jugula eingesetzt, der Gewinner. Und die ersten drei haben dann jeweils ein paar Jugulas geworfen. Wir haben verloren. Oh, Jungs, jetzt seid ihr ja vorbeigefahren wie die Wilden, ne? Ich nicht, Digga. Ich wurde direkt von fünf Rollen eingekämpft. Ich hab nichts. Das war schon ganz geil, Digga. Wegen dem Gewinn ist es halt geil, ne? Es ist halt nicht irgendwie 10.000 Euro Casino, sondern einfach mal fünf Jugulas oder so. Ja, also quasi um Fahrzeugpapiere. Genau, genau. Mit ein paar mehr. Genau. Das wird sich interessanter. Und Polen informieren natürlich, ne? Damit man nicht so einfach ins Ziel kommt. Ja, warum nicht? Ja. So wie Need for Speed, kennt ihr das Spiel? Ja, normal. So, so, so. Easy. Aber Underground, das war Wester. Trapper, WP, Blatt. Scheiße. Raspi. Die meisten von uns, die verlaufen sich eher im Wald, aber. Wie? Apropos Wald, Westercheck. Verlaufen. Ne, ich hör zu. Gehen in irgendwelche Tavernen und saufen da irgendwelches Zwerg. Ja, irgendwie habe ich letztens Goldschein gehört und welche Prostituierten wie Gold. Menschenkenner, ich versuche was rauszuhören. Weiß ich nicht. Die Intention dahinter zu verstehen, dass das... Musst du jetzt schon mal mal das noches erzählen, oder was soll das jetzt hier? Ja, ist offen. Wann war denn das mal offen? Mittwoch und letzte Woche, Samstag. Genau. Wo findet man raus, ob das auf hat? Es gibt jetzt eine coole neue App. ULive.App. Ach, die App, die nicht auf dem Telefon direkt ist, weißt du? Ja. Ja, ja, genau, genau. Hey, Amigo. Nimmst du Kopfgeld auf Träger an, Amigo? Ich? Ja, ich suche einen Mr. Bean. Mr. Bean? Mr. Bean suche es. So, das ist doch diese Schauspieler-Gedönse aus England, oder nicht? Der läuft jetzt auch hier rum. Der läuft hier rum, Amigo. Ein Mr. Bean, wie sieht er aus? Wie Mr. Bean. Mr. Bean. Er hat meine gelbe Unterhose geklaut. Seid so, ich bin Mr. Fullback. Ich gebe dir 300 Dollar. Tiefkühl, war das bei dir nicht gerade schon wieder erledigt? 300 Dollar für eine Unterhose. 300 Dollar für eine Unterhose. Was, Tiefkühl? Verstehst du das, Mina? Nö. Ich denke... Komm mal, Keiter laden. Ja. Ich fahr zu einem anderen. Ich versuch das gerade ein bisschen zu durchschauen. Was heißt ein bisschen zu durchschauen? Das hat man schon durchschaut. Plötzlich... Wir haben doch dieses Gespräch im PD gehabt, weißt du? Dieses Gespräch im PD? Ja, ja, da wo du früher schlafen gegangen bist, da keinem empfang war. Ja. Weißt du, warum wir im PD waren? Äh, äh. Weil wir bei diesem komischen Chef da, bei diesem Wurschicken waren und der Bademeister und so, dem quasi gesagt haben, wenn die nochmal Geiselnamen machen, machen wir so eine Art Bürgerwehr, was natürlich total bescheuert ist. Ja, genau. Aber wir verhindern diese Geiselnamen. Ja, das weiß ich. Und jetzt auf einmal nicht mal das Hotel was wert, ein Gespräch zu suchen. Und jetzt auf einmal bringt er jemanden zu uns im Park und sticht den Napf von unseren Augen, weil er was getan hat, was er nicht cool findet. Und alle quatschen so, als wäre irgendwas wieder, als wäre alles wieder putti putti. Ja, keine Ahnung. Als wäre, als wäre nie was passiert. Dabei haben wir den 16 Millionen geaubt. Also ich lasse mich dann nicht manipulieren. Für mich ändert sich gar nichts. Geh nix. Geh nix. Ja. Das ist ganz komisch. Ja, ist auch wirklich weird. Und hey, hast du Bock mit der Autorinnen zu fahren? Brady, dankeschön. Brett Bratterson für den Prime im 8. Und Victory, dankeschön für den Wiesbem 4. Please, what the fuck, dankeschön für den Prime im 20. Real Monkey TV, dankeschön für den Wiesbem 4. Cooler Affen, die Motsmann sind schick aus. FCK, dankeschön für den Wiesbem 20. Braylon Kabaila, dankeschön für Hone of Beds. Lazarus, dankeschön für den Prime im 44. Chase, danke für den Wiesbem 27. Swipsy, danke für den Wiesbem 7. Samplex, danke für den Prime im 7. Hoffi, dankeschön für den Haus. Ich habe meine Tasche. Danke auch für die Heine. Ja, ja, ja. Kapon, danke für den Prime im 24. Ich küsse dich zurück. Wen habe ich denn noch vergessen? Inferno, danke für den Prime im 5. Vocal, danke für den Prime im 17. Ich glaube, euch habt die schon alle, oder? Habe ich irgendjemanden vergessen von euch? Das ist doch keine Lederhose. Das ist doch keine Lederhose. Ja, danke für den Prime im 5. Ja, hier, dankeschön. Ui, Pansy. Ui. Ja, du brauchst echt so eine Tasche. Dann können wir Benzin nach hinten rein machen. Zum Tankern. Das ist echt merkwürdig, ne? Ja. Ui, Memo, guck mal. Knips, 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 knips. Äh, äh. Ja, bitte. Das Mist viel ist weg, ihr könnt wiederkommen. Sag sowas nicht. Sorry, sorry, Leute. Aber sag mir mal, was du darüber denkst, dass es gerade abgegangen ist. Boah, legt auf, der Dude. Hallo, hier bei BT. Sag mir mal, was du darüber denkst, was gerade passiert ist am Park. Egal, ich habe den die ganze Zeit noch bloßgestellt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es ging, ehrlich gesagt. Der hat einfach irgendeinen abgestochen hier. Wie irgendein Zattenschirm war es. Wir klauen ihn in sein Hotel. Der kommt hier hin und sticht die Hunde auf. Der hat so heiß. Er wird niemals Mitglied von den von den Vagos werden, oder? Er ist so. Aber er ist nicht mehr der Mitglied von Vagos. Sie. Er sticht die Hunde. Und der wird dein Hotel geklaut haben. Und der hat gepostet. Er hat gepostet. Das wird dein Hotel klaut. Weil uns jemand beleidigt haben. Boah, das ist gut los, Männer. E tu, e tu. Okay, ich frag gleich mal Pfeiln oder so. Ja. Bis gleich. Pio. Debi, die lacht sich schreit. Ula. Die Schuhe wirst du aber nicht wirklich anziehen, ne? Äh, nee, aber welche kann man nehmen, ne? Fang mal hinten. Los Polos, ja mal, Losi. Esse. Lolita. Zieh deinen zu, es ist ganz schnell. Wir müssen zurück ins Barrio. Ui. Die sind so hässlich. Oh, die sind gut. Boah, so Timbalands, glaub ich, sehen gut aus. Ui. Ui. Ui, Spinelli. Was zum Teufel ist das denn? Reiter Stiefel? Oh, bitte nicht die. Oh, Junkie, unsere Marke. Was, die Junkie? Ja. 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 Du hast aber Quadratlatschen, ne? Ey, die sind alle so groß. Ja. Zieh doch an, so Sneaker-Milch. Ich weiß halt nicht. Ich gehe gerade alle durch. Aber das ist auch andere Länder. Keine Ahnung, Rebeat. Vielleicht will er einfach alles, wie er gesagt hat, im HP so Nullen. Vielleicht sagt er scheiße auf das Hotel und bla bla bla. So, hopps, da ist irgendwie kein Beef im HP. Aber ist ja kein Beef im HP. Ja, außer die Sache, dass er die Preise gedrückt hat mit dem Coop-Equipment, ne? Aber das können die ja, glaube ich, auch nicht wissen. Die sind so cool. Da. So was. Nicht die. So was. So. Ja. In schwarz. Warte. Da. Da. Boah. 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 Da, wie ich heute Abend reine. Ja, Guppeltrie. Hi. Ah. Wie geht's? Na gut, wir kommen ins Wilder. Ich nehme als Nummernschild unseren Nachnamen. Ist das cool? Ich hab, ich würde, also ich würde an deiner Stelle kein Nummernschild machen. Weil das sind Dinger, mit denen du mit dem Highway heizt. Mit traurender Kammer. Kein Nummernschild auf der Coucho? Ich hab keins. Ich bin Speed Junkie. Ja auch, aber ich brauche Helm, weil wenn ich Unfall baue ohne Helm ist... Ja, dann zieh Helm an, wir haben immer Helm aus. Okay, okay. Meine Brille unter meinen, was voll scheiße aussieht. Okay, okay. Dann lass ich erstmal auch kein Nummernschild. Okay. Wir können ja mal den Tag in den Rennen fahren. Können wir machen? So mit traurendem Möppelst du mit Ding. Ja, Mann. Bis gleich. 300. Aber ich hab Stützräder noch dran gebaut. Halt die Klappe. Ich hab gesagt, bis gleich. Hättest du doch mal nur normaler Coucho kauft. Wollte ich ja. Ich dachte, die teurere ist, dass das die lange ist. Warum ist die Kurze auch günstiger? Weil das nur ein Drag... Äh, teurer... Teurer meinetwegen. Weil das ein Dragbike ist. Mit deinem Motorrad kann man nur gut geradeaus fahren. Ja, Mann. Ich hab dich gerade angerufen, Idiot, ne? Äh, gar nicht. Du? Ben? Bei mir ist nichts drin. Oh. Ja. Wohl. Mein Architekt hat sich gemeldet. Ja, und echt? Und jetzt geht's nicht mit dem Handy. Äh, äh, huch. Ja, wir hatten eine LVB bei uns. Und? Ja, wegen Steuern irgendwas. Ja, bei mir auch. Oder bei uns. Echt? Fan. Ja, Alter. Was sagst du zu dem, was gerade passiert ist? Äh, alles okay. Warum? Wir haben gerade da, glaube ich, ein bisschen drüber gesprochen schon. Bei was? Ja, dass wir gerade gedacht haben schon, dass der Beideizte gesagt hat, wir planen heute was. Ich dachte schon, der sagt Geiselnahme. Was du meinst mit dem Frank gerade dieses Gespräch? Was sollte das mit dem Typen? Äh, weil... Ich hab's auch nicht verstanden. Ach, das war so, ich glaube, das war so ein Beweis, so, dass der eigentlich noch mit uns cool ist. Das war so eine Opfergabel, ne? Aber ich sag dir, wir haben dem halt auch nicht erzählt, was wir eigentlich noch vorhaben, ne? Weil das, was halt der zweite Plan war, was mit dem, dass die Sache mit dem, mit dem, äh, wie heißt der? Jan ist geklärt jetzt. Aber was wir mit den Kopfsachen da gemacht haben, ist halt nicht geklärt. Das haben wir dem auch nicht gesagt, aber wir haben halt gesagt, da ist momentan halt kein böses Blut zwischen uns, so auf menschlicher Basis, ne? Ja, weil der kommt her, bringt so eine scheiß Opfergabe oder Billing was zu reisen. Nein, das ist einfach, wenn er damit wieder in Kontakt kommt. Dass wir, dass wir wieder in Kontakt sind und der sich, das ist einfach, um näher wieder zu kommen, verstehst du? Dann lehlt er uns halt in den Motorellen. Wenn der wüsste, dass wir gestern seine ganzen Karre abgeschleppt haben und ein Kitz draus gemacht haben. Ich will kurz anmerken, dass er sagt, dass er jetzt hier nicht bläst, aber genau, was hat er denn gemacht. Ihr müsst aufpassen beim Abschleppen, die Werkstatt kriegt richtig viel Ärger, ne? Ja, wieso? Wenn du wüsstest, wo wir den Abschlepper haben. Du darfst mit dem Abschlepper den Jumper abschleppen. Ja, aber... Ja, und? Das ist nicht euer Abschlepper. Das war nicht euer. Das war nicht euer. Wenn ihr müsst aufpassen, die Werkstatt kriegt viel Ärger dafür. Ja, ist mir doch scheisse geil. Könnt ihr doch zumachen, haben die ja alles mitgebracht. Ja, top, Digga. Könnt ihr zumachen, die Lost-Werkstatt? Ja. Hallo. Das ist doch nicht deine Werkstatt, Troubles. Das ist nicht unsere, welche denn? Ja, welche von mir? Troubles hat er doch gesagt. Ach so. Ach so. Also, denken wir immer, alles geht um sie. Ja, ja. Tschüss. Ja, ja. Ihr denkt auch, die Southside gehört euch. So irrelevante Yadis. Hä, ich halte mich überall bedeckt. Ja, ihr hattet euch zu bedeckt, Jungs. In den letzten sechs Wochen nie mehr als drei gesehen. Und jetzt mal die dicke Welle. Ja, ja, ja. Ihr werdet jetzt erstmal klein gehalten. Und jetzt mal ein paar strangen Burschen rumzuschreiben. Wie waren heute ganze neun Leute? Was habt ihr denn? Warte. Was denn? Bewerbungsschreiben, alles dabei, haben Lebenslauf, wir rekrutieren noch. Bald werden die Yadis von Zwiebis abgezockt, Alter. Ich weiß. Ich will dir ne Fresse gehauen vom Taxifahrer. Am tui. Es sind immer noch 20 Leute. Ich weiß nicht, was ich hier an. Ja, ja. Höh, sieh, sieh ein. Zählst du mal nach, mitstans, Leute? Guck mal, wenn B.O.M. kommt, Digga, wer will denn was gegen uns machen? Wieso genau 20? Ja, weiß ich nicht, weil, äh, 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 äh. Schreit halt nicht zu laut mit dem B.O.M., ne? Wir passen uns in die Kindergruppe rein. Warte, was ist mit B.O.M.? Nee, ich schreit halt nicht zu laut, Junge. Nein. Da kommt der Schnup-Doki-Doki, Empty-Boo-Crip. Ja, dann soll er doch Döner wieder vorbeibringen. Was? Oh, oh, oh. Schuss. Schuss. Aber warum es mir grad gilt, dass ihr euch jetzt nicht, aber warum sag ich das? Lass uns diesen einlölen. Ja, wir sind, wir waren die Ersten, die gesagt haben, keinen Bock mehr auf Geiselnamen. Gar keinen Bock. Also wir waren echt die Ersten, die gesagt haben, reicht's. Und ihr habt rumgeheult. Ja, eine Million können die die Woche wieder in ihrem Hotel wohnen. Jo. Hat er irgendwas zum Telno gesagt? Nee, gar nix. Außer, dass der was voll gut von uns sein... Wie gesagt, machen wir unseren ersten Kontakt wieder so, ne? Der wollte ein bisschen... Der wollte die Nähe wieder schaffen. Ich glaub, er weiß halt auch gar nicht, was er dazu sagen soll. Ja, ja. Ich find's auch nicht gut, dass der Kiez und wir uns so entfremden. Aber es ist doch okay, so. Wir sind schon lange nicht mehr so miteinander. Aber das ist ja schon notwendig. Weißt du noch, als die Coco vor uns stand im Kleidungsladen und ganz schnell abgehauen ist, als sie gemerkt hat, dass wir vom Junkiepark sind? Ey, die Coco ist 10 von 10. Die Süße hat gut gerochen. Mila ist ein 10 von 10. Guck dir jeden Handschal. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich hab den Arsch vorhin gemalt. Oh, ja. Hast du Bubble Butt? Ja, ja. Aber Butt-Fint-Ding, Junge. Oh, ja. Und das Gesicht auch sehr gut getroffen. Mit dem Motorrad-Ham sieht's tatsächlich noch besser aus. Ja, ja. Muss man sagen. Das Gesicht sieht auf jeden Fall besser aus mit dem Motorrad-Ham. Ja. 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 Aber den Snoop reicht? Ja, aber das machen wir morgen. Was du heute kannst besungen, das verschiebeln dir auf morgen. Und Büffel, du Schatz-Copycat, ne? Ja, aber da war... Kaufst du mein Muppelt nach? Ja, aber da war... Ich durfte eins nicht fahren, dann kaufe ich mein eigenes. Da muss noch was geklärt werden. In Ehreich. Ist das Onkel da vorne? Ja. Ja. Mit wem? Billy. Ja, da muss noch was geklärt werden. Mit Snoop? Ja, nee. Auch mit den Dings. Allgemein. Du, dies? Hier ist auch der Einzige. Hier ist auch einer von den Zwanzig. Du wirst... Die sind zwei. Oh, Alter. Aktivitätszeit hat sich verdoppelt. Stabi, Stabi. Seitdem du Rhys letztes Mal bei uns gepellendet, kurz für ne Stunde, weil das ja ausruhen musste, ist meine Jacke weg. Ich sag's nicht, aber du brauchst so ein Aktivitätsdokument. Da hat ein Pupke drauf. Önkel, können Sie bitte meinen Muppet nicht umtelten? Können Sie bitte sich draufsetzen? Hallo. Du hast die Zahnbürsten und so noch? Nee, der hat der Schrulli. Vorne. Nicht hinten. Aber... Ich weiß gar nicht, was du lachst. Wir machen uns über deinen OG lustig, ne? Ja, ich lach da sonst mit meiner Nacht. Du Fotz, ey. Schau mal bitte Apotheke. Wir haben gerade wieder hohen Besuch. Ich weiß, ich saß die ganze Zeit daneben. Achso, ich hab dich nicht gesehen. Er meinte aber die ganze Zeit, er hat mich irgendwie versucht zu kontaktieren, aber... Bei mir kam kein Anruf von Abwesenheit von der Frank. Bei mir schon. Vielleicht hat jetzt gar kein Bock mit dir zu labern, deswegen... Ich hab aber besser zugehört. Aufblick, schlaf gut. Tschüss. Pass auf dich auf. Wink, wink. Bye, bye. Irgendwie steht mir ein Motorrad, Alter. Boah, ist die schön. In einer komischen Show, das akzeptieren wir nicht in der Kids. Vor allem der... Was hat der gequatscht? Irgendwas mit Danjo und mit irgendeinem Vibe? Ja, ja. Diese Yolo war ja, glaube ich, mal mit einem Danjo zusammen. Was für ein Yolo? Yolo. Ein Mädchen-Yolo namens Yolo. War mal mit einem Danjo zusammen. Ist das nicht von einer Mila-Lieb-Freundin? Hallo. Wie gesagt, ein Mädchen namens Yolo war mit Danjo zusammen. Okay. Danjo hat mittlerweile eine neue Pferde. Und der Typ hat der Yolo-Alte erzählt, dass der Danjo eine neue Perle hat. Und die wusste das nicht. Und war dann voll erschrocken. Und irgendwie gab es da Stress wohl. Und der Danjo hat die Yolo dann abgestochen, weil es da Stress halt gab oder so. Und, äh, ja. Dazu steht der Kids natürlich nicht. Hä? Der Kids sagt Nein zu sowas. Das ist eine Fotzen-Aktion. Warte mal, Danjo hat einen vollenden? Hä? Ja, diese ist geil. Ach, boah. Also, was ist denn hier? Wird schon mit ausgezogen? Das sind doch Autos. Ich gehe da eigentlich in der Jamestong ab. Sollen wir mal nachgucken jetzt? Hier nix. Oh, da sind Autos. In der, in der. Buh. Geradeaus, geradeaus. Ich bin gerade vorbeigefahren. Dann rechts. Ah, grüne Autos. Biegen links ab. Ist, glaube ich, die Curve. Tagsam. Was geht? Was geht bei euch? Ihr wart so schnell unterwegs. Hier, schnell. Kann doch nicht sein, bitte. Los. Boah, doch locker draußen, Kammer. Fast nur. Ihr tun keine Bikes, ne? Nee, wir tun keine Bikes. Blöd. Nur die, die los. Okay. Machen das. Was denn hier, du? Haut rein, ums. Hey, haut rein. Hustler? Wenn die kommen, fahr einfach wieder ein bisschen weiter vor. Raus aus meinem Turf. Ich bin gerade zwölf. Warteilf. Und ich dreißer. Curtis, die Mila möchte gerne mit dir Liegestütze im Haus machen. Hier, andersrum, 31. Mit dem Unicorn. Ich komm. Sie kommt. Er kommt. Besser ist. Hallo, wunderschönen Menschen. Winke, winke. Ciao. Ciao. Nix, nix. 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 Nix, 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 niemand tut das. Curtis, aber machen Sie bitte Ihr Handy aus. Mila. Ich möchte das nicht. Aber doch, natürlich, aber ich bin hier für Kuschelzeit. Sollen wir die Halme auflassen? Curtis, die Mila hat gesagt, du sollst das Handy auskaufen. Aber auf Flugmodus rein, Curtis. Richtig. Nein. Nicht, dass ihr abgehört werdet. Jetzt gibts wieder Augen zu und zuhören. Das war ich. Sie macht in den Buckelwahl. Mach mal Mila, bitte. Bitte, bitte. Und den Elch. Ich... Ich sag zwar und den Elch. Für dich mach ich geh nix. Genau. Buckelwahl, der hört sich schon gut an, ne? Danke. Ich weiß nicht, was ist denn nochmal? Buh! 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 Ich brauchst noch was zu sagen. Wir können uns gegen jeden stellen. Schreibt doch auf diese App so ne komische Werbung, such nur noch Mitglieder. Boah, die Jad sind voll die Opfer. Boah, stell dir vor, die Bombe wird öfter einreiten. Oder die SN Double. Ich geh jetzt mal wieder schlafen. Wir sehen uns nächste Woche. Gamma Dankeschön für den Prime im zweiten. 40 Jahre wird immer noch witzig. 40? Da steht aber zwei Bruder. Ich auch nicht. Oder bist du 40 geworden? Rettet die Hasis. Komm Gefiel, fahren rennen. Okay. Dicker Helm Gefiel. Ui. Sag mal, was ist jetzt mit den Liegestützen? Mila, willst du Liegestützen machen? Wir wollen Liegestütze sehen. Doch, Mila. Freut ist das. Okay, von hier, von hier bis zum Ende des Parks. Er ist da. Wohin fahren wir? Weiß nicht, sag was. Ich weiß nicht. Willst du lieber durch die Stadt oder durch die Highway? Du fährst vor und ich versuche dir zu folgen, eine dran zu bleiben. Bestimmt gleich. Ich fahre einfach durch die Stadt, okay? Ich fahre einfach durch die Stadt, okay? Verunfall. Verunfall. Ich fahre einfach durch die Stadt. Ich fahre einfach durch die Stadt. Ich blöde dich. Bis zum Ende des Parks. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist gar nicht so einfach! Das war knapp! Das ist gar nicht so einfach! 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 Aber das macht Spaß! Ja, das macht super! Ich muss tanken und dann lass nach Hause! Das ist gar nicht so einfach! 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 Ich habe 150 MPa geschafft auf der Strecke. Ich hatte 145. 150, Alter! Wo sind alle? Hast du das gesehen? Wie ich gerutscht bin? Wo sind die alle? Ich weiß nicht. Oh, die haben sich auch ein Moppet gekauft, glaube ich. Doch nicht. Wo bist du, Mila? Wir fahren eben mein Bike abholen. Achso, im Norden? Wo sind die anderen? Die sind Haier. Okay, wer hat dich hochgefahren? Bitti und Finn sind hier. Muss ich meckern? Nein. Nein. Die fahren mich nur dahin. Eben schnell, damit ich das holen kann. Okay, ich setz nur mein Spiel aufs Leben. Bis gleich im Park. Äh, ja. Bis gleich. Wo sind die? Gib mir das Bike abholen, nimm nur einen Stand, das Ding hoch. Lass doch mal die Strecke hier am Park vorbeifahren. Okay, verfolge ich von hinterher. Ja, toll. Von hier. Einfach alles durch. Da war das Taxi. Zündstoff, ne? Zündstoff, ne? Was? Zündstoff? Seht der hier. Vollgas. Let's go. Das Ding geht so ab, Alter. Ja. 135 hab ich geschafft. Ja, du musst da an den Chi hin, richtig. Da musst du einen guten Punkt erwischen, damit der Reifen nicht hängen bleibt. Aber ich muss, ich muss mir nachher mal einen vernünftigen Helm holen und lange Klamotten. Ja, würde ich dir auch mal empfehlen. ctors Junior. bunu te Hillary eingelden würde ich gar nicht mögen. Da fang einmal an die Hände zu schwitzen. Ja, das ist angsteinflößend manchmal. Boah, ich hatte schon Bock auf so eine Verfolgung gesagt mit Kuppers, ne? Das ist ja schon cool. Willst du einen Joint? Nein. Ich meinst ihn weg. Keine Macht. Nein, bist du dumm? Das sind 300 Dollar. Ja, egal. Ich bin reich. Bye-bye, Kölsch. Damien, danke schon für den Prime Dritten. Und Gamma, ich bin nicht 40. Ich bin 30. Mhm. Kaufe dir mal morgen vernünftiges Motorrad-Aufit. Auch drinne. Es gibt so eine eigentliche... Die Jacke, die ich anhab' ist cool. Es gibt auch nur so eine andere Muffeltjacke. Ja. Aber ich will dich ja nicht nachmachen, deswegen zieh ich mir was anderes an. Mach du eh. Du Kuppi-Kid. Wärst du ein wahrer Freund, hättest du gesagt... Was bist du für einer? Warum stehst du auch so? Ich steh immer so. Sorry. Frag alle anderen. Ich steh wirklich immer so. Aber okay. Ich steh mich anders hin. Ich setz mich hin, okay? Wärst du ein richtiger Freund, hättest du gesagt, ja man, wir machen Motorrad-Club auf. Was willst du für einen Motorrad-Club aufmachen? Ich weiß nicht. Ja, wir können so. Können wir machen. Rolling Junkies oder so? Der Pfeigl nimmst sie. Milla, wir sind grad mit 300 Km hier rumgefahren. Ui. Sag, dass du das männlich findest und cool. Boah, bist du männlich. Danke. Bitte. Wärst du noch alles, Haia? Ähm, alle, außer Pitti und Finn. Was machen die? Ähm, weiß nicht. Die haben mich da gerade hingebracht. Und dann haben wir Steig gemacht und geärgert. Und dann bin ich losgefahren. Du, Haia? Haia. 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 Ja. Morgens wieder neuer Tag. Soll ich kratzeln? Aua. Ui, 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 Ui. Ä, Maam! Äh. Was soll das? Was soll das? Das Motorrad steht mir noch aufm Weg. Ich gehe heil. Auch. Schaui. Tut mir leid, ich bin der Motorrad, Milar. Den zweiten. Noch einmal, dann ist es verkauft, Milar, ne? Alter, Kappe. Tschüssi. Dabi, die frisst Staub. Ich hab ne Maske an, du Arscher. Aber deine Mama muss wieder wurscheln. Mach dir deine. Na? Na? Öfter hier? Ähm, ja, ich wohne hier. Ach so. Ja. Vorsicht, Vorsicht. Was willst du, hä? Du und der Existen ist mit der Audi an. Pack dich an. Genau, pack mich nicht an. Laufen für life. Hallo, Laupe. Ja, ja. Laupe, Blume. Ich kaufe Jacke. Ja, ja. Immer Stay Cinesis. Ja, ja. Jetzt hau ab, Kuba. Immer da tanzt du, da verschwinde. Ich bin Kuija. Kuija. Nein, du bist Kuba. Nein, auf meinem Facebook-Account heißt es Kuija. Kannst du bitte abhauen, du wohnst hier nicht. Ich wohnen hier. Es geht nacheim. Bitte nach dir. Es können mir hier so ein Power-Legel. Wie ist der hereingekommen? Woller raus, Biti. Nein, der wohnt im Keller vom Köpfen. Ey, raus aus. Seht ihr kurz aus, du Bixer. Tschüss. 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 Hallo Chat. Ich hab nen Song für euch geschrieben. Nur für euch. Auf Englisch. Das ist mein First Language of what I learned in den Internets drinnen. Nein, hab ich nicht. Da würd ich mich zu sehr schämen. Wegen deiner Online noch? Wir gucken mal in kurz. Du bist so glücklich. Und riecht. Du-du-du. Du-du-du-du-du. Michau, ich bin ein ähm. Ah, Dexos ist sogar auf einer, aber Yadi ist da. Ich schicke sie zu Yadi das nicht. Die macht auch noch ein bisschen Polizeiförmers. Wie alle auf Unity. Für die Leute, die schlafen gehen, weil morgen wieder arbeiten, beziehungsweise heute ist ja schon Montag, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Für die Leute, die ich jetzt da mit Raidpommes rüber schenke, äh, lieb sein, kein Duplo, nein. Ähm, da könnt ihr Tänkepäckchen machen oder Kekoschekiss und so. Kussi, kussi. Wo hast du die Lampe, die auf dem Schreibtisch steht? Die ist von Etsy, Bruder. Einfach bei Etsy. Dings eingeben. Schreibtisch Schlampe und an Steampunk. Da findet man die. Wunderschöne gute Nacht. No Name, Dankeschön für den Prime im siebten noch. Schlappi, Dankeschön für 150 Bits noch. Vielen lieben Dank für den Support. Wir sehen uns nachher wieder. Heute war sehr entspannt und nicht langweilig. Das mag ich. Das gefällt mir immer. Das macht Spaß. Und Dankeschön, danke. Für alles. Ich liebe euch. Instructions anklärt. Ja, mach Tänkepäckchen und sag Hallo. Wink, wink und so. Oder mach den hier. Den Neo aus The Matrix. Der mir nicht angezeigt wird, warum auch immer. Hm. Wir lieben dich auch. Dankeschön. Tschüss. Aber wir warten noch auf dem Raid-Punkt. Der Woody-Mode ist so gut, Alter. Den können wir eigentlich reinmachen für Grumpy, ne? Tschüss. 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 Jo, Kusin. Dankeschön für die Müsse vom Dritten. Ich küsse dein Herz. Tschüss. Jetzt durch den Raid-Button. Nicht wegen dem Hype-Trending. Blöd. Hallo, gib weg. Puh. Ja, wie Tschüss. Hallo. Kommen wir um den Timer. Mann, geh doch weg, Alter. Ach da. Hä? Warum kann ich denn jetzt? Ich kann nicht auf Raid klicken. Hier, Lüfe. Ich hab Raid gemacht, aber der Hype-Trend ist im Weg. Das ist ausgegraut. Mein Gott, Alter. Jetzt Tschüss. Tschüss. Kussi, Kussi. Tschüss. All I really wanna see is you smiling again. Bye-bye. Y'all know we family. We beyond just friends and I'ma show my love.